Oh, Xilla und die Kack- und Sachgeschichten! Wir sind der skeptische Podcast aus Hamburg und der Podcast mit Klugschiss. Wunderbare Geheinkräfte erschlossen sich uns, als wir eines Tages gemeinsam eine Podcast-Folge aufnahmen und sagten, bei der Macht von Greyskull! Meine Kopfhörer haben den Saft! Zusammen als Team finden wir heraus, wie die He-Man-Figuren entstanden und wie besoffen die Macher dabei waren. Wir entschlüsseln die Geheimnisse der Power-Fantasien Fünfjähriger und verraten euch, warum He-Man eine schwulen Ikone ist. Hoax Xilla und die Kack- und Sachgeschichten! Hoax Xilla Der skeptische Podcast aus Hamburg Und heute mal wieder, nach langer Zeit, die Kack- und Sachgeschichten und Hoax Xilla. Man glaubt es gar nicht. Hallo! Hallo! Herzlich willkommen, vereinigte Hörerschaften der beiden großartigsten Hamburger Podcasts, die es da so gibt. Und alle anderen Hamburger Podcasts werden mich jetzt wieder hassen für diese Aussage, aber ich bin jetzt mal gerade bei euch zu Gast. Das ist okay, es gibt eine Community, die hören zufällig diesen Podcast und feiern das dann. Ja, das ist sehr, sehr gut. Und wir haben uns entschieden, weil dieser Joker-Crossover, den wir gemacht haben, bei den allermeisten relativ gut angekommen ist. Und wir uns ja auch gut vertragen, dass wir uns nochmal treffen und haben dann sehr lange überlegt, wo könnten wir denn mal drüber reden? Was ist so ein richtig cooles Thema, wo Hoax Xilla auch gut reinpasst? Und haben uns dann entschieden, über Spielzeug, nämlich He-Man und The Masters of the Universe zu sprechen. Aber das hat sicherlich auch, Alexa, einiges von Erzählforschungsanklängen. Und ansonsten haben auch wir als Hoax Xilla einfach mal Bock drauf, das zu machen. Und deswegen haben wir entschieden, das zu machen, oder? Ja, können wir mal ein bisschen gucken, ob He-Man vielleicht ein Flat-Earther ist oder ein Querdenker oder ein Wutbürger. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir uns vielleicht mal gegenseitig vorstellen, oder? Sehr gerne. Also heute sind wir beschnitten bei den Kack- und Sachgeschichten, weil nur zwei der drei großartigen Jungs von den Kack- und Sachgeschichten dabei sind. Genau. Unser Tobi wird in Snake Mountain festgehalten, aktuell. Befreiungsaktion geplant. Und Skeletor gekitzelt. Nennt er so seine Lebensgefährtin, Snake Mountain. Ja, der muss arbeiten. Nee, ich glaube Beastman. Er muss arbeiten, er muss in Nachtschichten die Chemtrail-Tanks unten an den Ramjet, der begradigt die Erde, dran machen. Irgendwer muss es nicht machen. Ich dachte am Windraider. Der Windraider! Windraider! So ist das Ding. Genau, nehme ich dabei heute Fred Hilke von den Kack- und Sachgeschichten. Und ihr macht ja, also ich glaube, euch jetzt als Kack- und Sachgeschichten vorzustellen, ist ganz, ganz schwierig, weil ihr macht Nerdtum, Film, Kultur, Bier trinken, wie man gerade gehört hat. All das im Podcast und seid wahnsinnig erfolgreich damit und dabei auch noch so sympathisch, das muss man ja auch noch nicht sagen. Das musst du jetzt natürlich sagen, hier in unserer Man-Cave. Hier geht's ja natürlich gleich los. Wir sitzen alle zusammen, jetzt wird sich erstmal gegenseitig der Sack gehalten. Ja. Alexa, du natürlich. Und wen ihr da gerade gehört habt, ist der Richard, das ist im Grunde genommen der Face, wer die Serie A-Team noch kennt. Also der Schönling, weil du gesagt hast, Geschichten, folgt ihm mal bei Instagram, dann wisst ihr, wovon ich rede. Ich hab ein super Arschbild zuletzt gepostet, ja. Ja, nackig im Garten. Ja, nackig im Garten, das war in Irland, weil das da so schön war, dachte ich, das muss ich jetzt mal machen. Mit meinem Morgenkaffee, mich nackt an die Klippe gestellt, das war toll. Das ist bei uns aber allgemein, wir sind ein bisschen wie das A-Team, Tobi, der nicht da ist, das ist der Sympathische. Ich bin der, der ein Konzept hat und Richard ist der Schöne. Ich bin laut, ich bin einfach da. Ja genau, und uns gegenüber sitzt der Podcast Hoaxilla und euch muss man eigentlich der Podcast-Welt auch nicht mehr vorstellen. Ihr habt euren elften Geburtstag gefeiert. Jetzt muss ich selber mal überlegen, es ist der elfte Geburtstag. Wir steuern ins zwölfte Jahr rein jetzt. Und was Hoaxilla machen ist, ihr beschäftigt euch mit Verschwörungsideologien und Verschwörungsmythen, mit lustigen, spannenden, skurrilen, auch mal traurigen Geschichten aus der Welt der Verschwörungsideologen. Ihr seid damit ja mittlerweile wirklich eine Institution in Deutschland, nicht nur in der Podcast-Welt. Ganz oft laden Zeitungen oder auch Fernsehsender euch als Experten ein, wenn mal wieder irgendein Thema hochkocht. Wenn ihr das hört, immer gerne, ladet uns gerne rein. Wir sind hartnäckig. Und ihr hört die wunderbare Stimme schon, sie ist Volkskundlerin und ein wandelndes Lexikon von einfach allem, was so mit Erzählformen, Sagen, Geschichten und so weiter zu tun hat, die liebe Alexa. Hey, und wenn ich nicht selber weiß, Dankeschön, Dankeschön, dann weiß ich zumindest, wo es steht. Das ist immer auch ganz wichtig. Ja, und der Hoaxmaster, wie er bekannt ist, er ist Psychologe und Reptilo... Diplom-Psychologe. Diplom-Psychologe, autorisierter Reptiloide der Hohlerde und wahrscheinlich einer der wenigen Podcaster in Deutschland, der immer noch seine Folgen selber auf seinem eigenen Rechner mit irgendwelchen Skripten zusammengebastelt hostet. Dafür Respekt und dafür mein Respekt und Abscheu. Er ist quasi so der Alchemist unter den Podcastern, könnte man sagen, oder? Er ist auch so bescheiden damit. Ich bin halt so alt, diese ganze neue Technologie, ich skripte das alles von Hand noch. Genau, die Idee, das Verschallplatten anbrüllen, haben wir eigentlich von Alexander übernommen, weil so hat er das früher wirklich gemacht. So Wachswalzen habe ich angefangen. Ich lese immer nur meine Karteikarten vor. Und ihr seid vom Hintergrund, ich sage das bestimmt falsch, aber ihr habt alle was mit Medien studiert, das muss man auch nochmal erwähnen, also ihr seid nicht nur lustig und habt Ahnung, sondern ihr habt auch Ahnung, weil ihr Ahnung habt, weil ihr das mal gelernt habt. Ich dachte, jetzt kommt der harte Diss von dem Diplom-Psychologen. Nein, nein, nein. Bei den Hoaxies, ich darf euch doch so nennen jetzt einfach, bestimme ich einfach so. Bei den Hoaxies ist es so, ihr seid Wissenschaftler beruflich und habt euch aber aus Fun ins Gebiet der Medien vorgedrängt. Und bei uns, den Kackies, ist es genau andersrum. Wir haben einen beruflichen Background als Medienschluffis, sind aber Hobby-Filmwissenschaftler und haben halt Spaß an diesem ganzen Science-Kack, also sind ja nicht nur Kack-Geschichten, sondern auch Sachgeschichten. Und ja, perfekte Mischung hier heute an diesem Tisch. Ja, denn was man nicht weiß, die Hoaxillers, die lassen das in ihrem Podcast ja nicht so raushängen, aber die sind in einigen Gebieten schlimmere Nerds als wir. Unbedingt. Zum Beispiel auch bei dem Thema, über das wir heute reden. Ja, wir haben 2000, um die Vorgeschichte zu beenden, wir haben vor mittlerweile über zwei Jahren, irre wie die Zeit vergeht, haben wir eine Folge gemeinsam über den Joker gemacht. Warte mal, wann war es? Dezember 19? Dann sind es nicht ganz zwei Jahre. Dann sind es noch nicht zwei Jahre, ja genau. Ja, fast zwei Jahre. Und, werden wir schon korrigiert hier, sehr gut. Der Mann kann Kopf rechnen. Manchmal. Als Psychologe. Das war eine epische Folge, die auch unsere beiden Communities wirklich gebauchpinselt hat. Und heute ist es soweit, wir sprechen über He-Man! I have the power! Wann ist das so schön, dass vorhin gesagt wurde, wir haben gefachsimpelt, was können wir jetzt als nächstes für ein Thema machen? Wir haben original nach der Joker-Folge, boah, das war geil! Boah, lass mal He-Man als nächstes machen! Boah, He-Man war geil! Ja, und wir haben ja ein kleines Ritual bei uns in der Show. Wir machen immer einen Einsatzvorfazit, beziehungsweise eine Erklärung zum Thema. Das macht sonst der Tobi. Heute jetzt in Vertretung mal der Richard. Richard, kommt ein Alien mit einem 8-Pack, mit ziemlich krassen Bauchmuskeln auf die Erde. Wie würdest du ihm erklären, was ist He-Man? Oh, die Serie oder He-Man selber? Keine Ahnung, das Alien weiß noch gar nichts. Ach so, also He-Man, die Figur, ist eine an den Barbaren-Mythos angelegte Kampfsaga, in der es um die Rettung und Verteidigung seines Heimatplaneten Eternia geht und des gesamten Universums, denn er ist der Master des Universums. Und die Serie ist eine US-amerikanische Serie, mal in Auftrag gegeben vom Filmation, glaube ich, die in den 80ern, ich glaube von 82 bis 85, sehr erfolgreich war und dann knallhart abgestürzt ist und jetzt ein Revival erlebt, zur leider Kritik von einem meiner Lieblingsregisseure, Kevin Smith, aber da reden wir bestimmt noch drüber, denn, ja, wir kommen an dem Remake vorbei. Das war ein langer Satz. Das war eines Tobis würdiger langer Satz. Ich muss auch echt, ich habe Schnappatmung. Mein Fazit wäre ja, He-Man and the Masters of the Universe ist die Definition von Kult und wir können mal daran festmachen, wie ein Kult entsteht, weil das finde ich am faszinierendsten, dass etwas, was einfach, ich habe das ja, ihr seid ja sehr jung, ihr habt das ja nicht mehr, ich habe das ja als Jugendlicher im Fernsehen miterlebt. Tobi und Richard. Aber jetzt, Vorsicht, Tobi, Richard und ich feiern nächste Woche unsere 17. Geburtstage, ja? Okay, Entschuldigung, das habe ich, ja, dann seid ihr langsam auch in die Wahl. Und das war aber der Witz, dass wir gesagt haben, das ist ein geiles Thema und dann der Mann mit dem Plan, der Fred, hat gesagt, ah, das ist aber schon auch ein bisschen aus der Welt, wie kriegen wir denn da den Aufhänger? Und dann gab es aber den Hinweis, guck mal, Kevin Smith macht da was, wenn die Serie gestartet ist, können wir drüber reden und das ist natürlich eine Kontroverse, die durch das Netz wabert weltweit und das ist natürlich ein super Aufhänger. Mega. Über die Serie würde ich sehr, sehr gerne noch reden, weil ich muss, ich habe noch eine Entschuldigung eigentlich an die Community abzugeben, aber da reden wir nachher drüber. Sag mal, Alexa und Alexander, was fasziniert euch an He-Man? Warum seid ihr an diesem wunderbaren Freitagabend bei uns hier im Podcaststudio, um eine Folge über He-Man aufzuzeichnen? Ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, irgendwie das geht um meine Kindheit, das geht um Sachen, die ich irgendwie damals richtig mitgekriegt habe. Ja, nee, der Typ ist heiß, ne? Das geht noch. Sowieso. Aber ich habe damals die Serie überhaupt nicht geguckt als Kind. Ich habe irgendwie sowieso keine Zeichentrickserien geguckt aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube, das lag daran, dass wir irgendwie relativ spät Kabelfernsehen gekriegt haben und ich war irgendwie aus dem Alter raus, dass das irgendwie funktioniert hat, als die dann lief. Aber ohne die Serie zu kennen, kannte ich ganz viele Leute an der Schule, die die Figuren gehabt haben. Und ich fand die halt auch toll. Meine Eltern fanden sie natürlich furchtbar, weil die halt auch die Geschichte nicht kannten. Und dann bin ich immer irgendwie zu meinen Playdates gegangen als Kind und die hatten die dann alle und irgendwie Castle Greyskull und so. Ich fand das so toll, weil du halt auch die Eltern ein bisschen provozieren kannst damit und so. Und das fand ich super. Insofern ist es doch irgendwie ein bisschen Teil meiner eigenen Geschichte. Du hast als kleines Mädel, hast du deine Eltern mit He-Man und Co? Ja, geärgert. Ja, meine Eltern waren halt echt so drauf. Irgendwie Barbie ist total scheiße, He-Man und der ganze Rotz ist noch viel schlimmer und eigentlich soll sie am besten nur lesen und auch am besten nur Karl May und so. Und insofern war das halt alles pure Provokation. Also sowas kann auch arg nach hinten losgehen. Wir haben das auch bei meiner Cousine probiert oder es wurde probiert von der Familie aus, als sie kleiner war, was mittlerweile dazu führt, wenn es dann heißt, hey, hast du mal Bock ins Theater zu gehen? Oh nee, nee, schon wieder. Hat die Kaffung drauf. Und Alexander, du bist totaler He-Man-Crack, oder? Du hast uns sogar hier ein paar Spielfiguren mitgebracht. Ja, also ich, genau, was Fred gerade in der Hand hat, ist von Megakonstrux. Das ist im Prinzip die Firma, die Klemmbausteine herstellt aus dem Mattel-Konzern. Megablocks war eine kanadische Firma, ist dann von Mattel geschluckt worden. Und vor einigen Jahren hat Mattel angefangen, über diese Klemmbausteinschiene wieder Sets aufzulegen. Das heißt, man kann inzwischen Figuren, auch Castle Greyskull, die Burg von He-Man, alles als Klemmbausteinsets in sehr, sehr guter Qualität erstehen. Das wirkt alles so ein bisschen, ich habe gerade Battle Cat hier in der Hand, das wirkt alles so ein bisschen wie so große, sehr gelenkige Polly Pocket. Genau. Ja, das Problem ist, dass der Lego nach wie vor jeden vom Tisch klagt, der auch nur irgendwas macht, was irgendwie eine Anlehnung an die Lego-Minifiguren hat. Und Megakonstrux wollte ja vor Jahren schon nach Europa und Deutschland drängen, ist da von Lego vom Markt geklagt worden, haben den Schwanz dann eingekliffen. Also Mattel, muss man sich mal überlegen, kneift den Schwanz ein. Und deswegen haben die jetzt diese Figuren, die im Prinzip wirklich, wie du sagst, sehr bewegliche Minifiguren sind, eher so Actionfiguren in einem sehr kleinen Maßstab. Und damit kann Lego halt kein Problem haben, weil die strukturell komplett anders aussehen. Die sind aber auch echt schön. Jetzt hör mal auf mit der Schleichwerbung, Alexander. Ich will deine persönliche Beziehung zum Sixpack. Ja, also ich... Also Mattel hat mir gesagt, ich soll folgendes sagen. Nein, aber wenn Mattel jetzt entscheidet, dass das eine gute Werbung wäre, die Kontonummer findet ihr auf der Homepage von... Nein. Ich komme ja aus einem klassischen Arbeiterhaushalt, was ich mit einem gewissen Stolz auch sage. Das heißt, finanziell waren wir nie auf Rosen gebettet. Und ich bin Baujahr 75. Das heißt, so 82, 83, als He-Man durchgestartet ist, war ich im Prinzip im Alter der Kernzielgruppe. Sieben, acht Jahre. Das war Junge. Das war ja das, worauf Mattel das ausgerichtet hat. Und ich hatte dann auch Freunde, die das hatten. Bei uns war es finanziell gar nicht so, dass ich es mir wünschen konnte. Weil obwohl die im Vergleich zu heute natürlich lächerlich günstig waren, die Figuren, war das zu viel Geld, um irgendwelche komischen Figuren zu kaufen. Das haben meine Eltern nicht gemacht. Sodass ich auch über Playdates da rangekommen bin, bis hin zu Freunden dann aus den Rippen zu leiern, mal zwei Figuren geliehen zu bekommen. Und dann kriegt man natürlich die Figuren geliehen, die am beschissensten wahrgenommen werden, also die keiner haben will. Hast du ein Stinkhoch bekommen, ja? Nee, ich habe damals bekommen... Many Faces? Nee, ich habe einen Skeletor gekriegt, weil der war doppelt. Den durfte ich haben. Ach, ein Wohlstandskind, ja? Lehrer Sohn. Der hatte auch Castle Greyskull und, glaube ich, vier Fahrzeuge mindestens. Das war irre. Das war ein sehr geile Playdate. Der war ja dann schon als Kind hassenswürdig. Ja, aber der hatte halt alles. Und der hatte auch Castle Greyskull und der hatte hinterher auch Snake Mountain. Also der hatte beide Burgen. Geil auch. Das war schon ziemlich fett. Witzig, bei mir war es nämlich genauso. Ich habe selbst nie eine He-Man-Figur besessen. Und als Kind der 90er war ich eigentlich auch schon zu spät dran, weil die Figuren ja in den 80ern groß waren. Aber mein Kumpel Jan bei mir auf der Straße, der hatte von seinem älteren Bruder Das geerbt. Noch fast das komplette He-Man-Set zu Hause stehen. Und auch Playdate, wie ihr so schön sagt, haben wir dann da Castle Greyskull beschützt. Ja. Und dann habe ich tatsächlich dann bei meiner Tante, wir hatten auch kein Kabelfernsehen, meine Tante hatte Kabelfernsehen. Die hatten dann das kleine Zimmer. Wenn wir da zum Besuch waren, durfte ich immer in das kleine Zimmer. Das war so ein kleines Wohnzimmer, da stand ein kleiner Fernseher. Und da habe ich dann tatsächlich She-Ra immer geguckt auf Tele 5 seiner Zeit. Und She-Ra war ja dann die von Mattel geplante Serie für die Mädchen. Die hatte ich übrigens hinterher aus irgendwelchen Gründen. Aber ich weiß nicht mehr, ob mir die irgendwer geschenkt hat oder so. Warte mal warum, Marketing. Natürlich hattest du die. Ja, ja, klar. Und da bin ich dann in die Welt von Iternia in der Serie abgetaucht. Weil vorher, und das ist ja auch das Faszinierende, die Serie kam ein bisschen nach den Figuren im Grunde genommen. Vorher hast du ja diese ganze Lore, sag ich mal, die wir heute haben, die hattest du als naives Kind ja gar nicht. Du hast die Figuren gehabt, die waren explosiv genug, dass du dir deine Geschichten ausgedacht hast. Und alles, was dann drumherum kam, also bis hin zu Adam, der sich in He-Man verwandelt durch das magische Schwert. Am Anfang hast du das gar nicht gehabt. Es gab keine Adam-Spielfigur, ja. So, und insofern ist das dann über die Jahre gewachsen. Und jetzt natürlich im hohen Alter und als Nerd und als Klemmbaustein-Freund kaufe ich mir natürlich alles, was es gibt, nach. Bisschen zu einem Set, was es mal exklusiv auf der San Diego Comic Con gab und auch nur dort, was ich mir dann für, hör mal grad weg, Unsummen über Ebay ersteigert habe und dann den Händler noch runtergehandelt mit der Aussage, komm, geh 10 Dollar runter, sonst lässt sich meine Frau scheiden. Das ist nämlich ein Battle Bones, den ich habe, aus Megakonstruktion. Das ist so ein Dinosaurier-Skelett. Und das war damals gedacht, dass du die Figuren reinhängst. Das war ein Tragekoffer für die Figuren. Das war so ein langer Dinosaurier und dann konntest du in die Rippen acht Figuren reinhängen und die Schnauze von diesem Dinosaurier konntest du aufmachen und die Waffen- und Ausrüstungsgegenstände reinlegen. War geil, ey. Und das hat dann so ein Tragegriff. Und das sieht auch richtig geil aus. Genau. Solche Spielzeuge werden heute einfach nicht mehr gemacht. Ich meine, klar, das ist jetzt hier alter Männermodesein. Führer, genau. Aber trotzdem, was die sich da an Figuren halt auch ausgedacht haben, das war schon geil. Ich bin an He-Man gekommen, weil mein Vater arbeitet ja in einem Kino und war früher auch schon ein sehr, sehr großer Filmfan. Also ich hab alles, der hat mich da halt so reingeworfen, weil er hat immer sehr viel Filme geguckt und meistens auch sehr cheesige Sachen. Und er hat irgendwann mal, als wir in der Videothek waren, hat er dann gemeint, Richard, sag mal, kennst du eigentlich He-Man? Kleiner Richard so, mäh. Und dann hat er tatsächlich den alten Dolph Lundgren Master auf die Universers ausgeliehen. Das war mein Einstieg in He-Man. Das war aber nicht so schön. Ich hab Dolph Lundgren dann gesehen und war aber als Kind, ich fand das geil. Ich war total, das war bescheuert hoch 10. Ich kann auch heute, also, ich kann halt auch nicht schlecht über diesen Film reden, weil ich bin kindlich zu sehr... Das mache ich nachher. Ich bin kindlich zu sehr verklärt, als dass ich sagen könnte, ich finde den Masters of the Universe scheiße. Das ist ein Guilty-Pleasure-Film, ich sehe das vollkommen ein, aber ich liebe ihn. Und darüber... Das war das halt nix, ne? Das Geile war, der hatte, wir haben das dann auf Videokassette, wir haben wirklich diese Videokassette so oft ausgeliehen, bis mein Vater irgendwann einen zweiten Videorekorder gekauft hat und die kopiert hat. Nein, echt? Und er hat sogar noch den Kopierschutz von der Videothek damals geknackt, aber der ist Elektromechaniker, der kriegt sofort irgendwie hin. Und dann lief aber irgendwann... Du meinst Plastik-Nupsis rausbrechen, ganz genau. Und es lief dann aber, aber halt so, dass es die Videothek nicht mitkriegt, weil die gucken das ja nach. Aber jedenfalls lief dann irgendwann im Fernsehen auch He-Man dann, die alte Serie aus den 80ern. Und da war auch immer so mit dem Fernsehen, ja komm, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Ey, He-Man läuft, Richard, komm her. Und dann durfte ich He-Man gucken. Und das war geil. Und dann bin ich sogar auch mal zum Fasching als He-Man gegangen. Da hab ich so einen fleischfarbenen Ganzkörper-Pulli halt irgendwie gekriegt. War wahrscheinlich ein normaler Pulli, ich war nur zu klein. Und dann so zwei, also richtig billig, weißt du, so zwei Gürtel drum geschnallt, dann hab ich so einen Plastikschall und dann war ich halt He-Man. Und dann den ganzen Tag immer He-Man gebrüllt. Fand ich cool. Also falls es da draußen jetzt Hörer gibt, die wirklich noch nicht wissen, was He-Man ist. So. Mal ganz kurz zusammengefasst. He-Man ist ein ultrabrudaler, muskulöser Krieger. Nein, der ist ja gar nicht brutal. Er sieht nur so aus. Also von der Optik her. Ja, brutal von der Optik. Genau, mit seinem Gegenspieler Skeletor, dem fiesen Skelett. Und die Handlung dreht sich um Schloss Greyskull, das Geheimnis des Universums und überhaupt alles beherbergt. Und das Ganze basiert auf einer Spielzeugreihe von Mattel aus den frühen 80ern, die dann als erste Firma tatsächlich nur, um die Spielzeuge zu verkaufen, eine Cartoon-Serie gemacht haben. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Erst haben sie ja das Comic gemacht. Das war ja aus der Not heraus. Aber reden wir nicht. Ja, genau. Und daraus wurde ein gigantischer Erfolg. Die haben in den 80ern wirklich alles weggefegt. Fünf Jahre lang. Ja, bis dann der große Einsturz kam. Und dann war es vorbei. Und bis heute... Aus einem ganz banalen Grund vorbei. Aus einem vollkommen banalen Grund. Bis heute ist das eine der erfolgreichsten Spielzeugserien aller Zeiten. Absoluter Kult für Generationen von Kindern und großen Kindern. Ja. 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 Und gab jetzt, wie schon angedeutet, eine kleine, naja, eine Sequel-Serie im Prinzip von Kevin Smith. Ganz neu bei Netflix, worüber wir später noch sprechen werden. Genau. Es gibt irre viele Auskopplungen. Es gibt viele, viele Spin-Offs und Remakes und Comics und Gedöns. Und wir können heute auch wirklich nur auf einen Bruchteil eingehen. Also, wir sprechen heute über den Mythos im Allgemeinen, würde ich mal sagen. Ja, ja. Das ist auch so die ganze Geschichte drumherum. Was so als Cash Grab anfing, ist halt tatsächlich für alle Beteiligten ein heftiges Herzensprojekt geworden. Also, halt auch so jetzt im Zuge der Recherche habe ich auch wieder sehr viel He-Man geguckt und gerade die alte Serie aus den 80ern. Was die sich nicht rein handwerklich für eine Mühe gegeben haben, aber was die sich Storytelling-technisch für eine Mühe gegeben haben, einem gewissen Anspruch gerecht zu werden, dass da auch immer eine gute Moral für die Zielgruppe, halt für Kinder halt gerade rauskommt. Das vermittelte halt einem als Kind auch schon den Eindruck, Erwachsene wissen, wovon sie reden. Wenn du dann selber erwachsen bist, weißt du, keiner hat einen Plan von irgendwas. Aber das war so, das war geil. Das war wirklich, wirklich mit Liebe gemacht. Und das Ganze halt irgendwie im Prinzip aus einer Konkurrenz bei Mattel heraus zwischen den Jungs und den Mädels, wenn du so willst. Also, irgendwie, die hatten, was Barbie angeht, natürlich irgendwie eine riesen Cash-Cow. Das lief wie geschmiert und dann irgendwie, was haben wir an Spielzeug für die Jungs? Da gibt es irgendwie nicht viel. Was machen wir denn da? Und der Witz ist ja, wenn ich mal einsteigen darf, fangen wir erstmal mit der Spielzeugserie an, weil das ist ja der Ausgangspunkt. Genau, fangen wir beim Anfang an, wo kommt es denn her? Wo kommt es denn her? Und da muss man sogar noch einen Schritt vorher gehen, was ist denn doof gelaufen? Denn es gab Ende der 70er einen jungen Filmemacher, der bei Mattel vorstellig geworden ist und gesagt hat, pass mal auf, ich plane hier so einen Weltraumfilm zu machen, ein bisschen mit Märchenanklängen und so und ich suche einen Merchandise-Partner. Einfach der Einfache, nennen wir ihn Lukas. Und dann hat Mattel gesagt, ach nee, ich glaube, da sehen wir keine Zukunft drin, sorry, wir die Kleinen das mal. Der junge Mann ist dann zu einer anderen Spielzeugfirma namens Kenner gegangen und es handelt sich tatsächlich um George Lukas. Das heißt, Mattel hat die Lizenz von Star Wars, die ihnen angeboten worden ist, abgelehnt. Star Wars erschien, die Spielreihe von Kenner ist ja auch History, da könnte man auch drüber reden über den Erfolg und natürlich haben die bei Mattel gesessen und haben gesagt, verdammter Hacke und haben dann gedacht, wir müssen in diesen Markt rein. Wir haben die Mädchen, Alexa hat es gesagt, abgedeckt, aber was machen wir für die Jungs? Dann haben sie, das Thema Militär war abgedeckt durch G.I. Joe, da brauchst du in Amerika gar nicht rangehen, das war einfach aufgeteilt, da konntest du nichts reißen. Dann haben sie eine Figur entwickelt, die spielt nachher noch eine Rolle namens Big Jim, also ein Abenteurer und der war so semi-erfolgreich, eine relativ große Spielfigur, deutlich größer als die Kennerfiguren und auch deutlich größer als die He-Man-Figuren hinterher und das lief so mäßig erfolgreich. Das hat aber nicht genügt, man wollte in den Markt rein und dann haben die im Grunde genommen, so wird es kolportiert, ob es wöchentlich, weiß nicht, aber wöchentlich neue Konzepte für Spielzeug sich gegenseitig vorgestellt und dann irgendwann hat ein Typ so eine Big Jim Figur genommen, hat er mit Plaste Muskeln dran gemacht. Und Lehm und Lehm. Genau, er hat ausgerechnet, dass diese Figur ungefähr 140 Kilo als Mensch wiegen müsste, weil da so viel Muskelmasse dran ist. Und das haben sie dann gekauft und dann hat er ihnen auch den Namen He-Man gegeben. Moment, er hatte drei, er hatte drei vorgescheinend, er hat sich diese Gym-Figuren genommen und genau, er hat ja aus Teilen auch von dem Star-Wars-Set hat er noch Rocketman, glaube ich, gemacht. Mit so einem Boba-Fethelm. Mit so einem Boba-Fethelm, der einfach so zugespitzt war, sah aus wie eine riesige Rakete, der Typ. Und dann hat er ja noch einen gehabt, da hat er einfach einen Spielzeug-Panzer genommen und hat den dem auf den Kopf gesetzt. Tank-Head. Tank-Head. Und dann hat er noch diesen extremmuskulösen einfach gehabt und diesen Barbaren. Und ich meinte, was ist das denn für einer? Ja, das ist He-Man. Und da guckten die sich ja an, es gibt eine sehr geile Doku dazu auf Netflix, und da guckten die sich an und waren so, boah, ja, Mann, He-Man. Weil Mattel war zu dem Zeitpunkt echt gesaubeutelt, weil die haben sich, ja, wie du schon sagtest, die haben Star Wars gehen lassen und dann haben sie versucht, ganz billig mit anderen auch Raumfahrer-Geschichten in diesen Markt reinzukommen und haben sich ja mächtigst verhoben, auch mit Flash Gordon. Das stimmt, genau, ja. Nochmal in seiner unmissverständlichen Brutalität, sie haben den Deal mit Star Wars abgelehnt wegen zu hohen Lizenzgebühren. Der wahrscheinlich größte Fehler in der Geschichte der Firma Mattel und haben relativ schnell gecheckt, dass das echt scheiße war, was sie da gemacht haben. Ja, und haben dann fieberhaft an der neuen Actionfigur rumgebrainstormt und, ja, so wurde der He-Man geboren. Supergeile Anekdote, finde ich, aus dieser Phase. Die haben Marktforschung gemacht. Ja. Die haben Fünfjährige einfach spielen lassen und die beobachtet. Wahrscheinlich so ganz oldschool durch so einen Spiegel, durch so eine halbverspiegelte Wand, ne? Und wollten rausfinden, was Fünfjährige wollen. Und die haben dann die Beobachtung gemacht, hey, wenn Fünfjährige miteinander spielen, dann argumentieren sie, wenn sie sich gegenseitig überzeugen wollen, eigentlich immer so, du machst das jetzt, weil ich es dir sage. Also, hey, ich schieße dich kaputt, so typischer Dialog. Ich schieße dich kaputt. Nein, ich mache dich mit dem Schwert kaputt. Nein, ich überrolle dich jetzt, weil ich es dir sage. Also so sinngemäß. Und daraus haben sie geschlossen, was wollen Fünfjährige? Sie wollen Macht. Macht und, wenn ich es noch einmal ergänzen darf, auch Eltern haben ja die Macht über Kinder gehabt. Das heißt, wenn die gesagt haben, räum dein Zimmer auf, warum? Weil ich es dir sage, mussten sie das tun. Und das ist natürlich auch dieses Machtmotiv. Es geht nicht nur um Kampf und Zerstörung, sondern überhaupt das Gefühl, Macht über das eigene Geschehen zu haben. Das kam auch noch hinzu. Das klassische Empowerment. Genau. Also beides natürlich. Die klassische Selbstwirksamkeit nennt ihr es immer, aus psychologischer Sicht. Genau, genau. Ja, und dann haben die Spielzeugmacher aus diesem Wissen heraus, haben sie sich gedacht, okay, Stumpf ist Trumpf, Schlichtheit ist der Schlüssel zum Erfolg und haben den Kids mehrere Prototypen vorgestellt, wie einen Polizisten, einen Soldaten, einen Weltraumhelden und auch einen axtschwingenden Barbaren. Ja, und die Kids haben sich dann tatsächlich dazu entschieden. Sie haben gesagt, ja, ich möchte so sein wie der, wie der muskelbepackte Barbarentyp. Genau. Und dann gab es die erste, es ist vollkommen irre, und dann gab es so die erste Serie. Ich finde es vollkommen verständlich, wenn du dich halt so wirklich ein bisschen in das Kopf, ich meine, wir sind ja alle große Kinder, ne? Na klar. Und das ist halt einfach, das spricht halt an, das ist ja so ein übertragenes, klassisches, krass hochstilisiertes Männerbild hier halt auch. Ich meine, klar, er beruht auf Conan, Conan dem Barbar, Schwarzenegger war gerade im Kommen. Das ist ja eine Erscheinung. Sag das nicht, sonst klagen die gleich wieder, weil eine zweite Story ist ja, dass übrigens Mattel im Grunde genommen die Lizenz für den Conan-Film machen wollte. Die wollten ein Spielzeug zum Conan-Film, die waren in Vorgesprächen. Dann haben sie irgendwann den Film gesehen und haben gesagt, boah, es ist viel zu brutal, das machen wir nicht als Spielzeug. Und hinterher ist dann natürlich der Produzent, Executive Producer von Conan dem Barbaren an Mattel reingegangen, hat die erstmal verklagt. Weil er hat gesagt, naja, hier, He-Man ist halt Conan der Barbar. Er wollte zwar nicht die Lizenz, aber habt es dann trotzdem gemacht. Das wird nicht billig für euch. Das heißt, das war auch noch ein Lawsuit, den es dann gegeben hat, von dem ich jetzt gerade gar nicht weiß, wie der ausgegangen ist. Soweit ich weiß, hat Mattel den gewonnen. Die konnten wohl zeigen, dass es nur eine geringe Verwechslungsgefahr zwischen He-Man und Conan gibt. Wenn du dir mal die Beschreibung von Robert E. Howard anguckst, wie Conan der Barbar aussieht. Also ich meine, klar, muskelbepackt auf jeden Fall, aber ansonsten total anders. Ja, stimmt. Fellbehang, hat schwarze Haare eigentlich. Ich wollte gerade fragen, ob du das mal beschreiben kannst. Ja, also wie gesagt, der Witz ist, der ist gar nicht so barbarisch, wie er dann im Film irgendwie rüberkommt, weil der Conan aus den Büchern eigentlich eher jemand ist, der wirklich sich auf so eine Heldenreise begibt und dann am Ende aber auch als König endet und wahnsinnig viel über sein Land gelernt hat und wirklich auch sich die Fähigkeit angeeignet hat zu regieren, weil er eben seine Führungsqualifikationen selber ausgebildet hat und weil er sich darin geübt hat, Gutes zu tun. Also er muss halt diese ganzen Questen hinter sich bringen und irgendwelche Demsels in Distress retten und gegen Monster kämpfen und so weiter. Aber im Grunde genommen hat er diese ganzen Fähigkeiten schon in sich, muss sie dann aber wirklich noch freilegen, um dann am Ende als König zu regieren. Und das Ganze ist natürlich Pulp Fiction, so aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und in Magazinen veröffentlicht von Robert E. Howard und bei den Weird Tales erschienen und so ganz klassische Low Fantasy, also wirklich so persönliche Entwicklung der Charaktere und so ein bisschen Humor auch mit drin. Und auch so richtig Dark Fantasy, so super düster. Ja, auf jeden Fall. Also diese ganzen Kulte, die da beschrieben werden, die haben schon echt was Düsteres und diese ganzen dunklen Zauberer und so weiter. Aber die sind natürlich wesentlich brutaler schon, als das dann hinterher bei He-Man der Fall ist in der Serie, weil der ist ja eigentlich gar nicht wirklich brutal. Aber es ist auch nicht ganz so krass, wie sie das dann hinterher im Film umgesetzt haben. Das ist ja wirklich so ein Ding von He-Man, dass er ja wirklich, er ist ja nicht, klar, er versucht vieles mit Hau drauf zu lösen, aber er begeißelt und bestraft sich auch selber dafür, wenn er unüberlegt handelt. Ja, und du merkst halt auch immer, und deshalb glaube ich auch, dass das für kleine Jungs im Besonderen, also Mädchen haben auch mit He-Man und Masters of the Universe Figuren gespielt. 20 Prozent, glaube ich, waren das bei der Spielzeugserie. Aber gerade für kleine Jungs war das natürlich irgendwie, gerade der Barbar, spannend, glaube ich, weil du da so eine Wildheit drin hast, die du aber dann für Gutes nutzt. Also er ist ja nun mal wirklich unbestritten der Gute und kommt gleichzeitig so völlig furchteinflößend rüber. Und ich glaube, das ist eine Kombi, die einfach super gut funktioniert. Ja, ist egal, ob irgendwie 5 oder 35, wenn du mit einem Jungen in den Wald spazieren gehst, früher oder später so eine Gruppe Jungs und einer kommt wieder mit einem richtig geilen Stock. Ja. Und alle Jungs stehen da, boah, das ist ein geiler Stock. Ja, ein bigger Stick, ja, genau. Und das Lustige ist ja, dass diese, aber diese ganzen Charakterzeichnungen in den ersten, in der ersten Phase gab es ja auch nur ein ganz paar Figuren. Es gab dann eben den Totenkopf-Gegenspieler Skeletor, der war halt auch sofort böse, ein bisschen ja wie gefattert tot, allerdings nicht in schwarz, sondern eher so in lila. Blau, lila. Die Fliederfaden irgendwie, die Fliederfarben der Wurst. Und das Arschloch-Violette. Ja. Und dann, du hast es richtig gesagt, Richard, haben sie sich ja überlegt, wie kriegen wir denn irgendwie die Kinder auch dazu, dass sie wissen, was sie da spielen. Und dann haben sie ja die Idee gehabt, wir legen jeder Figur einen kleinen Comic bei. Das war ja auch so ein Kunstgriff, den Mattel gemacht hat, der erstmal geholfen hat, damit die Kinder also nicht nur die Figuren hatten, sondern eben auch einen Comic hatten und da reinlesen konnten. Ja, die Anekdote dahinter ist folgende. Sie hatten, als sie dann die Linie entwickelt hatten, hatten sie, klar, ein Spielzeughersteller braucht ein Spielzeugvertreiber. Und da haben sie nach und nach die ganzen großen Spielzeugfirmen, also die Verkäufer halt eingeladen, hatten Child World da. Das ist in den USA. Zu dem dameligen Zeitpunkt war das der zweitgrößte Spielzeugvertrieb überhaupt. Riesending, riese Werbung. Wenn du was wolltest, bist du, wenn du nicht bei Toys R Us warst, bist du Child World gegangen. Und die haben sich das angeguckt und meinten dann halt zu denen so, ja, euer He-Man ist ja ganz nett und ganz nice. Ja, aber jetzt im Vergleich zu Star Wars. Da gibt's halt Filme und die Leute kennen die Figuren und die Lore und das alles. Ja, wie wollt ihr denn das machen? Und da hat einer von den Produzenten, weil die haben da gar nicht drüber nachgedacht, hat einen Kurzschluss gehabt. Hat improvisiert. Und der improvisiert meinte, ja, wir machen Comics. Die so, ey, das ist ja eine hammergeile Idee, wann hast du dir das ausgedacht? Ehrlich gesagt gerade eben. Genau. Stimmt. Und selbiges ist dann zwei Monate später mit Toys R Us passiert, weil die dann meinten so, ja, okay, die Idee mit den Comics zu den Spielzeugen, ja, mega geil. Aber ihr sagt, eure Spielzeuge sind ab fünf Jahren. Die lesen noch nicht. Fünf Jahre können ich lesen. Ja, daran haben wir gedacht, wir machen ein wöchentliches einstündiges Fernsehspecial. Ja, sie wollten ursprünglich zwei einstündige Specials haben und dann sind sie zu der Animationsfirma, die das gemacht hat. Wie hielten sie nochmal? Filmation. Filmation, die so bekannt waren für so Samstagmorgen-Cartoons. Die haben so Scooby-Doo und... Die waren sehr bekannt, ich glaube, das war irgendwie... Ja, die haben Scooby-Doo, Ghostbusters und Tom & Jerry zum Beispiel gemacht. Und übrigens die Star Trek The Animated Series übrigens, mit den Originalstimmen von Kirk, Spock und Piller seiner Zeit. Auch das ist eine Filmation-Produktion. Die haben sehr viele Memes produziert. Das stimmt. Ach, ist das die, die bei uns auch rumsteht? Ja, klar. Okay, alles klar. Und die... Wie heißen sie? Filmation? Nee, nee. Filmation. Filmation. Nicht Filmation. 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 Komischer Name. Also Filmation haben denen dann wohl gesagt, zwei einstündige Specials. Ja, okay, gut. Für die Kohle können wir euch auch eine ganze Serie machen. Und dann haben sie es getan. Und so erschien die erste Masters of the Universe Serie. Filmation. Und die Reihe war... Da, 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 da. Ed hat das nur nicht im Studio angehabt, deswegen ich dann auch wieder angefohlt zu gucken. Es geht einfach so. D, 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 diese hellen Posaunen ist das einfach großartig. Die Reihe war einfach ein super Erfolg, geschätzt haben sie über 1,2 Milliarden Steine gemacht mit dem Verkauf der Figuren, zusammen mit Barbie das erfolgreichste Mattel-Franchise bis heute, leider ging das Ganze dann bereits im Jahr 87, also fünf Jahre nach der Geburt He-Mans zu Bruch. Ähm, wenn die Anekdoten, die man so aus den Dokus und aus den Berichten kennt, stimmen, ähm, unter anderem, weil sie zu wenig He-Man und Skeletor-Figuren hatten, weil es sind, wir klicken gleich noch auf die Charaktere ein, die ursprünglich dabei waren, dieser Cast an Figuren ist innerhalb kürzester Zeit komplett irre angeschwollen. Die haben alles, Fahrzeuge, Figuren, neue Bösewichter, also die haben jedes Jahr einfach so viel nachgelegt, dass der Markt komplett gesättigt war. Ja, und die Kinder wollten halt aber trotzdem alle noch He-Man und Skeletor und nicht den Bienenmann oder Stinkchor. Du meinst Buzz-Off. Buzz-Off, genau. Buzz-Off, was übrigens übersetzt heißt verpistig. Ja, genau. Und angeblich haben die einfach den ganz plumpen Fehler gemacht, dass sie zu wenig He-Man und Skeletor-Figuren gedruckt, sag ich jetzt mal, haben, hergestellt haben und irgendwann war die Reihe dann nicht mehr attraktiv, weil niemand den Bienenmann haben wollte. Ja, was sie aber mit He-Man halt auch wirklich gemacht haben, weil du musst dir mal überlegen, das war zu einer Zeit, als halt auch die Transformers total angesagt waren. Und mit He-Man und den ganzen Freunden in Eternia und Co., damit hattest du was in der Hand, was damals einmalig war. Weil Transformers, würde ich jetzt mal sagen, die Prämisse dahinter ist eindeutig. Die verwandeln sich. Entweder zu Autos oder zu Waffen, also die Transformers oder die Decepticons. Bei He-Man hast du halt so die Boyband unter den Actionfiguren und der Sagen gestalten. Das hatte unendliche Möglichkeiten. Jeder konnte einen anderen spielen. Man at Arms ist genauso wichtig wie He-Man. Tila ist genauso wichtig wie He-Man. Das haben wir vorhin schon angedeutet. In der ursprünglichen, im ursprünglichen Figuren-Set von Mattel gab es nur acht Figuren. Solche Figuren wie Orku, der lustige kleine Magier, der schusselige Zauberer, die kamen erst in der Zeichentrickserie dazu. Auch erst in der Zeichentrickserie kam die Idee auf, dass He-Man eigentlich Adam ist im Alltagsleben. Was man auch sagen muss, die Figuren erst auf dem Markt waren, haben dir die Option gegeben, ein deutlich düsteres Spiel zu ermöglichen. Mit der Serie erst wurde ja deutlich, dass He-Man niemals einen Gegner getötet hat. Es gab ja keine Toten in der Serie. Die haben immer gekämpft. Dann sind sie geflohen, die Bösewichte, weil He-Man natürlich immer gewonnen hat. Und in der nächsten Woche waren sie wieder alle da und hatten einen neuen Plan. Das war ja die Prämisse. Naja, und wenn He-Man eins auf die Nase gekriegt hat, dann hat er halt auch gesagt, oh, das tut aber weh, mach das besser nicht. Genau. Das war dann für die Eltern auch wieder sehr schön. Und das hat natürlich dann auch nochmal was für die Kinder bewirkt. Und das hat vor allen Dingen gesellschaftlich bewirkt, wenn die Eltern das mitgeguckt haben, dass diese gräußlichen Figuren, da komme ich nachher nochmal drauf, was so die Elterngeneration zu diesen Spielzeugen gesagt hat, etwas entspannter waren. Man hat die Serie gesehen und, ganz kurz letzter Satz, Richard hat es angedeutet, jede Folge dieser Filmation-Serie endete und dann gab es einen Cut of Black und dann gab es mindestens zwei Charaktere der Folge, die dann wieder nochmal vor der Kamera stand und sagen, heute haben wir gelernt, dass man sich auf Freunde verlassen muss. Nur wenn man gute Freunde hat, kann man auch schwere Prüfungen in seinem Leben überleben. Nicht wahr, Orko? Ja, He-Man, genau das haben wir heute gelernt. Und so solltet ihr es auch haben. Achtet immer auf eure Freunde und ihr werdet alle Probleme bestreiten. Und dann kam der Abspann. Alter, das war aber gut. Ja, also genau so war das, ja. Man merkt gerade den alten Rollenspielmeister bei dir. Und das hat natürlich auch irgendwie so geholfen, dass diese gräußlichen Figuren sozusagen in den Kinderzimmern, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten anerkannt waren, weil die hatten eine Moral am Ende. Das hat die Eltern besänftigt. Ja, wir machen kein Geld mit Blut und Verderben, nur weil er ein Schwert hat, aber der weiß damit umzugehen. Also was du ja, was Alexa ja auch sagte bei Conan, es ist ja dieses Mr. Miyagi-Prinzip. Kämpfen zum Verteidigen, nicht zum Angriff. Ja, und die Spielsachen an sich, gerade das erste Set, die sehen schon relativ düster aus. Und die Designer, die Spielzeugdesigner haben ja auch Dark-Fantasy-Sachen wie zum Beispiel Conan im Kopf gehabt, als sie diese Spielzeuge designt haben. Aber die Zeichentrick-Serie, weil der Scheiß läuft halt Samstagvormittag und kleine Kinder sehen das. Da hat dann halt Orku aus Versehen irgendwie einen falschen Zauberspruch gemacht und dann ist dem König ein Kelch mit Wasser über den Schoß gelaufen. Hihihihi. Nee, es war immer Man at Arms. Ja, wenn Orku was versaut hat, war immer Man at Arms, war immer das. War der mit dem herzhaftesten Schnauzbart überhaupt. Neben Fisto. Oder Battle-Cat-Fisto. Das übrigens, auch nochmal ganz kurz, also auch diese Geschichte mit Battle-Cat, also Cringer, die kleine lustige Katze, die dann zu Battle-Cat wird. Die immer Angst hat. Wie ist es dazu gekommen? Man könnte sagen, genialer Geniestreich. Nein. Sie haben irgendwie festgestellt, irgendwie müssen wir ja auch irgendwas haben, einen Begleiter für He-Man, vielleicht auch, wo wir darauf reiten, wie kommt der denn von A nach B. Okay, ja, aber wir haben kein Geld mehr, wir haben auch keine Spritzgussformen, die wir machen können, das steht nicht drin im Budget und dann haben sie überlegt und dann haben sie festgestellt, dass sie aus der Big Jim-Reihe die Spritzgussformen für ein T-Shirt hatten. Jetzt habe ich vorhin schon mal erwähnt, dass Big Jim ja deutlich größer von der Figurengröße war, als die He-Man-Figuren hinterher waren. Das heißt, wenn man die nebeneinander gestellt hat, war diese Tiger-Form einfach viel zu groß. War aber egal, der ist reingegangen und hat gesagt, mach da was von He-Man draus. Und dann hat der Produktdesigner bei Mattel, der dafür zuständig war, gesagt, äh, was soll ich denn machen? Ja, ist mir egal, mach. Und dann hat er das Ding halt in grün und orange angemalt und dann kam der zurück und sagte, das sieht sehr cool aus. Und dann hat er gesagt, ja, aber guck doch mal, das ist viel zu groß. Er lasst dir was einfallen, er hat gesagt, das ist so groß, da könnte er ja drauf reiten. So sind sie drauf. Voll geil. Gute Idee, mach einen Sattel drauf. Wie soll ich denn da sagen? Weißegal, mach einen Sattel drauf. Und eine Woche später war dann der Sattel. Und in der Serie haben sie das dann irgendwann zusammengebunden, warum diese Katze so absurd groß ist, weil sie sich gemeinsam mit Adam verwandelt, wenn er das magische Schwert zieht. Und das heißt, sie haben einfach ganz stumpf eine bestehende Spielzeugfigur anders angemalt und haben dann durch die Serie irgendwann mal erfunden, warum es die überhaupt gibt. Also das ist so spannend, dass Mattel selber diese ganze Deep-Law, die ja die Nerds heute, zu denen ich mich auch zähle, ja, natürlich genießen und da reintauchen, das hatten die null auf den Schirm. Das musste billig sein, schnell zu produzieren sein und sollte einen Markt befriedigen und sollte Star Wars Konkurrenz machen. Aber kannst mal sehen, so entsteht eine gute Law. Du hast eine Prämisse und es muss eine einfache, aber dennoch wirkungsvolle Erklärung dahinter geben. Warum atmet Darth Vader schwer? Ja, der hatte einen Unfall. Einfach ist das überhaupt, das mag ein Zeichen schlechthin. Warum hat er überhaupt den Anzug an? Ja, dem geht's nicht gut. Es wurde uns später erklärt, ob es das viel besser gemacht hat, weiß ich auch nicht. Leute, lasst uns über die beliebtesten Figuren sprechen. Sehr gerne. Das Original-Spielzeug-Set hatte acht Figuren, über die wir im Detail sprechen können. He-Man, Man-at-Arms, Teela, Zodak, Beast-Man, Stratos, Merman und Skeletor. Ja, und... Merman ist so geil, der war so dumm immerhin. Der erste in der Reihe natürlich der Protagonist. Oh, der ist mir noch viel lieber war. He-Man. Also eine Prinz-Adams-Spielfigur gab's nicht, wie schon gesagt. He-Man. Ich hab gelesen, dass die Designer sich inspiriert haben lassen durch die Stereotype-Darstellung von Wikingern und Höhlenmenschen. Und das trifft schon ganz gut. He-Man, so der Archetyp eines Hau-Draufs? Fragezeichen. Auf jeden Fall. Ich hab im Vorfeld noch ein bisschen geguckt, weil ich auf Motive gestoßen bin, auf die wir nachher nochmal eingehen, was so in der Zeit auch so an Comics noch beliebt war. Und da bin ich gekommen noch auf die Prinz-Eisenherz-Comics, weil ja He-Man auch so ein ganz bisschen so in Richtung Ritterlichkeit und so. Gab's auch eine Cartoon-Serie, ne? Genau. Und vor allen Dingen Comics, Cartoons auch, genau. Und dann hinterher diesen Film mit Robert Wagner, ich glaub 54 oder so. Und da hab ich geguckt, da ist die Darstellung aber noch ein bisschen anders. Also wenn man jetzt vielleicht von der Frisur mal absieht, dieses Fukuhila, irgendwie was da anklingt. Topschnitt, meinst du ja Topschnitt, ja. Den hast du halt auch bei Prinz Eisenherz, ein bisschen bei He-Man auch. Aber ansonsten... Und auch bei Luke Skywalker. Und auch bei Luke Skywalker, genau. Das trug man damals so. Ja, das war so. Im Weltraum. Genau. In einer Galaxie, weit, weit entfernt. Genau, der Weltraum war im Stilempfinden der 70er gefangen, ja. Ja, so. Und man trug keine Unterwäsche als Frau. Ja, das hat ja George Lucas erklärt, ich bitte. Ja, 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 ja. Und, und, also, um es nochmal beschreiben, es ist im Grunde genommen, für alle, die das jetzt wirklich nicht kennen, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand kulturell kein Bild bei He-Man vor Augen hat, aber für alle, die das nicht kennen, also ein Topschnitt tragender Arnold Schwarzenegger, der einen Fell, eine Fellunterbuchse trägt. Ein Ländenschutz. Na, es ist schon eine Buchse. Also er hat schon, das ist ein Höschen mit Fell. Du kannst sagen, das ist nicht nur so ein Buckellappen. Nee, das ist schon so ein richtiger Schlip. Ein Slip. Genau. Und fellbehangene Stiefel. Sonst ist er nackt und trägt einen, also natürlich eine Vollrüstung, also so Metallbänder, die sich über der Brust kreuzen. Ja. Mit einem H auf der Brust. Und das war das... Und man hat die ganze Zeit so das Gefühl, wenn der einmal tief einatmet, dann platzt das alles irgendwie und die fliegen in alle Richtungen, die Dinger. Und interessanterweise dabei, da nehmen wir Skeletor gleich noch dazu von der Beschreibung her, Fred, weil da war natürlich entscheidend, du musst den Guten und den Bösen haben. Und Skeletor, der Witz dabei ist, die Skeletor-Figur minus der Rüstung ist zunächst mal bis auf den Kopf genau die gleiche Form wie He-Man. Ohne Scheiß. Der hat andere Füßchen gehabt. Der hatte so dreizehige Füße. Die waren ein bisschen anders. Aber sonst von den Körperformen war das komplett das Gleiche. Der hatte den gleichen Oberkörper, der hatte die gleichen Arme. Er hatte nur andere Füße. Ich gucke mir das hier parallel an, weil Alexander hat uns so ein wunderbares Artbook mitgebracht. Das ist super geil, ey. Du hast recht. Ja. Es ist genau die gleiche Form. Und er hat dann aber, um ihn natürlich als Böse zu kennzeichnen, also einmal diese Echsenfüße mit drei großen Zehen. Und er hatte dann einen Totenschädel gehabt, der mit einer Kaputwutze versehen war. Und damit war er sofort eindeutig als Böse zu identifizieren. Und der sieht auch, ehrlich gesagt, ein bisschen großartig aus. Ja, so rotblühende Augen und so. Voll. Der Designer meinte, er wäre inspiriert worden. Das ist so eine makabre Geschichte. Der ist durch eine Geisterbahn gefahren und wurde dort von einem Skelett oder einer Leiche erschreckt. Als Kind. Als Kind. Und als Kind war er fest davon überzeugt, dass das eine echte Leiche war, weil es auch gestunken hat. Und viele Jahre später hat er wohl im Discovery Channel gesehen. Dass in dieser Achterbahn tatsächlich eine echte Skelettingen. Dass da wirklich eine echte Leiche hing. Das wäre doch mal die Geschichte für Hoaxilla. Ja, ernsthaft. Das stimmt. Die Leiche in der Geisterbahn. Ich sehe sie schon vor mir. Voll geil. Das klingt schon wie eine moderne Sage eigentlich. Das ist aber auch so ein bisschen amerikanisiert natürlich. Es muss immer, bei solchen Entstehungsgeschichten muss immer ein bisschen Feenstaub quasi dabei sein. Irgendwas Skurriles muss es immer geben. Ja, der Skeletor, das pure Böse, er verkörpert die pure Angst. Und hat dann aber in der Filmation Zeichentrick-Serie eine total hohe Stimme, was ich auch so Von Alan Oppenheimer. Gingal. Das finde ich super geil, weil du erwartest ja, wenn du Skeletor siehst, erwartest du ein, ich bin Skeletor. Und dann hast du aber einen, der, He-Man, I'm surrounded by Fruits. Ich finde das realistisch, weil der ist ja nur noch Knochen, der hat ja nicht mehr viel Resonanzkörper. So, der wirkt halt vertrocknet, hört er sich an. Ja, aber die Körperform ist halt die gleiche wie He-Man. Ich finde das sowieso geil, dass die alle in dieser Welt halt so super jacked sind. Das ist sowieso, wenn du dir halt auch so He-Man anguckst und diese ganzen Einflüsse dahinter, weil es sollte was Neues sein, aber du wolltest auch gleichzeitig irgendwie so ein bisschen Star Wars bedienen. Die fliegen auf irgendwelchen Hovercraftern. Auf der anderen Seite haben sie geschmiedete Schwerte. Da gibt's Bösewichte, die mechanische, fast nur noch komplett aus mechanischen Teilen bestehen. Ich meine, was ist Triclops bitte für einer? Deine drei komischen Augen, die sich da drehen. Many Faces heißt er. Nee, 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 Triclops. Triclops hat drei Augen gehabt. Mit einem guten Auge, ja. Der hat so einen Stirn. Wo der ganze Kopf... Okay, stimmt. Und Many Faces war der Dude, dessen Spezialfähigkeit es ist, drei verschiedene Gesichtsausdrücke zu haben. Genau. Und es gibt in dieser gesamten Welt aber halt auch permanent so, wie kann man sagen, körperliche Erweiterungen. Digitale, mechanische Erweiterungen. Wie dieser eine, der sich so stretcht so ewig lange. Und auf der anderen Seite bekämpfen die sich aber mit Schild und Schwert. Das ist halt so geil, dass Eternia offensichtlich so ein Zusammenschluss ist von extremer Moderne und extreme Mittelalter halt einfach auch. Ja. Und die Fahrzeuge haben dann aber auch im Grunde genommen so Laser- oder Phaser-Waffen im Grunde genommen. Also auch das ist ja... Und He-Man kann im Notfall aus seinem magischen Schwert ja auch so Energieimpulse verschießen. Ja. Und war das nochmal, stehen nicht irgendwie in Greyskull auch irgendwelche Computer rum oder irgendwas? Ja, in Greyskull, also zumindest im Spielset von Castle Greyskull standen dann auch einfach irgendwelche Computer rum. Ehrlich? Ja, ja. Ja, ja. Oh, geil. Und in... Aber wozu die sind, weiß man auch nicht. Ja, einfach um das Universum zu überwachen. Ach so. Verstehe. Da sind wir ja wieder. Das wurde in der Serie kaum gefeatured, aber das war halt im Spielzeug. Du hast halt dann im Grunde genommen da einfach noch ein Computer reingestellt ins Spielset, weil das war im Prinzip ja nur so ein Plastikschalen-Ding. Castle Greyskull, eine Burg, eine Mittelalterburg im Gesicht eines Totenkopfes und der Mund des Totenkopfes als Einlass. Das ist auch so wunderschön mit den Wortspielen, die Drawbridge, also Stadt Drawbridge. Die Kieferbrücke, generell halt. Sodass die den mit der Riesenfaust Fisto nennen, Many Faces mit dem Typen, mit denen viel gesetzt hat, Triclops, der drei Augen hat. Und generell das mit den Körperformen, bevor wir nochmal auf die ersten acht Charaktere reingehen, es war natürlich auch, wenn die alle sich irgendwie ähnlich sehen, und das sollten sie auch, damit es möglichst billig herzustellen war, mussten sie halt alle sehr farbig sein. Das heißt, wenn wir uns jetzt gleich nochmal Man-at-Arms ganz zentrale Figur anschauen, natürlich hatte der auch den gleichen Körper wie He-Man, der war aber angezogen, der hatte nämlich einen grünen Spandex-Anzug an und hatte ein anders fellfarbiges Fellhüschen an. Also die waren natürlich alle sehr, sehr ähnlich gestaltet und von der Form her oder von der Bewegung her, können wir es auch nochmal beschreiben, die hatten Arme, die in so einem bestimmten Winkel feststanden am Ellbogen und konnten in den Schultergelenken nach oben und unten. Die konnten die Arme aber nicht zur Seite machen, also nur nach oben und unten und hatten relativ bewegliche Beine und durch die Konstruktion war es bedingt, weil das innen drin mit Gummis, die Beine in den Körper gezogen wurden, dass du, wenn du eine Figur an der Hüfte gedreht hast, ist sie so zurückgeschnallt. Das heißt, einfach durch die Bauart war bedingt, dass du, wenn du sie an der Hüfte drehst, sie sich zurückgedreht haben und wenn sie ein Schwert in der Hand hatten, konntest du halt die Figur wegdrehen, hinhalten, loslassen und dann hat es mit dem Schwert eine andere umgehauen. Zu der Figurenhaltung kann ich euch was erzählen. Es gibt ja in, ja jetzt darf ich mal wieder die Griechen zitieren, es gibt ja in der griechischen Mythologie oder speziell in der Bildhauerei oder in der Kunst gibt es ja diesen Punkt kurz vor Ausführen einer Bewegung, der hat einen Namen, mir fällt da nur gerade nicht ein. Der fruchtbare Moment. Der fruchtbare Moment, danke schön, der ja angestrebt ist, weil Kunst hört ja an der interessantesten Stelle auf und das ist die ultimativ interessanteste Stelle. Kurz bevor der Sperrwerfer wirft, kurz bevor jemand zuschlägt, kurz bevor jemand Kraft wirklich aufbaut und diese Haltung haben sie tatsächlich ganz plump übernommen aus dem Western, das ist es kurz bevor einer den Colt zieht. Ach. Aha. Stimmt, ja das ist die Armhaltung, das passt gut. Ja, den hatten wir irgendwo schon mal bei den Kakis, der fruchtbare Moment, spannend. Ja, du hast Man at Arms gerade angesprochen, Man at Arms, der militärische Berater des Monarchen, so steht es im He-Man-Wiki. Was kann man über ihn noch sagen? Der Mann, der Chef der Exekutive, der Greyskull-Polizei? Ja, also ich kenne ihn im Deutschen mal übersetzt als der Waffenmeister, so wurde er dann auch immer genannt. Man at Arms, im Grunde genommen einer der wenigen, der dann in der Serie das Geheimnis von He-Man kennt. Ja. Es gibt ja nur drei überhaupt, die das Geheimnis von Adam und He-Man kennen. Man at Arms gehört dazu und Man at Arms, der Ziehvater von Tila und wenn wir dann in acht Stunden ungefähr irgendwann mal auf die Kevin-Smith-Serie kommen, wird das nochmal relevant sein, wer denn Tila ist und Man at Arms hat mich damals immer beeindruckt als Kind, den hatte mein Kumpel nämlich auch, also ich habe schon gerade beschrieben, grüner Spandex-Anzug, ansonsten Körperform die gleiche und der hatte dann als Kopf einen hellblauen, und das habe ich immer nicht verstanden, Helm mit so goldfarbenen, metallenen Applikationen dran und ich habe mich als Kind, und das macht für mich auch die Faszination ein bisschen dieser He-Man-Figuren aus, immer gefragt, was ist das? Ist das eine Denkerweiterung? Kann der damit besser denken? Also das war das Coole, dass diese Designs... Ja, jetzt siehst du auch hier in dem Artbook, ja du hast recht, der hat irgendwelche goldenen Kontakte daran, sieht aus wie so Schaltkreise, Schaltkreisverbindungen. Und irgendwie ist es wohl nur einfach ein Helm gewesen, aber als Kind hat das natürlich maximal die Fantasie angeregt. Hat deine Fantasie angeregt, wollte ich gerade sagen, ja. Ja, Tila, die du gerade schon angesprochen hast, eine weibliche Figur, Captain der Royal God im Palast von Eternos, also sie ist halt die... Anführerin des Militärs in der Welt. Und sie ist die Lehrerin von Prinz Adam. Genau, bildet ihn aus, weil der soll ja auf den König folgen, natürlich muss ein König auch in der Waffenkunst beschlagen sein, korrigier mich, wenn ich was Falsches sage, Alexa. Nein. König Randor. Und Tila, hier nochmal auch der Hinweis, wenn wir über die Kevin Smith Serie reden, auch in der Serie, eine sehr, sehr starke Frauenfigur, die zumindest Adam immer zurückgewiesen hat und ganz am Anfang der alten Serie erfahren wir ja schon, ich glaube, wir können eine Serie aus den 80er Jahren spoilern, dass sie die Tochter von Sorceress ist. Die kommt später, wenn wir die noch erwähnen, aber Tila eigentlich... In der Folge der Abgrund, die habe ich heute erst gesehen. Erfahren wir das, dass die Sorceress, auf die wir gleich zu sprechen kommen, ihre Mom ist und ihr Vater ist Man-at-Arms. Genau, also Ziehvater in dem Fall. Achso, nicht biologischer. Nein, also Sorceress hat einfach festgestellt, das ist zu gefährlich, wenn sie irgendwie bei mir bleibt, deswegen gebe ich sie mal in Man-at-Arms mit und dann wächst sie in den Hof auf. Ja, und stimmt, auch in der Original-Series, nenne ich sie jetzt mal, ist Tila so ein bisschen kratzbürstig und auch ein bisschen verspannt. Wie hast du es heute gesagt, Alexa? Sag nochmal, die ist immer so... Krantig, habe ich gesagt. Ja, genau. Ich habe eine Folge heute gesehen, wo Man-at-Arms zu Tila sagt, ey, der Adam, ihr könnt nicht immer nur lernen und studieren, ihr müsst auch mal Spaß haben. Und dann geht sie mit ihm picknicken. Das war auch die Folge der Abgrund. Holy shit. Ja, Tila ist im Großen und Ganzen, ist sie halt auch so ein bisschen, wie kann man sagen, ich meine, Man-at-Arms als ihr Ziehvater, sie muss sich halt auch irgendwo beweisen, sie ist ein sehr, sehr toughes Mädel. Und Prinz Adam ist ja in der Serie, als auch in allen anderen, der ist ja so ein Vorzeigeweichei. Ja. Also total. Der Halodri. Der hat zwar das Herz am rechten Fleck, aber er ist natürlich auch Teil seiner, wie kann man sagen, seiner Tarnung, ist es ja natürlich auch, schwächer zu sein. Er macht ja so den Clark Kent, er ist ja schwächer als alle anderen. Und das fand ich auch. Tila hat ihn dann halt dahingehend, dass sie auch sagen kann, so, Adam will power, da wirst du aber anders gehen hier. So geht's nicht. Ich bin eine Frau, selbst ich bin tougher als du. Also sie ist halt so ein bisschen, na wie kann man sagen, sie provoziert ja halt auch ganz gerne als Tila, wie sie dann halt auch ist. Und hat aber, und das liest man in den Comics daraus, sie hat ja eine Schwäche für He-Man. Ja, ja. Adam interessiert sie ja nicht, aber sie hat ja eine Schwäche für He-Man. Ja, genau. Die Tila ist ein bisschen verknallt in He-Man und Adam ist ein bisschen verknallt in Tila. Es ist so ein bisschen wie bei Spider-Man und seinen Freundinnen. Also alle sind in alle verknallt, aber in so einer ungünstigen Konstellation, dass es nie zu was kommt. Und sie sieht von den Proportionen, sieht Tila so ein bisschen aus wie eine Barbie, aber sie ist natürlich kleiner von der Größe her und trägt im Grunde genommen so einen Badeanzug-Body. Ja, aber sie ist schon muskulöser als eine Barbie. Muskulöser ist sie, aber nicht so super aufgeboren. Okay, genau. Wie heute moderne Bodybuilderinnen, die sehen nochmal anders aus. Barbie muss nicht muskulös sein. Barbie hat nach einem Rechtsstreit und einer Scheidung das Haus bekommen. Und was ganz interessant ist, in dieser ersten Idee und dann auch in den Comics, die Richard ja schon mehrfach jetzt erwähnt hat, hat man im Grunde genommen entschieden, dass sie ja den magischen Background liefern soll. Also es gab die Idee, dass sie, sie hat ja so eine Schlangenrüstung, die sie trägt, einen Schlangen angepasst und die Idee war, dass wenn sie sie abnimmt, sie Tila ist und wenn sie sie trägt, das war die erste Idee, dann soll sie die Sorceress, die Zauberin sein. Das hat sich aber nicht durchgesetzt, da kommen wir nachher nochmal zu. Aber das war so die erste Idee für die Tila-Figur. Du können wir im Prinzip jetzt gleich erklären. Die Sorceress, die Zaubererin, war nicht Teil des Original-Spielzeug-Sets, sondern wurde auch in der Serie erst hinzugefügt. So die magische Hüterin des Wissens. Genau. Und die ist dann neben Orko und Meldet Arms die dritte Person auf Eternia, die das Geheimnis von Adam kennt und wie wir heute dann auch nochmal in der Vorbereitung festgestellt haben, Richard und ich unabhängig voneinander, in der 2002er He-Man-Zeichentrickserie, die es dann auch gab, erfahren wir dann ja auch tatsächlich die Origin-Story sowohl von Skeletor als auch von He-Man so richtig und da wird ja auch Sorceress nochmal ganz anders eingeführt. Stimmt, ja du hast recht, in den Comics war die Origin von He-Man ja noch ganz anders, da war er ja einer in so einem Barbarenstamm, der in dem ersten Comic die Sorceress im Wald glaube ich gerettet hat oder so und als Dank hat sie ihn dann zu He-Man gemacht, damit er, weil das Schwert, was er ja hat, aus zwei Schwertern eigentlich besteht und zusammengeschmiedet wurde und das zweite Schwert hatte Skeletor und er brauchte von Skeletor das zweite Schwert, um eigentlich die Macht dann wirklich zu haben. Der Schlüssel zu Greyskull. Ganz genau, so war das, ja. Genau. Es ist bei He-Man, behaupte ich, so ein bisschen wie beim Alien-Predator-Franchise, es ist extrem schwierig, eine konsistente Lore sich zusammenzuschmieren, weil es halt tausend Varianten von allem gibt und weil es überall ein bisschen anders erzählt wird. Ich finde das aber ganz gut, weil es steckt noch so ein bisschen, also hätte man das jetzt extrem weitergeführt, es steckt so schön in den Kinderschuhen, es ist alles noch nachvollziehbar und hat einen sehr roten Faden noch, da ist nichts extrem Abgefahrenes dabei. Ja, aber auf der anderen Seite gibt es allein von Skeletor, ich glaube, drei verschiedene Origin-Stories. Echt? Ja. Ich kenne nur zwei. Ja? Wollen wir über Skeletor kurz reden? Sehr gerne. Also ich, weil Alexander, du kennst dich da deutlich besser aus als ich, ich bin, ich habe mich da jetzt nur eingelesen, aber über den Skeletor weiß ich von zwei kleinen Origin-Stories und zwar die erste stammt aus alten Mini-Comics und da heißt es, Skeletor ist ein Bewohner einer anderen Dimension und da sind alle so wie er, da sind alle so wie er, blau und mit Skelettkopf und durch einen Unfall wurde er nach Eternia geschleudert und seither versucht er einen Riss zwischen den Dimensionen zu erzeugen, um seine Kumpel nach Eternia zu holen. Und in der Original-Cartoon-Serie ist es ja so, dass er eine Vorgeschichte hat als Soldat einer bösen Horde und nachdem sein Oberbefehlshaber in eine fremde Dimension flieht, wohin auch sonst, stellt Skeletor seine eigene Armee auf, um sich zu rächen an Castle Greyskull und den anderen Gutmenschen und die Weltherrschaft an sich zu reißen. Das sind die beiden Origin-Stories, die ich kenne. Dann soll doch Richard nochmal die dritte erzählen, die ich auch erzählen würde. Genau, die in der neu aufgelegten 2004er He-Man. Ist sie von vier? Ich habe mir gedacht 2002. Ich glaube 2002 oder vier. Ja, auf jeden Fall sehr früher. 2000er. Da ist Skeletor noch Kendor, der als Gegenspieler von damals noch General Randor. Soll ich, ich muss mal kurz klugscheißen. Keldor oder Kendor? Keldor. Keldor. Entschuldige, Keldor. Entschuldigung. Ja, stimmt. Als Gegenspieler des Generals Randor, als Keldor, jetzt wird es ganz viel Dorig, weil Randor wird ja später dann König und der Vater von Adam. Ah, Randor ist der König. Genau, und es wird, und darauf wird ja auch in Revelations dann eingegangen, was ich ganz klasse fand. Exakt. Keldor überfällt mit seinen Mannen aus Snake Mountain. Er will die alten Weisen töten. Exakt. Oder erstmal eigentlich gefangen nehmen, weil er will von den alten Weisen wissen, wie bekommt er die Macht über Eternia, weil die alten Weisen hegen das Geheimnis um die Macht von Eternia. Und beim Kampf mit, damals doch wie gesagt, General Randor, bedient er sich eines hinterfotzigen Tricks und versucht ihm Säure ins Gesicht zu werfen, was Randor durch ein Schild abwehrt und ihm so Two-Face-mäßig ins Gesicht schleudert, woraufhin sein Gesicht schmilzt. Ah. Und ist Keldor aber nicht der Bruder von Randor? Das hatte ich gerade auch nicht. Das wird in der Serie nicht erwähnt. Nee, aber das ist in der Background-Story, glaube ich, mit angelegt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob sie das aktiv quasi mit eingebaut haben. Und dann ist es so, wenn ich den Faden aufgreifen darf, dass die alten Weisen sich in Schutz bringen und quasi sich in reine Energie verwandeln, die in Castle Greyskull dann verbleibt. Und Keldor wird dann mit seinen Mannen von Randor und der Sorceress verbannt. Und unter Hilfe von Meldet Arms hinter eine magische Barriere, aus der sie nicht rauskommen sollen. Und es gelingt dann nach vielen, vielen Jahren, da gibt es dann König Randor schon, also Randor ist dann zum König geworden, weil es die Weisen ja nicht mehr gibt, um Eternia zu führen, hat einen Sohn namens Adam. Und in dieser Zeit gelingt dann Skeletor mit seinen Mann, diese magische Wand zu durchbrechen. Sie dringen wieder nach Eternia ein und er will sich rächen an Randor. Und er will natürlich weiterhin die Macht von Greyskull haben. Und es gibt dann eben die Prophezeiung, dass es, wenn es notwendig wird, einen Helden geben wird, der mit der Macht von Greyskull, der Macht von Eternia, den Planeten verteidigen wird. Und da ist es auch ganz interessant, dass da nochmal sehr explizit darauf hingewiesen wird, dass die Masters of the Universe die Recken rund um He-Man sind. Also Man at Arms, die Soldaten, Teela, all das sind die Masters of the Universe. Und He-Man führt sie an, um sozusagen Skeletor einzuschränken. Wieder diese Auferstehungsmythos, wie bei King Arthur, der Dud. Oder in Karlsruhe gibt es eine Pyramide, wo auch einer der Fürsten oder Herrscher oder Könige schläft. Oder Berge. Ja, ja. Und der steht dann auf, wenn wir ihn brauchen. Genau, genau. Der Avalon, Entrückungsmythos. Aber da ist es halt ganz, ganz spannend, da können wir ja gleich mal drauf kommen, weil in der 2000er-Serie, sag ich jetzt mal, er ja dann tatsächlich von Sorceress das magische Schwert erhält. Also unter Castle Greyskull in den Katakomben erhält er dann das magische Schwert von einer Magierin. Alexa, und jetzt kommt dein Einsatz. Ja, also wir haben da so viel Arthus-Sage drin. Ich dachte am Anfang immer, bevor ich mich da so richtig eingelesen habe, weil ich die ganze Backstory und so kannte ich einfach nicht. Es wäre ein bisschen mehr griechische Mythologie drin, aber da sind vielleicht einzelne Bilder mal so hier und da, aber nicht so wirklich stringent. Der Vogelmann. Der Vogelmann, ja, genau. Oder geflügelte Pferde, obwohl es war eigentlich ein Einhorn, ein geflügeltes Einhorn. Das war aber bei She-Ra. Das war, ich, ja, aber das ist ja... Der Pegasus. Ja, ja, genau. Aber du hast halt ganz viel Arthus-Sage. Du hast eben dieses besondere Schwert, was von einer Magierin oder einem magischen Wesen oder einer magischen Frau übergeben wird. Das ist die Herrin vom See in der Arthus-Sage, die sozusagen das Schwert verwahrt und dann an Arthus übergibt, aber auch nur so mehr oder weniger als Leihgabe, weil als Arthus dann von seinem Sohn Mordrit getötet wird, kehrt es in den See zurück. Das heißt, deine Ritter werfen es in den See und die Herrin vom See nimmt es zurück. Und das hast du hier natürlich auch. Und du hast sowieso, du hast dieses magische Schloss, du hast Camelot im Prinzip als Motiv anklingen. Stimmt, ja. Du hast auch im Prinzip so eine merkwürdige Mischung aus einem Merlin, also dem männlichen Magier, aber auch so ein bisschen Morgan Le Fay. Du hast zum Beispiel das bei Evelyn, auf die wir vielleicht nachher noch kommen, so ein bisschen so eine böse, magische Variante. Und das zieht sich wirklich so durch die ganze Geschichte. Und ich glaube, das haben die nicht so geplant. Aber da merkt man mal, was denen so im Kopf rumgespuckt ist. Ich meine, das waren ja so Sachen, die sie sich irgendwie so on the fly überlegt haben. Also die Leute bei Filmation vor allen Dingen, weil ich denke mal, das meiste davon ist in der Serie erst so richtig rausgekommen. Aber da siehst du mal, wie fest das verwurzelt war in den Köpfen der Leute. Du hast auch so eine Art Tafelrunde, so ein Entourage von heftigen Leuten, obwohl wir da vielleicht etwas sehr viel jetzt reininterpretieren, weil es ist klar, dass die nicht nur eine Spielfigur verkaufen wollten. Ja, aber du musst ja trotzdem irgendwie auch eine zusammenhängende Geschichte zu erzählen, weil wie gesagt, die hatten ja einen gewissen Anspruch. Und woran bedienst du dich? Natürlich, du bedienst dich an dem Klassiker der Heldensage halt irgendwie. So, die Griechen sind halt irgendwo, sorry, jetzt mal ausgelutscht, obwohl das ja auch da viel mit reingelehnt ist. Aber was kommt natürlich besser an, als, ja wie du es schon sagtest, du auch so, das alte Avalon oder sowas, dann halt den Leuten damit nahe zu bringen. Aber jetzt, vor allen Dingen, weil es fair ist. Ja, stimmt, ja. Und ich wollte noch ergänzen, das zeigt ja auch, und ich habe ja schon mal gesagt, wir werden erklären, wie so ein Kult entsteht, all diese Andock-Möglichkeiten. Also du kannst beliebige Versatzstücke nehmen aus allen möglichen Mythologien, Sagengestalten, historische Romanfiguren, Science-Fiction. Die Raumschiffe, die rumfliegen und so. Das hat die Serie ja auch so erfolgreich gemacht, einfach. Dinosaurier sieht man hier auch im Artbook. Dinosaurier mit Turbinen dran. Genau, übrigens auch so ein bisschen Tarzan, ne? Tarzan auch noch, weil es ja auch als Comic wahnsinnig beliebt war schon. Und das hat natürlich auch so die Langlebigkeit. Und selbst wenn du die Serie gar nicht gucken durftest oder die Serie doof fandest, die Figuren durch ihre Farbgestaltung, die waren ja alle quietschbunt auch, haben, ich habe es ja gerade schon beschrieben, dich einfach auch angeregt. Ich habe oft einfach mir die Figuren lange angeguckt und habe mir selber überlegt, wie kommt es, dass der das trägt? Und das war natürlich nicht, weil irgendein betrunkener Spiele-Designer bei Martell gesagt hat, aber immer mal den jetzt, sondern ich habe mir da halt voll Gedanken drum gemacht als Kind und habe mir selber die Geschichte erzählt, warum die Figuren so sind, wie sie sind. Es ist aber halt auch einfach diese ganze Namensbildung. Ich weiß, in der Netflix-Doku sagen sie, dass sie selber auch mal zwei, drei Achte im Turm hatten und sich dann die Namen darin ausgedacht haben, wie zum Beispiel Fisto oder Stinkor oder so, was sie gesagt haben, so, ja, klingt halt witzig. Tongue Lasher. Aber das ist halt super geil auch für Kinder. He-Man, Er-Man, Evil-Lin, Skeletor. Alles komplett on the nose. Man-at-Arms, das geht ja auch ins Ohr, das ist ja auch arsch einfach. Nichts ist subtil oder zweideutig, alles ist eindeutig und on the nose. Und Stratos, der Fliegende, auch eine der ersten Figuren, so ein Vogelmensch im Grunde genommen. Ich meine, Stratosphäre, also das ist alles so naheliegend, was sie da in Namen genocht haben. Fetter Aha-Moment für mich. Von den fünf ersten Figuren waren tatsächlich nur drei eindeutig positiv besetzt. He-Man, Man-at-Arms und Teela. Richtig. Es gab noch eine geheimnisvolle vierte Figur, Zodak, mit so einem komischen Helm und so einem Blaster. Den fanden aber auch alle doofen, der ist nie gezündet in der Serie. Er wird im Greyskull-Wiki wie folgt beschrieben, ein rätselhafter kosmischer Vollstrecker. Also er ist neutral. Ich glaube, in der Cartoon-Serie kam er gar nicht vor. Ich weiß nicht so richtig, was ich von dem halten soll. Der ist ziemlich gefloppt tatsächlich, Zodak. Und ich sage bis heute, ich habe mich jetzt wieder vorbereitet, der ist bei mir im Gehirn einfach als Zodiak abgespeichert. Warum auch immer. Ich glaube, das ging vielen so, ne? Ja, und fünf Fieslinge gab es. Stratos, der Vogelmann, den du erwähnt hast. Der später dann durch den Comic auch zum Guten gemacht wurde. Oh, okay. Der übrigens die Anspielung ist in heutiger Popkultur, auf dem beruht Birdperson. Nein! Nein! Vogelmensch aus Rick and Morty. Ja. Birdperson ist Zodak. Du hast recht. Du hast recht. Ja, nicht Zodak, so ein Blödsinn, was erzähle ich. Stratos. Stratos, danke. Ich habe gerade Zodak recht. Ich dachte Condor Man, aber der war da vielleicht noch ein bisschen eher. Aber egal. Ja, dann gab es noch Merman. Guter Film übrigens, guckt euch Condor Man an. Ja, Mann. Den Wasserman, Merman, der auch in Revelations jetzt vorkommt. Den sie auch geändert haben von Seaman. Seaman. Der sollte ursprünglich mal Seaman heißen. Dann haben sie sich festgestellt, das könnte schwierig sein, das im Englischen schnell auszusprechen. Eine meiner Lieblingsfiguren, die auch noch dabei ist, Beastman. Ja. Ein Wilder und die rechte Hand Skeletos. Wobei der als Figur sehr eindrucksvoll für mich immer war. Weil der war so rot-orange, mit Fell behangen, hatte quasi so einen Biestmund im Grunde genommen mit Reißzähnen. Und der ist mir ein bisschen durch die Serie verleitet worden. Hey, in der Serie war total doofa. Skeletor, was soll ich denn machen? Also das war, der hat in der Serie ein bisschen verloren, fand ich. Als Teenie in Pforzheim in unserer Stammrockkneipe gab es immer einen Typen, den wir auch nur so, den wir so flüchtig kannten. Und der ist beim Headbangen immer komplett absurd abgegangen. Also wirklich komplett ausgerastet. Und den nannten wir, das wusste er nicht. Das haben wir hinter seinem Rücken gemacht. Aber wir nannten ihn immer Beastman. Geil. Wobei Headbangen völlig okay ist. Natürlich, aber du musst es halt auch richtig... Ich meine, guck dir mal Michael Myers an bei Wayne's World. Der kann das bis heute nicht. Wir haben ihn auch nur Respektvoll Beastman genannt. Und der wurde zuerst wohl sehr bärenähnlich designt. Dann hatten die Designer aber Angst, dass er für einen billigen Chewbacca-Klon gehalten wird. Was? Ja. Das war aber auch recht lang, glaube ich. Dann haben sie ihn etwas runtergeschraubt. Ja gut, das war halt die Zeit. Ja und Skeletor haben wir natürlich schon erwähnt. Das waren die Fieslinge der ersten Reihe. Und es folgte dann das Schloss Greyskull. Also das Schloss an sich. Als Spielset. Und auch gedesignt, damit man die Figuren da reinpacken konnte. Weil man es zusammenklappen konnte. Also auch dafür praktisch gedacht. Genau. Verschiedene Fahrzeuge kamen. Alle hatten sich schillernde Namen wie Battle Ram oder Wind Ram. Ja. Wind Raider. Wind Raider? Oh ja, stimmt. Habe ich mir falsch aufgeschrieben. Sehr cooles Flugzeug, was vorne eine Winde hatte, mit der man so einen Anker runterlassen konnte. Und Battle Ram konnte so Projektile verschießen. Die waren schon auch ziemlich cool. Heute sehen die halt komplett zurückgenommen designt aus. Wenn man so YouTube-Kanäle sich anschaut, wo diese alten Spielzeuge vorgestellt werden, da waren halt ein paar Sticker drauf. Würde heute kein Mensch mehr kaufen. Damals absolut faszinierend, das Zeug. Und das Figurenportfolio der Masters of the Universe, ich habe vorhin das Wort schon benutzt, ich finde das trifft es hier auf den Kopf, schwoll an in den Jahren danach. Und es gab so unfassbar viel Zeug. Es gab dann auch Snake Mountain, das Häusle vom Skeletor. Panthor. Panthor. Man hat sich gemacht. Stimmt. Ja, das ist weiter. Den hat Jan, glaube ich, auch. Das ist genau, wie sie halt auch die He-Man-Figur genommen haben und dann diese mechanischen He-Man draus gemacht haben. Oder aus Skeletor haben sie dann Scare Glow auch gemacht. Ja, die hatten ja alles da. Und? Ja, dann gab es den, sorry, dann gab es den Many Faces, der die Gesichter switchen kann. Wicked Witch oder Evil Lynn. Ja. Ja. Fisto, der Typ mit der Eisenfist. Faker. So ein Typ, so ein Schwindel-He-Man. Der blau war einfach, ne? Das war quasi He-Man. Ramhead. Ein Typ, der mit seinem Kopf Sachen rammt. Clawful. So ein Krabbenmann. Krabbenmännchen, Krabbenmännchen. Snoutspout. Ein Elefant mit Rüssel. In der Serie hieß er Hose Nose. Und er konnte Wasser spritzen aus dem Brüssel. Ist immer total geil, ne? Immer die, ähm, ein Kumpel von mir aus Amerika, der meinte auch mal irgendwie so, ja, ihr Deutsch mit euren Worten, ist immer so süß. So, alles tut genau das, was es, was es halt, also es heißt so, wie das, was es tut. Hä? Ja, zwei Glühbirne. Sieht aus wie eine Birne und sie glüht halt. Ja, jetzt genau. Ihr habt Fisto. Ihr habt, ihr habt O's Nose. Stinko wurde schon erwähnt, eine Figur, die stark stank und die Spielzeughersteller haben tatsächlich, also für den Move muss ich ihnen echt Eier attestieren, haben wirklich in das Plastik bestimmte Stoffe reingemischt, damit es wirklich stinkt. Angeblich sollen Fabrikarbeiter, ähm, gekündigt haben, weil sie den Gestank in der Spielzeugfabrik nicht mehr ertragen haben. Stell dir mal vor, du kaufst Stinko als Kind oder beredest Mama unbedingt, den muss ich unbedingt so haben. Und du bist dann irgendwann so wie ich, dann hast du den eine Weile in deiner Verpackung, aber irgendwann sagst du, komm, jetzt machst du den, machst du den. Und der riecht wie Ola Fuss, so so, uah, oh Gott. In dieser Doku haben die tatsächlich gesagt, it smells like a dead person. Also das ist dann, glaube ich, nochmal eine Schippe drauf für mich, das kannst du den Leuten nicht zumuten. Das Witzige ist, ich habe wegen Stinko, habe ich online geguckt, nach auch so Sammlersets, weil ich mal wissen wollte, wie teuer ist denn das heute eigentlich. Wie lange stinkt eigentlich so ein... Ganz genau, ich habe auch, es war original einer da, der reingeschrieben hat, so, ich habe einen ausgepackten Stinko, aber er riecht noch. Er riecht noch, man muss ihn nur einmal kurz für 20 Sekunden in die Mikrowelle stellen, aber er riecht noch. Man muss es nur wieder warm kriegen. Scheiße, ja und das Masters of the Universe, das He-Man-Franchise, dockte in den Folgejahren praktisch an allem an, was man sich nur vorstellen kann. Es gab Roboter, es gab Schlangenmenschen, es gab Mossman, Mossman gab es auch als Spielzeug. Ja, der war wirklich so ein bisschen grün. Der war auch beschlokt dann wieder. Geil, es gab Insekten, es gab Cyborgs, allgemein wurde das Ganze immer mehr in den Weltraum geholt und es war einfach völlig irre, was es da alles gab. Und Mossman wird auch wieder aufgegriffen und hat eine geile Rolle in den Masters of the Universe Revelations. Und was man dann auch erwähnen muss, natürlich gab es aber immerhin auch Weiterentwicklungen und Variationen von He-Man und Skeletor. Und sehr, sehr lustig war dann die Battle-Damage-Figuren. Da hatten die dann nicht ihre Bändchen, die Figuren, sondern hatten tatsächlich so eine Metallrüstung an, sowohl He-Man als auch Skeletor. Und die hatten so das Feature, wenn du da vorgehauen hast, dann ist es so umgeswitcht und dann war diese Rüstung beschädigt. Und das Geile ist, ich habe damals schon als Kind gedacht, ist doch das Gleiche wie bei den Hot Wheels, wo die Türen kaputt gehen. Und tatsächlich war es exakt die gleiche Technologie. Die haben das Zeug für die Hot Wheels entwickelt, dass du halt, wenn du dagegen stößt, dass das so umschwingt und dann das so aussieht, als ob die Tür kaputt ist. Und dann hat er mir gesagt, das wäre cool, dann machen wir einen neuen He-Man und einen neuen Skeletor draus und bauen das in die Brust von den Jungs ein. Und es war genauso, wie ich das als Kind damals schon gedacht habe. Und die fand ich aber nicht so cool. Ich gucke sie mir gerade an, die sehen auch nicht so geil aus, wie man sich das vorstellt. Sag mal. Die sehen nicht so, also ich hatte jetzt, die sehen jetzt nicht so brutal und damaged aus, wie man sich das vorstellt. Das sind nur ein paar Kratzer auf der Rüstung. Genau, und das dreht sich halt und dann musste man das immer, es ging so in zwei Stufen. Einmal so eine Scharte und dann so zwei Scharten. Und dann konntest du das halt dann auch wieder mit einer Feder zurückdrehen. Ja gut, ich habe mich damals als Kind, Alter, ich habe mich verbogen bei meinen Eltern, dass ich einen Batman kriege, den ich selber anziehen kann. Halt mit einer Rüstung und so. Damals war das geil, aber ich sehe auch gerade hier in deinem Artwork-Book hier Modulock. Ja, sehr abgefahren. Der war auch geil, weil den konntest du zusammenstecken, wie du wolltest. Der bestand aus Arm und Bein, mehreren Köpfen und den konntest du, wenn du alles drangeschraubt hast, hatte der so spinnenförmige Ausmaße. Und Modulock, ich weiß noch, in meiner Kindheit, ich war immer in den Spielzeugläden, da gab es noch einen Karstadt, die Älteren werden sich erinnern, in meiner Heimatstadt. Und Modulock, sonst waren die Figuren ja immer in so einem Blister, also mit so einer Folie und du sahst die Figuren. Und Modulock wurde in einem Karton, wo du die Figuren nicht gesehen hast, vertrieben. Und wenn du geschüttelt hast, hast du halt die Einzelteile rappeln hören in der Kiste. Es sind 70 Figuren erschienen in der Reihe insgesamt. Irre. Moskitor müssen wir vielleicht noch erwähnen. Das fand ich völlig faszinierend. Die teuerste Figur, wenn man sie heute kaufen will, weil sie sehr, sehr selten war. Genau, Moskitor hatte so ein bisschen so einen schnauzenähnlichen, langgezogenen Kopf. Und vor allen Dingen konnte im Prinzip der ganze Oberkörper volllaufen mit Blut. Also das hast du dann auch gesehen. Das war irgendwie durchsichtig. Und dann lief der irgendwie mit so einer roten Flüssigkeit voll. Ich hoffe, es war kein echtes Blut, was du irgendwie reinpumpen wolltest. Ja, der hat so einen kleinen Tank vorne an der Wurst. Ja, genau. Also da siehst du dann den Füllscher. Ach geil, den gibst du sogar als hier Wackelkopf, als großen. Oder es gab zum Beispiel auch noch Leech, der gerne heute in so die zehn bescheuertsten He-Man-Figurenlisten auftaucht, der sich mit seinem ganzen Gesicht an Fensterscheiben festsaugen konnte. Den hatte mein Kumpel der Jahren auch. Und ich habe Leech geliebt. Ich habe den immer irgendwo hingebappt. Hast du den auch wieder abgekriegt? Das soll angeblich schwer gewesen sein. Da habe ich von meiner Mutter mal so Stress gekriegt, weil ich hatte so einen Klebe-He-Man, so ganz billig. Ich glaube, das ist ja Junior-Tüte oder irgendwas. Und habe den bei uns an die Fensterscheibe geschmissen. Und der ist ja dann so runtergewandert und meine Mutter Fenster geputzt. Kam nach Hause, alle Fenster waren damit. Voll so, ey, Alter. Was hast du getan? He-Man! Und laut der Aussage der Spielzeugdesigner von damals sollen diese unfassbar vielen lächerlich bescheuerten und auch kreativen Figuren, sollen viele davon beim Saufen entstanden sein. Also die Idee finde ich super. Das spricht mich heute noch an. Und so, sehr erfolgreich. Sie haben immer, 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 immer nachgelegt. Und am Ende, im letzten erfolgreichen Jahr, haben sie in einem Jahr 400 Millionen Dollar, war es jetzt Umsatz oder Gewinn? Ich glaube, Umsatz, nee, Gewinn, glaube ich. Es war 400 Millionen Dollar Gewinn gemacht mit den Figuren. Und darauf das Jahr waren es dann nur noch sieben Millionen Dollar. Und damit war die Reihe vorbei. Irre. Brutaler Absturz. Brutaler Absturz. 87 war der Cast geschnitten. Und man könnte meinen, das war's. Kurz vor dem Absturz guckte laut Anekdoten die Abteilung von Mattel, die sich mit der Vermarktung an Mädchen beschäftigt hat, neidvoll auf das He-Man-Franchise und sagte, das wollen wir jetzt auch machen. Genauso nur für Mädchen, weil die halt, du hast ja vorhin schon gesagt, Alexa, dass auch Mädchen gespielt haben mit He-Man. Und dann sagten sie, okay, He-Man hat jetzt auch eine Schwester und die heißt She-Ra. So, genau das gleiche, nur für Girls. Und während He-Mans Wahlspruch war, I have the power, war ihr Wahlspruch, she's lovely as a flower, but she has a secret power. As good as it comes. Finde ich doch ganz schön. Und interessanterweise hier noch einfach, dass She-Ra und He-Man sich ja einen Bösewicht geteilt haben. Also She-Ra brauchte ihren eigenen Bösewicht, das war dann Hordak. Der war der Hauptbösewicht, aber Hordak war Bestandteil von Eternia's Masters of the Universe Serie auch. Das war sehr lustig. Das war also in den Spielerserien auch ein Brückenbauer sozusagen, das dann auch Brüderchen und Schwesterchen gemeinsam spielen konnten. Und der Schöpfer von Babylon 5 hat die Hintergrundstory mitgeschrieben. Echt? Michael Straczynski? Ja. Ohne Scheiß? Das fand ich noch bemerkenswert, ja. Für Filmation. Ich hab übrigens heute erfahren, dass es ein Babylon 5 Remake geben soll. Hab ja auch gehört. Ich weiß noch nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Ich weiß es aber nicht. Ich freu mich. Ich hab aber Bock. Was haltet ihr jetzt, wo wir die Leute so eingeführt haben, wie toll He-Man ist, was He-Man ist und woher He-Man kommt, dass wir ein kurzes Päuschen machen und dann mal darüber reden, worum es genau bei He-Man geht und wo es hingeht vor allen Dingen. Ja, und dann müssen wir, bevor wir dann nochmal natürlich auf die kontrovers diskutierte Serie mit Kevin Smith kommen, muss ich dir nochmal, wenn dein Dolph-Lundgren-Film der Einstieg in He-Man war, muss ich dir nochmal die Fallhöhe beschreiben, die ich hatte, als ich den He-Man-Film gesehen habe. Aber das können wir gerne nachher Pause machen. Sehr gerne. Ja gut, ich bin jetzt auch ein paar Jährchen jünger als du. Gut, liebe Hörer, dann machen wir eine kleine Pause. Ich habe beim Gucken der diversen He-Man-Outputs ein paar Beobachtungen gemacht. Und zwar die Helden, die Männer, sind natürlich immer extreme, hypermaskuline Muskeltypen. Und die Guten, das sind immer so Männer der Tat. So heftige Typen, die einfach Power haben und die anpacken. Ähm, Gelehrte und Wissenschaftler werden aber häufig, oder auch Hexenmeister und so weiter, werden häufig als verweichlicht und wunderlich dargestellt. Und wir hatten schon mal in einer Kack-und-Sach-Folge, wo wir über Cartoons gesprochen haben im Allgemeinen, meinte ich, dass ich eine Sache an den He-Man-Cartoons sehr kritisch sehe. Skeletor ist der Einzige in der Serie, der meiner Meinung nach wirklich sein Gehirn benutzt, um Probleme zu lösen. Er schmiedet immer irgendwelche ausgefeilten Pläne. Er hat immer irgendeine coole Idee, sei es mit einem fiesen Doppelgänger, sei es mit der Beschwörung von irgendeiner Bestie, sei es mit irgendwelchen Ränkespielchen. Meistens verkacken es seine Minions, seine Schergen. Er-Skeletor selber ist der Einzige, der wirklich seinen Kopf benutzt. Die Guten auf der Seite, He-Man, Man at Arms und seine ganzen Kumpels von Greyskull, das sind eigentlich hautraufs, die lösen Probleme eigentlich durch stumpfes Truffhauen. Es gibt sogar das Zitat von He-Man aus einer Folge, ich krieg's grad nicht mehr wortwörtlich hin, aber paraphrasiert, wenn ich nicht ausweichen kann, dann geh ich durch. Wenn ich nicht drum rum gehen kann, dann schneid ich mir einen Weg durch. So, also die Guten hier in der Serie lösen Probleme meistens mit Gewalt. Wobei ja Skeletor dann aber, also alles was du sagst genau so, dadurch finde ich auf mich dann in der Serie auch immer so ein bisschen feige gewirkt hat, weil der stand ja nie in der ersten Reihe. Der hat ja immer seine Schergen vorgeschickt und hat sie hinterher bestraft, aber er selber war ja nie so direkt bei dem Ausführen dabei oder eher selten dabei. Und hat die Schuld auch gerne anderen gegeben. Ich meine aber auch, Skeletor überdenkt Sachen halt auch mal ganz gerne, weil der baut ja auch einen Plan nach dem anderen, so wie es dann auch den Anschein hat. Und He-Man ist, ja er ist ein Hau drauf, aber er ist halt auch ein Mann der Tat. Also wenn irgendwas dann halt auch schief läuft, er denkt nicht lange darüber nach, was jetzt falsch gelaufen ist. Klar, er weiß, was falsch gelaufen ist, aber er sagt dann auch selber, es gibt nur einen Weg, wie ich das wieder gut machen kann. Und dann packt das nämlich selber an. Er schiebt niemals jemand anderen die Schuld in die Schuhe. Das macht aber ein Skeletor. Also ich glaube, wenn es nicht am Ende von der Serie jeweils so eine Moral gäbe, also wo alles nochmal zusammengefasst wird und wirklich geguckt wird, was können wir denn da für Regeln ableiten, auch mit dem menschlichen Zusammenleben, dann wäre es glaube ich nicht so toll. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass dieses Anpacken und wenn es nicht anders geht, dann eben durch, gerade für kleine Kinder, schon irgendwie ein wichtiger Punkt ist, weil sich ja He-Man ständig irgendwelchen Gefahren stellt. Also Adam würde das wahrscheinlich nicht tun, er würde wahrscheinlich eher weglaufen, aber wenn Adam zu He-Man wird, dann kann er sich diesen Gefahren stellen und dann kann er die Sachen halt anpacken und durchziehen. Und ich glaube, für Kinder ist das eine ziemlich interessante Erfahrung und eine Möglichkeit, sich zu identifizieren, weil die ja eigentlich beides in sich tragen. Also sie tragen ja einmal diese Adam-Anteile in sich, haben vor Dingen Angst, kriegen Sachen nicht richtig hin, aber sie lernen halt, dass sie, wenn sie sich das auch selber zutrauen und dann auch machen, selber die Macht haben, Dinge anzupacken. Ich glaube, das ist aus der Perspektive zumindest nachzuvollziehen, warum das für Kiddies total interessant ist und total wichtig ist. Aber es stimmt natürlich, wenn ich am Ende noch gesagt würde, du sollst aber andere Leute nicht hauen oder so, mach das mal besser nicht, dann wäre es natürlich ein bisschen sehr stumpf, aber ich glaube, durch diese Moral am Ende wird das noch so ein bisschen aufgefangen. Würdest du deine Kinder mit gutem Gewissen mit He-Man-Kram spielen lassen? Ja, das schon. Ich würde ihnen, also wenn sie sich mit der Geschichte beschäftigen wollen, würde ich es mit ihnen zusammen gucken, die Serie zum Beispiel. Einfach erstens, weil ich da wahrscheinlich selber Bock drauf hätte und zweitens, weil ich das halt wichtig fände, dass sie damit nicht alleine sind, dass man auch hinterher irgendwie drüber redet oder so. Aber ich würde es auf jeden Fall nicht kategorisch ausschließen, beides. Und an der Stelle vielleicht nochmal, also übrigens, man kann die alte Serie und auch die 2000er-Serie, glaube ich, nicht in Streamingdiensten gucken, aber es gibt halt nahezu alles auf YouTube. Also ich habe es nicht hochgeladen, insofern erwähne ich das jetzt mal. Da sollen sich dann andere Leute mal Gedanken drüber machen, aber man kann das da gucken. Und es gibt da auch, kann man mal nachsuchen, die Dokumentation Monster im Kinderzimmer. Die ist aus den 80er-Jahren so eine öffentlich-rechtliche Doku, ganz schlechte VHS-Aufnahme, wo man wirklich noch dieses alte, griselige VHS auch auf dem YouTube-Video sieht. Und da ist es tatsächlich so, dass so eine leicht betroffene Off-Sprecherstimme nicht nur He-Man, sondern auch andere Spielserien, unter anderem auch die Transformer beleuchtet. Und der Tenor dieser Dokumentation ist im Grunde genommen, man möchte vermitteln, hier wird Kinder mit Monster töten und Krieg nahegebracht. Und das wird sehr, sehr kritisch beleuchtet. Und dann gibt es da auch so Erzieher und so, die dann diese Figuren in den Hand halten und sagen, ja, also ich kann dem gar nichts abgewinnen. Und dann hast du natürlich die Schwester von einem Jungen, der neun Jahre ist, der es total super findet, der dann sagt, ja, ich finde, die sehen alle so gruselig aus. Aber im Grunde genommen, was da auch durchkommt, das heißt, also man hat sich damals natürlich sehr intensiv damit befasst, weil es war komplett neu. Und es war bunt und es waren auch sehr gruselige Figuren dabei. Heute lachen wir da natürlich drüber, aber es war natürlich komplett neu für Spielzeug. Und ich bin heute der Ansicht, neben diesem Gefühl, Macht zu haben, neben dem, was Alexa beschreibt, konnten aber Kinder, und da unterschätzt man ja auch, wie klug Kinder eigentlich sind. Und ich habe ja gerade beschrieben, weil ich mich da noch sehr liebhaft daran erinnere, wie diese Figuren auf mich gewirkt haben. Ich habe begonnen, mir da eigene Geschichten auszudenken, warum die so sind, warum die die Farbe haben, warum die so aussehen, warum sie diese Special-Fähigkeit haben. Das habe ich mir ja alles selber erklärt. Und ich glaube, es war auch eine, oder Kinder konnten sich auch gewissen Ängsten und Monstern auch stellen. Und sie hatten aber durch die Figur von He-Man und der Reihe der Guten, haben sie auch gelernt, dass es auch immer, wenn es Böses gibt, auch Gutes gibt, was das Böse überwinden kann. Und dieses Narrativ, was dann ja durch die Serie auch mit den Moral-Aspekten, die dann auch natürlich aufgefropft waren am Ende, und das ist manchmal, wirkt das auch ein bisschen unfreiwillig komisch, diese Endsequenz natürlich. Ich glaube, dass Kinder da sehr viel gelernt haben. Und insbesondere der Umstand, dass in der Serie, und das finde ich so spannend, es eben keine Toten gab. Es gab mal Verletzte und es gab Gefangennahmen und es war gruselig. Ich glaube, das hat ganz viel gemacht. Und ich glaube, Kinder waren da viel klüger darin, mit diesem Spielzeug umzugehen. Aber natürlich in den 80er Jahren, die deutsche Gesellschaft, sowieso immer so ein bisschen zurückhaltend, was sie aus Amerika gab. Auch über Barbie wurde ja und wird bis heute ja diskutiert. Heute nochmal unter einem ganz anderen Aspekt. Also eine Frau, die nur gut aussieht und dann ein Ken hat, wie du schon sagst, und als Scheidung gewonnen, jetzt kannst du alleine im schönen Haus wohnen. Im rosanen Haus. Rosa, ganz wichtig. Und das zeigt auch, dass trotzdem natürlich Mädchen das unter Umständen auch nicht so schön fanden oder gruselig fanden. Aber 20 Prozent, so gegebenen Statistiken und Umfragen der damaligen Zeit her, da waren 20 Prozent auch Mädchen, die mit Himen gespielt haben. Auch bevor es She-Ra gab. Das war überhaupt die Idee, dann zu sagen, das deuten wir jetzt auch nochmal aus diesem Markt. Ich glaube, dass da Kinder sehr viel mitgenommen haben und dadurch, dass man sich selber auch die Geschichten erzählen konnte und im Grunde genommen konnte ja auch jedes Kind entscheiden, ob die Figur gut oder böse war. Wenn ich einen richtig cool fand, der war böse, ich konnte den zu einem Guten machen und umgedreht, Geschichten leben auch nur durch einen guten Bösewicht. Geschichten ohne einen guten Bösewicht sind halt einfach schlecht. Und das alles hat diese Spielzeugserie dir geboten und zwar in einer Eindeutigkeit erstmal, die sonst andere Serien nicht hatten. Und es war halt einfach, die Figuren waren von ihrer Größe, nicht so figgelig wie die Star-Wars-Figuren. Da hast du natürlich den Film als großes Vorbild. Aber die Figuren, du konntest damit halt auch richtig kämpfen mit den Figuren. Die waren auch relativ stabil. Da ist dann irgendwann mal die Farbe kaputt gegangen. Aber vom Sandkasten über den Garten bis im Kinderzimmer, das war halt relativ stabil. Doch dazu, du hast es richtig gesagt, man darf nicht unterschätzen, wie intelligent Kinder sind. Das ist ja auch nicht alles, es ist ja nicht schwarz und weiß. Klar, hier wird der Kampf gut gegen Böse gezeigt, hochleben gelassen. Aber dazwischen, was die Lehre von allem Gezeigten und dann Erzählten ist, ist ja das Graue dann. Selbst wenn ich als Kind Skeletor geil fand und gesagt habe, der ist cool, weil ich stehe auf die Bösen, dann hast du vielleicht selber, haben Kinder vielleicht auch selber an sich den Anspruch, einen Skeletor zu sehen, zu sehen, wie er mit seinem Plan scheitert und vielleicht selber auch zu sagen, das hätte der Skeletor ganz anders machen können. Der hat nicht zu Ende gedacht. Also sich selber vielleicht auch noch damit zu identifizieren, dass sie sagen würden, okay, das ist mir jetzt vorgegeben worden, aber ich könnte es besser. Das heißt nicht, dass die jetzt alle zu Kriminellen werden, sondern einfach, sowas gibt ja auch Denkanstöße. He-Man predigt, ja mehr oder weniger auch immer, erst denken, dann handeln. Und dadurch, dass er sich permanent ja mit dem, weil Skeletor ist ja in der Geschichte das absolut Böse. Er wird ja als das absolut ultimative Böse. Er nennt sich ja selber der Herr, the Lord of Destruction. Sein Zauberstab ist der Havokstab, der Verwüstungsstab. Ein Widderkopf. Ja, ganz genau. Satanisches Symbol. Und das finde ich, hat halt auch eine sehr starke Aussagekraft, dass du, wenn das Böse sich eindeutig zeigt, dann heißt die Devise handeln. Dann hilft kein Reden, dann hilft kein großartiges Verhandeln, sondern wenn das Böse so weit gegangen ist, dass es anfängt zuzuschlagen, musst du alles daran setzen, also das Gute zu verteidigen. So. Und das ist halt dann der Tenor. Also ich finde, das trägt halt nicht so eine Verrohung bei, weil, wie Alexander sagte, Kinder sind nicht dumm. Die können auch abstrahieren. Ja, die differenzieren halt vor allen Dingen auch. Was ist jetzt, also was ist jetzt Geschichte? Natürlich, wenn Mama jetzt sagt, so nee, den Saft kriegst du jetzt nicht, dann werden die nicht mit einem Messer, nur weil sie He-Man gesehen haben, werden die nicht mit einem großen Messer auf ihre Mutter losgehen oder sowas. Aber wenn sie jetzt vielleicht auf dem Spielplatz irgendeinen Fremder anpackt, dann haben die vielleicht doch mal den Mut, jemandem vielleicht in die Eier zu hauen oder vor das Schienbein zu treten. Ja, im Grunde genommen müssen sie eigentlich genau das Gleiche tun, wie mit Sagenstoffen. Da können wir sogar Göttergeschichten dazunehmen, wenn da auch grausame Dinge passieren, Strafen ausgesprochen werden, wie Leute verwandelt werden. Im Grunde genommen ist das ja auch eine Welt, die sofort, also wo Handlungen sofort Konsequenzen nach sich ziehen und Böses bestraft wird. Und im Grunde genommen ist es ja eigentlich nur so, dass diese Masters of the Universe-Figuren so martialisch daherkommen und dann auf Leute, die sich nicht mit der Geschichte beschäftigen, erst mal abstoßend wirken, wenn sie dann das Gefühl haben, irgendwie mein Kind will jetzt damit spielen, aber ich habe das Gefühl, das sind nur noch Monster im Kinderzimmer und das ist irgendwie das absolute Böse und so weiter. Sollen sie nicht. Aber eigentlich machst du ja das Gleiche wie mit Sagenstoffen, mit Märchenstoffen. Du lässt die Kinder sozusagen in eine Welt blicken, wo Grausamkeiten passieren, wo auch Böses passiert, gegen das man sich erst mal nicht wehren kann und dann aber doch irgendwie als Heldin, als Held irgendwie reagieren muss und dann den eigenen Weg finden muss. Und das ist wieder eine ganz wichtige Erfahrung für Kinder. Also im Grunde genommen, du solltest das vielleicht begleiten, aber nicht von vornherein ausschließen. Und was du ja immer wieder gerne auch erwähnst, ist, dass die ursprünglichen Märchen in der Sammlung der Brüder Grimm extrem blutig waren. Ja, noch viel brutaler sind, na klar. Da passieren ja noch viel Schlimmere und Dinge, die am Ende auch überhaupt gar keine Moral, also bei ganz vielen Märchen ist es so, da passiert nur Scheiße, alle sterben, alle sind eifersüchtig, Blut verderben und es gibt gar keine richtige Moral am Ende. Es gibt am Ende gar nicht so diese, wie soll ich sagen, dieses Fazit, wo man sagt, liebe Kinder, Wenn ich das und das mache, dann passiert das schon nicht. Bitte schnallt euch an, wenn ihr im Auto sitzt. Zappel für den Suppenkasper oder solche Sachen. Da ist halt dann die ultimative Konsequenz, ey, wenn du das nicht machst, dann bist du tot. Wenn du nicht auf deine Eltern hörst, dann bist du tot. Ja okay, aber das, weißt du, das ist eine weirde, hinterfragenswürdige, wahrscheinlich altertümliche Moral, aber es ist immerhin noch eine Moral. Aber bei vielen Märchen ist es so, dass du am Ende völlig ratlos dastehst und weißt, ja und jetzt, was fang ich jetzt mit der Geschichte an? Naja, also was du, dazu hört man gerne unsere Malerchen-Stunde, die Geschichte vom alten Latrapai im Premium-Kanal. Du hast ja bei den Märchen der Brüder Grimm, weil die ja auch so stark bearbeitet wurden, die bürgerliche Moral, eigentlich eine Moral, die zu der Zeit gerade modern ist, als die rauskommen und verbreitet werden und vor allen Dingen im Struvelpeter hast du es ganz extrem, weil das ja ein Kinderbuch ist, was ein Arzt geschaffen hat, weil er alle anderen Kinderbücher doof fand. Also er hat gesagt, dann gut, dann zeichne ich den ganzen Kram eben selber und schreibe was dazu und da hast du halt schon manche Dinge, die man vielleicht sogar aus heutiger Sicht noch gut finden würde, wo man sagen könnte, okay, das sollte man vielleicht als Kind wirklich nicht machen, weil es ist halt scheiße und dann hast du auch so Sachen wie diese Geschichte mit dem Daumenlutscher, wenn das Kind am Daumen lutscht, obwohl die Eltern sagen, nee, mach das nicht, dann kommt halt die große Schere und dann sind die Daumen halt ab und da denkst du so, was? Was soll das? Das ist keine Moral, das ist eins ab traumatisierend. Hans Sucksit Sums. Das finde ich schlimmer als He-Man, ehrlich gesagt. Und wir werden nicht drum herum gehen, bei der Kevin Smith neu Reimagination, vielleicht so Begriffe wie Vogue oder so vielleicht auch mal anzuadressieren. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass in der Folge, in der man erfährt, dass Tila die Tochter von Sorceress ist und Man at Arms ihr Ziehvater ist, bei dem sie in Pflege aufgewachsen ist, die endet mit der Moral, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn du adoptiert bist und deine Eltern gar nicht deine leiblichen Eltern sind, wenn die sich um dich kümmern und so, dann ist das voll cool und das ist überhaupt nicht schlimm. Alternatives Familienmodell. Und das war in den 80er Jahren in der He-Man-Comicserie, ist das das Ende von einer Episode? Voll gut eigentlich. Ich habe das jetzt beim neuen Gucken mir nochmal angeschaut und habe gesagt, aha, okay. Da waren die ihrer Zeit aber sehr voraus. Wenn das mal nicht Vogue ist, habt ihr damals vielleicht gar nicht mitgekommen. Nicht bis zum Ende geguckt, die Folgen. Aber lass uns doch darüber jetzt sprechen, das ist im Prinzip ja auch der Aufhänger, dass wir gesagt haben. Sorry, Fred, dass ich dir da reinhacke. Ich muss leider, Was kommt jetzt? Ich muss leider noch über den He-Man-Kinofilm sprechen. Achso, ja unbedingt. Unbedingt. Okay, komm, mach meine Kinnseite. Also, der He-Man-Kinofilm, natürlich bei allem, was so unglaublich, monster, mega erfolgreich ist und dann gab es auch noch den Conan-Film, wo alle gesagt haben, guck mal hier, so ein Österreicher macht irgendwo in Italien mit irgendwelchen abstrusen Filmproduktionsfilmen einen Film und das Ding schlägt ein wie eine Bombe. Warum weinst du? Ich weine für Conan, denn er kann nicht weinen. Here's a lamentation of the women. Ja, genau. Your enemy sees them driven before you. Was? Wer hat dieses Lied gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Schaut euch mal Conan the Musical auf YouTube an, dann wisst ihr, worauf wir anspielen. Ach du Scheiße. Geil. Englisch. Also, was passiert? Hollywood sagt, cool, mach mal einen Film draus, Kohle verdienen. Und dann, während das geplant wird, natürlich alles verkracht. Bis heute planen ja irgendwelche Menschen auch einen He-Man-Film. Ich glaube, seit zwölf Jahren, ist dieser Film in der Entwicklung und wird nicht fertig. Und das ist die gleichen, die den Zelda-Film planen. Wahrscheinlich. Das ist die gleiche Produktionsfirma. Wahrscheinlich nicht. Aber man war dann irgendwann so weit, dass man gesagt hat, okay, wir machen den Film. Irgendwie hat man sicherlich, ich kann es mir nicht anders vorstellen, auch Arnold Schwarzenegger angefragt. Und wahrscheinlich wollte der nicht. Er hat das Drehbuch gelesen. Und man hat dann Dolph Lundgren angefragt. Dolph Lundgren seinerzeit kommend aus Rocky IV als Ivan Drago, ein Film, der mich als Jugendlicher sehr geprägt hat, als ich ihn heimlich nachts auf dem ZDF in der Spätvorstellung mir angeschaut habe, im Fernsehen. Und der spielte He-Man. Von der Körperstatur Lundgren natürlich schon auch muskulös, aber bei weitem natürlich nicht He-Man-esk. Und dann war das Problem, dass sich aber die Produktionsfirma irgendwann dann doch nicht getraut hat, so richtig viel Geld in den Film reinzustecken. Und was sie dann gemacht haben, war das, was machst du, wenn du einen Film auf Eternia spielen lassen willst, aber nicht die Kohle hast, einen Film auf einem anderen Planeten spielen zu lassen. Es gibt so einen schwupp magischen Moment und zack sind sie alle in Amerika, typischerweise gerade in Los Angeles, in Hollywood, wo sie hier alle gerade sind. Und das war ... So wie in fast jeder Star Trek Serie. Ja, und das war so ein bisschen für mich als Jugendlicher enttäuschend, weil ich hab den nicht im Kino gesehen, ich war da jetzt kein Kinogänger, aber ich hab den dann irgendwann im Fernsehen gesehen, der kommt und da hab ich mich total gefreut. Und hab den geguckt und mir ist es so gegangen, weil ich natürlich so ein bisschen die Hintergrundgeschichte und auch die Animationsserie hatte, weil Richard ja anders, wenn das dein erster Zugang war. Ja, wie gesagt, das war mein erster Zugang, aber ich hab ja die Kurve gekriegt. Also ich komm aus dem brennenden Wrack und hab mich dann in den Ferrari gesetzt. Naja, also ich will das gar nicht kaputtreden, aber der Film hat natürlich viele Schwierigkeiten gehabt, da haben viele Leute reingeredet und es war nicht genug Kohle da und es war dann alles auch irgendwie schwierig. Und natürlich ist es heute, wie wir es ja auch bei den Filmen wie X-Men gewöhnt sind, natürlich laufen die auch nicht im Spanndecks rum. Das heißt, Mandate Arms hatte natürlich keinen grünen Spanndecksanzug an, sondern der sah halt auch ein bisschen anders aus. Immerhin Courtney Cox, die mitspielt in dem Film. Und ihr komischer Freund da, ja. Es war halt alles so ein bisschen sehr im Realismus verhaftet. So. Sie waren bei KFC essen und haben das mehr als mehr als extrem angepriesen alles. Also war voll mit Product Placement, weil die mussten die Kosten reinkriegen. Genau. Und das war, ich hab den geguckt und hab gesagt, okay, aber das hat jetzt eigentlich gar nichts mit Masters of the Universe so eigentlich zu tun. Da waren dann plötzlich auch neue Charaktere. Keldor. Irgendwie so, nee, nicht Keldor, wie hieß denn der? Dieser Gnomentyp, der auf diesem magischen Ding gespielt hat. Ah ja, äh. Und die Figuren, Keldor. Und die Figuren, die man eigentlich kennen sollte von den Spielsachen wie Man at Arms zum Beispiel oder Beastman, die waren im Film schwer zu erkennen. Die hatten so einen kurzen, die hatten echt jeder nur so eine zwei Sekunden Cameo-Einstellung, einfach nur als Skeletor sie auch noch benennen musste. Ja. Also die hast du nicht mal erkannt, die mussten original, da musste gesagt werden, ah, Beastman. Ah ja, das soll Beastman sein, okay. Und das ist eben der Grund, warum dieser Kinofilm auch im Grunde genommen bei den Fans, die mitgewachsen sind, gar keinen Stellenwert hat. Und du sagst Guilty Pleasure, ähm, für mich ist aber zum Beispiel mehr so ein Guilty Pleasure-Film Streetfighter. Also ich hab immer mehr Motivation, mir den alten Streetfighter-Film, unter anderem war ja auch keine Minute mitspielt, aber den mir anzugucken, äh, das ist mit Jean-Claude Van Damme der. Ja, natürlich mit Jean-Claude Van Damme, The Mussels from Brussels. Ja, 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 also der soll ja total high gewesen sein, wenn sie das Ganze, der soll sich ja nur Koks reingeballert haben, damit er das drehen kann. Ja, wohl geil. Ja, aber das ist eher so ein Film, den ich mir häufiger, auch nicht so häufig, aber häufiger angucken kann als den He-Man-Film, weil das ist immer so ein Angang, wo ich dann denke, ah, jetzt könntest du mal wieder gucken und dann denke ich, da bist du aber an deiner Fan-Ehre geknickt dann da. Wie gesagt, für mich war es der erste, die erste, ich fand es damals geil. Ja, der muss damals schon für viele Fans echt eine herbe Enttäuschung gewesen sein, wegen all den Dingen, die Alexander jetzt schon angesprochen hat. Er hat halt komplett mit den Erwartungen gebrochen, also dass, dass dieser Film halt dann zu großen Teilen in der, in der Gegenwart in der US-Großstadt spielt, es ist halt einfach nur cheap, also das kann keinen anderen Grund haben, als budgetäre Gründe. So, ja, okay, es ist halt günstiger. Aber so, wenn du den als alleinstehenden Film nimmst, ohne den ganzen Franchise drumherum, hat er eigentlich seinen Platz so im 80er-Trash-Kino Ja, na klar. wirklich hart erkämpft und auch gewonnen, weil wenn du dir anguckst, was die Ästhetik war zu der Zeit in Filmen, in Metal-Musikvideos, also das ist schon ganz nah dran an dem, was die da gemacht haben und ich werde nie vergessen, der trashigste 80er-Film, den ich mal gesehen habe und den musste ich mir auch irgendwie raubkopieren auf VHS, ich weiß gar nicht mehr, weil irgendwer den hatte, war Ragman und Ragman ist ein, im Prinzip ein Metal-Zombie, das ist eine, ein Musiker, der stirbt, ein Metal-Musiker, der stirbt, also über und über mit Nieten, weiß ich nicht, überhangen, also Ragman wie Lumpen, ja genau, der stirbt, ich weiß nicht mehr wie und den man durch das rückwärts Abspielen seines Albums irgendwie aus dem Totenreich zurückrollt, das ist so geil, und ich liebe diesen Film und wenn ich mir den Film jetzt angucke oder vor Augen führe und dann halt irgendwie Masters of the Universe mit Dolph Lundgren, das hat schon so ein bisschen, es passt irgendwie zusammen in die Zeit, finde ich, um mal eine Lanze zu brechen. Ich finde das immer so geil, dass man immer auch, weißt du, der Mann heißt Dolph Lundgren, also ja klar, aber ich finde es halt immer wieder so geil, mein Vater hat das früher immer so, hey, wollen wir einen Film gucken mit Lundgren? Ich gucke gerade ein Bild an vom Ragman. Ja, 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 das ist unvergessen. In Fetischschaden. Ist der nicht zugereist? Ist das nicht in Skandinavier? Ja, der ist Schwede. Ja gut. Ja und in diesem Film, im Realfilm, wird auch die Transformation von Prinz Adam zu jemandem nicht gezeigt. Es kommt, und das ist die größte Sünde, dass du nicht einmal in diesem Film I have the power. Dass du nicht einmal in dem Film die Szene hast, wo er sich verwandelt. Es kommt in der letzten Szene, ich bitte euch. Ist es so? Ja. Es kommt kurz bevor, es hat Schluss, Eternia ist gerettet, Sorceress ist wieder jung, weil die wird ja auch so langsam alt, Skeletor, äh, ähm, fällt ins Loch, ja, böse gesagt, genau. Und da gibt es noch diese schöne Szene, wo sie dann zurückgehen und du siehst noch jemanden auf so einem Berg stehen, Dolph Lundgren in seiner wunderschönen Pracht, er ist ein echt hübscher Mann zu dem Zeitpunkt gewesen, und ruft dann noch schön mit der deutschen Synchronstimme von Bruce Willis, Ich habe die Mann! Gut, immerhin. Ja, aber zum Ende. Also dieses ganze Narrativ, Null Fanservice. Narrativ, der Doppelfigur fehlt halt auch komplett, ne? Das ist schon, das war schade. Ja, und um hier den Bogen zu spannen, wenn wir schon von Fanenttäuschungen oder zumindest Kontroversen sprechen, es kam jetzt ganz frisch in 2021 bei Netflix mit viel Tamtam eine neue Serie. I need a hero! Mit einem krassen, geilen Trailer vorgestellt, untersetzt mit Bonnie Tyler. I need a hero! Und ja, Masters of the Universe Revelations. Ja. Die Offenbarungen von Master of the Nerds, Mastermind Kevin Smith gemacht und natürlich sind die Leute ausgerastet, als das announced wurde und natürlich hatten alle so viel Bock auf diese Serie, fuck was kommt. Und dann kam es... Weil es auch klar war, übrigens, dass es keine Kinderserie sein soll. Das war ja auch noch ganz klare Ansage, das ist als Fanservice für euch aus den 80er Jahren gedacht, ihr werdet euch ja wiederfinden. Für die erwachsenen Fans. Ja, genau, aber die haben da auch, das muss man ihnen wirklich vorwerfen, jetzt wo ich es auch dann nochmal komplett gesehen habe, die haben sehr viel Fanservice Advertising betrieben und haben die Leute damit ein bisschen an der Nase rumgeführt. Weil was sie wollten natürlich für die Abrufe sind die alten Fans und haben denen aber wirklich falsche Sachen einfach versprochen. Nach der Veröffentlichung dieser Serie gab es einen regelrechten Shitstorm, einen weltweiten Internet-Shitstorm, man kann es nicht anders sagen. Die Serie wurde bei der International Movie Database mit einer Wertung von 5.1, mit 5,1 abgestraft. Hat sie voll nicht verdient. Nein. Es gab einen massiven Shitstorm, enttäuschte Fans auf der ganzen Welt, ja, das größte Problem der Leute war, He-Man und Skeletor in der ersten Folge dieser neuen Serie... Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaltet jetzt ab, ansonsten Spoiler wird jetzt sehr hart. Ja, heftige Spoiler, ja. Das größte Problem ist, aber das, selbst wenn man die Serie nicht gesehen hat, hat man das vielleicht schon mitgekriegt, weil es gab so viele Hate-Videos und Hate-Kommentare. In der ersten Folge, ich glaube 5 Folgen hat die Serie, in der ersten Folge am Ende verschwinden Skeletor und He-Man. Diese beiden Hauptfiguren sieht man tatsächlich nur in der ersten Folge und dann kurz am Ende der letzten Folge. Mit Rückblenden. Genau, es gibt auch ein paar Rückblenden, aber He-Man ist nicht die Hauptfigur dieser Serie und das hat die weltweite Fan-Community wirklich zum Ausrasten gebracht. Und da muss ich jetzt ganz kurz eine Entschuldigung glaube ich einfach mal vortragen, weil ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass ich es im Podcast auch schon mal gemacht habe, dass ich gegen diese Serie gewettert habe, aber ich habe sie mir gestern komplett reingezogen. Ich habe sie mir wirklich gestern frisch im Zuge der Recherche komplett reingezogen und ich habe mich dahin gesetzt mit der Prämisse jetzt so, okay komm, guck sie die Scheiße jetzt mal an. War vollkommen vorbeeinflusst. Und ich habe damals auch, ich habe original die ersten zwei Folgen gesehen, dachte für mich so, ja okay, und habe es dann ausgemacht und habe mich voll von diesem Internethass mitziehen lassen, dass ich selber davon ausgegangen bin, okay, andere Leute können das auch gut zusammenfassen und verreißen das Stück und es ist im Prinzip eine Voke-Agenda und sowas und ich habe mich ehrlich gesagt, mich stört ja dieses ganze Voke-Ding halt überhaupt nicht. Mich stört es halt nur, wenn es so, wie es halt von der Community transportiert wurde, dass gesagt wird, dass es so plump dahergebracht wird, dass ich selber denke, warte mal, dass ich selber dachte, dass die Figuren einfach nicht dem gerecht werden, sondern nur als Transportmittel für eine Agenda dienen. Mit der, also mit dem Hintergrundwissen hatte ich die Serie für mich abgeschrieben. Jetzt gestern habe ich sie komplett gesehen und war hin und weg. Ich war wirklich hin und weg. diese Serie ist, also ich entschuldige mich bei jedem, vor dem ich schlecht über diese Serie wirklich mal gesprochen habe und gesagt habe, guckt euch den Scheiß nicht an. Nein, diese Serie hat mich dazu gebracht, dass ich meine eigene Internet-Diät, meinen eigenen Medienkonsum jetzt überdenke. Komplett. Weil ich selber sage es so ganz ehrlich, wenn alle Leute sagen, es ist scheiße, guckst du selber an, dann kannst du erst selber davon eine Meinung haben. Etwas, was ich immer predige, aber genau bei dieser Serie außen vor gelassen habe, sie ist extrem sehenswert, sie ist scheiße gut und meine Güte, sie hat halt wirklich Charaktere ausgefleischt. Die hat aus Charakteren noch was rausgeholt, wo ich nicht gedacht hätte, dass da was drin wäre. Das war super geil, also wirklich. Gut zusammengefasst. Ja, danke. Und ich möchte erwähnen, also ich würde die Serie auch gar nicht als Vogue bezeichnen, ich mag den Begriff ja sowieso nicht, weil Vogue im Grunde mehr inzwischen Kampfbegriff aus dem konservativen Amerika ist, das ist mir nochmal wichtig, das anzumerken. Ich finde aber Themen wie Sichtbarkeit, starke Frauen, Empowerment, die Tatsache, dass wir ganz im Gegensatz zu der ursprünglichen Serie, da gab es eine schwarze Spielfigur mit schwarzer Hautfarbe. Bei 70 Figuren gab es eine schwarze Spielfigur. Bei 70 Figuren, die alle Farben des Regenbogens wirklich fast haben, aber das heißt nicht. Es gab keinen schwarzen. Ja, das war auch noch, dass die eine Figur halt schwarz gemacht haben, die vorher ja weiß war in der Geschichte, aber da muss ich auch sagen, komm, ist geschenkt, weil auch Superman jetzt schwarz. So ist die Welt. Ja, vor allem das Ding ist halt, wenn man sich darum streitet, ob Superman schwarz oder weiß ist, vergessen die Leute immer eins, es ist eine fiktive Figur. So ist es. Ja, die Revelations ist jetzt keine Serie, die dir, ich sag mal, so Diversity jede Sekunde krampfhaft auf die Augen klatscht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Finde ich nämlich auch nicht. Das nervt mich auch, wenn du das Gefühl hast, eine Serie will dir jede Sekunde lang jetzt Diversity so komplett on the nose auf die Stirn ballern, das nervt auch. Natürlich müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren, aber das macht diese Serie nicht. So das Einzige ist halt, dass es eine starke Hauptfigur, eine Frau gibt, so. Und das war der zweite große Kritikpunkt an der Serie, dass die Leute gesagt haben, die Hauptfigur Tila, diese weibliche Hauptfigur, ist komplett nervig und unsympathisch und so das Stereotyp einer in Anführungszeichen, ich setze es in Anführungszeichen, Kampflespe. So. Ich stimme, ich persönlich stimme den Leuten ein bisschen zu, dass Tila keine sehr sympathische Figur ist in dieser Story als Hauptfigur. Aber ich sage dir, das braucht's. Ja. Und das war sie in der alten Serie ja auch. Und in der alten Serie, genau darauf wollte ich gerade hinaus, in der alten Serie war sie auch immer sehr angespannt und keine Frohnatur. Ja. Aber ich sage dir, Tila als Figur, als so diese ätzende Figur, die eigentlich immer wieder vor Augen geführt kriegt, auch, dass sie falsch liegt. Weil sie liegt offensichtlich mit vielen, was sie so denkt, falsch. In ihrer Wut, in der Begründung ihrer Wut, weil sie ist ja sehr, sehr wütend in der Serie. Sie liegt mit so vielen Sachen falsch. Und ich sage euch Folgendes, in der alten Serie gab's am Ende der Folge immer eine Moral für die Kinder. Die, wie kann man sagen, die Übertragung der Moral jetzt in die Revelations-Serie, das ist Tila. Ja. Leute gucken sich das heute an, wissen, dass sie sich scheiße verhält und können eigentlich selber ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen. Und das finde ich, das ist super, das ist sagenhaft modern. Ja. Aber ihre Motivation, warum sie sich scheiße verhält und warum sie wütend ist und so. Das finde ich total authentisch und organisch, weil im Prinzip ist es ja so, dass am Anfang ihre komplette Welt zusammenbricht und sie feststellt, die haben mich alle von vorne bis hinten belogen. Nichts ist so, wie ich dachte, dass es ist. Und jetzt muss ich quasi von null anfangen und das kann ich nur, indem ich mich erstmal von allem lossage und alleine losziehe. Und das ist so klassische Low-Fantasy-Persönlichkeits-Helden-Entwicklung. Das ist einfach, das passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Kannst du kurz in einem Satz zusammenfassen, was du mit Low-Fantasy meinst? Ja, also im Grunde genommen ist das eine Genre-Bezeichnung, die nichts mit Qualität zu tun hat. Also wenn man jetzt sagt Low-Fantasy im Gegensatz zu High-Fantasy, sondern im Grunde genommen ganz im Kern ist es erstmal was, hat es was damit zu tun, wo das Ganze veröffentlicht wird. Also wenn du jetzt sagst, Tolkien ist eher so High-Fantasy, dann hast du da natürlich schon eine Literatur, also wirklich Buchveröffentlichungen. Und mit Low-Fantasy meint man ganz oft Sachen, die erst in so Magazinen zum Beispiel erschienen sind. So wie Conan der Barbar bei den Weird Tales und solche Geschichten. Was sich dann erst so nach und nach entwickelt hat. Ja. Herr der Ringe war da und das war in den Rocken so. Ja, genau. Du sagst zwar inzwischen auch, High-Fantasy ist so ein bisschen epischer und größer angelegt, so mit Weltenrettung und so und Low-Fantasy ist eher so ein bisschen realistischer. Hands-on, ja, nicht unbedingt realistischer, weil du da auch ganz oft Sword und Sorcery hast, aber mehr so in Richtung Heldenentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung. Okay. Und ich möchte auch noch mal anmerken, die Serie ist ja gar nicht abgeschlossen. Also, richtig. Das ist die erste Hälfte. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt hier sozusagen in einem unfassbaren Cliffhanger gerade hängen. Es gibt einen richtig geilen Cliffhanger am Ende dieser ersten Staffel, den wir jetzt nicht spoilern wollen. Und man weiß ja auch gar nicht, also alle regen sich jetzt über diese fünf oder sechs Folgen, ich glaube es sind nur fünf, ne? Es sind fünf. Ich weiß, also ich traue ja auch Kevin Smith durchaus zu, dass er in der zweiten Hälfte dieser Staffel dieser Serie nochmal jetzt anders ans Thema rangeht. Und was mir bei dieser Serie jetzt insgesamt auch nochmal in der gesamten Vorbereitung und der Beschäftigung mit der alten Serie aufgefallen ist, die 2000er Serie war im Grunde genommen eine modernisierte Fassung der alten Geschichte. Es wurde nochmal eine Origin-Story präsentiert und dann im Grunde genommen war es besser gezeichnet. Wir haben es gar nicht erwähnt, wie schlecht diese Filmation-Serie gezeichnet war. Also Filmation-Serien Die Original-Serie. Ja, die bestehen aus immer den gleichen Sequenzen, immer den gleichen Animationen. Man wechselt nur die Hintergründe. Und das heißt, wenn man, ihr müsst euch vorstellen, täglich grüßt das Murmeltier. Wenn ihr den einmal geguckt habt, habt ihr den Film im Grunde genommen fünf oder sechs Mal gesehen. Das Gleiche habt ihr bei einer 20-minütigen Filmation-Serie, Aber das ist deren Stil auch. Der Stil, es ist halt einfach für eine Mark 50. Es ist billige Fließbandproduktion. Sowas von, ja. Für eine Mark 15. Das hat ja auch schon lange nicht mehr gehört. Und trotzdem ist ja jetzt, also und 2000 war das alles moderner. Es war, ging so ein bisschen die Schwertkämpfe, ging schon so ein bisschen in dieses asiatische Wirework-Kampf-Szenario rein. Gezeichnet dann. Du brauchst natürlich keine Wireworks, aber sowohl Skeletor als auch hier mit Springen sehr hoch in die Luft. Wie in der Star-Wars-Prequel-Serie umeinander rumtänzeln und einen Balletttanz aufführen. Ja, und ganze Baumwipfel abschneiden und sowas alles. Also das ist schon gerade in der ersten Folge, Skeletor wedelt mit seinen zwei Schwertern so unnatürlich viel hin und her, dass du wirklich denkst, er hebt gleich ab. Also die sind da auch wirklich Kampfkünste-technisch nochmal zehn Stufen nach oben. Also die wissen echt, was die da tun. Aber es ist im Kern die gleiche Geschichte, die erzählt wird. Und das, was Kevin Smith jetzt gemacht hat, ist. Und da muss man dann aber sich auch mal darauf einlassen und nochmal in die alte Serie wirklich reingucken und nicht nur mit der Nostalgie. Da hast du einen sehr interessanten Ansatz. Die hatte ich nicht. Genau. Aber du hast einen interessanten Ansatz, über den wir uns heute ein wenig redaktionell unterhalten haben. Was die Serie mit Kinds aus der damaligen Zeit gemacht hat, mit Jungs aus der damaligen Zeit. Ach so. Ah, ja, 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 klar. Wir haben erwähnt, Tila ist die Tochter von Sorceress. Wir haben erwähnt, in der alten Serie wissen nur drei Leute vom Geheimnis. Du hast dieses Liebesdreieck schon ein bisschen beschrieben, Fred. Also Tila ist irgendwie so ein bisschen verschossen in He-Man und so, aber er ist ja nie wirklich lange da. Er muss dann immer wieder weggehen und so. Und in der ersten Folge erfährt sie, dass ihr Ziehvater der Mann, in den sie verliebt ist und im Grunde genommen, also Orko spielt da nur so eine untergeordnete Rolle, aber sehr geilen Handlungsstrang von Orko in der Serie davon mal ab. Ach ja, Mann, Alter. Bis, oh, ja. Und Sorceress, die sie ja auch als Autorität an sich, alle haben sie belogen. Das erfährt Tila. Ja. Und deshalb flippt sie ja aus. Und das ist im Grunde genommen aber zum einen eine ganz konsequente Weitererzählung der alten Serie mit dem Hintergrund, dass in Tila schon in der alten Serie ganz am Anfang angelegt war, dass Tila eine unfassbar wichtige Persönlichkeit in Eternia ist. Es ist ja auch, es ist ja auch, dass Kevin Smith hat ja damit Werbung gemacht, dass E-Man Revelations anknüpft an die alte Serie. Direkte Fortsetzung. Direkte Fortsetzung. Jetzt sind sich aber einige Leute uneins, wo hat er denn jetzt angeknüpft? Und da habe ich heute auch noch in mehreren Foren halt, ich habe im Zuge der Recherche halt auch so mich in so eine He-Man Community halt so ein bisschen reingelesen und gemacht und getan und so Foren rumgesurft und habe auch bei zwei, drei Sachen mitkommentiert einmal, um halt Sachen nochmal zu erfahren. Weil es ist ja total geil, du postest was Falsches im Internet und die Leute korrigieren dich sofort. Es funktioniert besser, als man denkt bei der Recherche. Es ist super geil. Jedenfalls ist mir dann sehr ans Herz gelegt worden, ey, Digga, wenn du He-Man verstehen möchtest oder Revelations, zieh dir mal aus der alten Serie rein, das Problem, die Folge, das Problem mit der Macht. Kurze Korrektur, jetzt korrigiere ich dich. Die Folge heißt im Englischen Problem with the Power, im Deutschen Gewissensbisse. Oh, okay. Ja, das ist übrigens die laut IMDb bestbewertete Folge der Classic-Serie von He-Man. Soll ich sie kurz zusammenfassen? Ja, gerne. Die Folge. Nur kurz gesagt, weil das ist nämlich tatsächlich unter den Machern von He-Man als auch in der Community die inoffiziell letzte Folge. Die wurde als letzte Folge mal angelegt. Mattel, äh, nicht Mattel, äh, Filmation. Filmation hat dann aber im Zuge dessen, dass sie das auch an Fernsehsender verkauft wurden, verkauft haben, hat die Reihenfolge geändert, weil es eine Monster of the Week-Serie war. Und jede Folge war in sich abgeschlossen und sie haben die offiziell letzte Folge zu früh gezeigt und haben dann irgendeine banale Drecksfolge, wo nicht mal Skeletor mehr vorkam und irgendwer von Snake Mountain. Die haben sich einfach als letzte Folge geehrt, was aber gar nicht so vorgesehen war. Deswegen ist die letzte Folge von He-Man untergegangen. Aber Kevin Smith hat sich diese Folge genommen und Fred fasst sie einmal zusammen. Ja, laut IMDb die beste He-Man-Folge. Gewissens-Bissip, the problem with the power. Skeletor lässt He-Man durch einen Trick denken, er hätte einen Unschuldigen getötet. Der Faker, der Gestaltwandler hat sich als Zivilist getarnt, als Leiche, als Zivilisten-Leiche und He-Man denkt, er hätte einen Unschuldigen getötet durch zu wenig Nachdenken. Ja, weil der Skeletor hat ein Bündnis mit den Trollen und die Trolle sind dafür bekannt, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes herzlos sind. Die haben kein Herz, die haben keinen Herzschlag, die haben keinen Puls. Buchstäblich, ja. Und Skeletor hat He-Man in eine Falle gelockt und zwar dadurch, dass, ich glaube, ein interdimensionales Tor gebaut werden sollte und He-Man hat Skeletor verfolgt und Skeletor meinte, du erwischst mich niemals. Und He-Man, ah ja, wenn ich dich nicht kriegen kann oder wenn ich dich nicht da rumkriegen kann, dann gehe ich halt hindurch. Genau, das war das Zitat. Und hat diese Baustelle zertrümmert, woraufhin jemand unter dem Schutt begraben wurde. Und als He-Man realisiert, ich habe einen Unschuldigen getötet, das ist eine Tiefe, die man in dieser Serie eigentlich sonst zu 99% vergeblich sucht, als He-Man realisiert, ich habe einen Unschuldigen getötet, hängt er seinen Dienst an den Nagel, wie ordentliche Helden das natürlich tun, und entsorgt sein Powerschwert im bodenlosen Abgrund, im Abyss. So, und das bedeutet, He-Man wird bereits in dieser 80er-Jahre-Serie aus der Gleichung rausgenommen. Und dann ist es Antila, also diese Folge war ein Foreshadowing im Prinzip auf Revelations, dann ist es Antila, Skeletor aufzuhalten, und sie erpresst Skeletor dann mit einer Bombe, ja, sie läuft bei Skeletor in die Bude rein und sagt, Junge, ich habe hier so eine Bombe in der Hand, biomechanische Bombe oder irgendwie, irgendein Scheißdreck, so, ich habe eine Bombe in der Hand und wenn ihr euch hier nicht gleich verpisst aus dieser Bude und aufhört, dieses interdimensionale Dingsbums da zu bauen, dann werde ich diese Bombe zünden. Und dann sagt einer von Skeletors Soldaten, she means it, let's get out of here. Und so schafft sie es dann mega plump mit einer Erpressung, Skeletor aufzuhalten. Und am Ende der Folge bekommt He-Man, Adam seine Power dann wieder, ist aber nicht derselbe wie vorher. Und das ist halt, daran knüpft halt Revelations an, weil er nimmt dann Tila, er rettet Tila dann auch noch, er trägt sie ja noch so richtig schön in den Sonnenuntergang, ne? Genau. Und Adam ist ja ein Jungspund und Tila ist so ein bisschen so, hey, du kannst mich jetzt noch wieder runterlassen. Nein, 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 weil dein Knöchel verletzt ist, nehme ich dich jetzt noch ein bisschen weiter. Ich kann dich übrigens auch zum Schloss tragen, weil das macht mir ja nichts, ne? Weil er ist halt He-Man, er ist ein starker Typ. Und für Tila ist das aber so ein Ha-Ha-Moment, so, ne? Die sind halt toll. So, He-Man hat sie gerettet, alles supergeil. Und dann fängt Revelations damit an, dass Tila ja befördert werden soll zu Man at Arms. Noch ein Rang halt aufsteigt und stellt dabei dann fest, dass sie im Prinzip in den He-Man-Adam verknallt auch war. Der, und zu Adam hat sie ja kein liebevolles Verhältnis. Klar, sie behandelt ihn wie eine große Schwester, einen kleinen Bruder halt. Sie ist halt seine Lehrerin. Ja, und hat dann mehr oder weniger, und das kann ich persönlich vollkommen nachvollziehen, so, die hat eine Kurzschlussreaktion. Ja. Da ist einfach alles so, ey Leute, was macht die hier eigentlich? Ja, und hier schließe ich. Und daher finde ich das toll. Ich finde ihre Lore total klasse. Ja. Und hier knüpft Revelations an und Revelations hat etwas gemacht. Schon beim ersten Mal gucken habe ich mir schon, also ich war auch mega geflasht davon, dass He-Man plötzlich weg ist. Und ich dachte mir aber auch sehr schnell, ganz ehrlich, aus der Sicht eines Drehbuchschreibers, ist es wahrscheinlich eine sehr, sehr geile Idee, He-Man aus der Gleichung rauszunehmen. Ja. Denn He-Man ist eine Figur, die dir als Autor eines Drehbuchs, das sich an Erwachsene richtet, also das auch eine gewisse Tiefe haben soll, ist eine Figur, die dir da eigentlich nicht so richtig in den Kram passt. Denn He-Man ist ja die maximale Powerfantasy. Deus Ex Machina. Ja, er ist einfach omnipotent. Versuch mal gegen den stärksten Mann im Unipotent. Thieler sagt das auch in den Comics mal, als Adam sie darauf anspricht, so, hey, du sprichst nur von He-Man die ganze Zeit so, ja, er ist halt der stärkste Mann im Universum. Daneben fühlt man sich schon mal klein und schwach mit weichen Knien. Ja, na klar, Mann, der ist der Herrscher des Universums. Der ist ultra. Der ist viel zu stark. Und wenn du eine spannende Geschichte für Erwachsene schreiben willst, dann willst du Menschen, dann willst du Figuren haben, die Schwächen haben, die ihre Schwächen überkommen müssen, die Herausforderungen meistern müssen, die nicht gleich mal mit einem Fingerschnipp erledigt sind. Und da passt halt so eine maximale Powerfantasie wie He-Man nicht gut rein. Und die vor allen Dingen halt auch während dieser ganzen Reise dahin, He-Man halt wieder zurückzuholen oder Eternia dann zu retten, weil es geht ja dann um, dass der Lebensquell von Eternia ja Magie ist und mit He-Man weg und dem Schwert kaputt geht das alles nicht mehr. Ganz grob hier zusammengefasst. Aber am Ende der Reise ist es halt wirklich so, wenn sie He-Man dann wieder treffen im Elysium dann irgendwo, dass man sich selber als Zuschauer auch die Frage stellt, ja, jetzt kommt er wieder und was dann? Ihr seid doch alle gewachsen in der Zeit. Ja, absolut. Wozu braucht er? Also eigentlich ist die Reise, wir brauchen He-Man eigentlich nicht, er ist ein netter Zusatz. Aber das ist ja auch das Ding, Eternia sollte sich ja nie komplett auf ihn verlassen müssen, also emanzipieren sie sich von ihm. Nee, ich meine, er ist ja eigentlich nur so eine Art Katalysator für die Geschichte. Also und als so eine Figur könnte er ja auch wiederkommen, indem er sozusagen als Leinwand dient, vor der sich alle anderen entwickeln. Also das könnte ich mir vorstellen, dass sie das dann unter Umständen auch machen, weil wie du sagtest, sie hatten eigentlich nur die Wahl, ihn ganz rauszunehmen aus der Gleichung oder irgendwas mit ihm anzustellen, dass er selber eine Figur mit Problemen, mit mehr Tiefe, mit Schwächen wird und man weiß halt auch nicht, also wenn sie das gemacht hätten oder wenn Kevin Smith das gemacht hätte, dann wäre der Aufschrei wahrscheinlich genauso groß gewesen. Ja, es ist auch ein absoluter Fandruck, weil was die Fans dann natürlich wollten, war klassischer alter He-Man, aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, so rein, jetzt mal so ganz blöde, aus einer Schreibersicht, aus einer Interessant, also aus einer Schreibersicht von jemandem, der eine interessante Geschichte erzählen möchte, ist He-Man Revelations, das ist eine Meisterklasse. Ja. Das ist so gut, alleine die, ich glaube die dritte Story ist es, die dritte Folge, wo sie mit Scare Glow, wo sie sich ihren Ängsten stellen müssen oder sowas, wo Orkos Hintergrundgeschichte dann auch noch erleuchtet wird und Evelyn und alle, die da mit drin sind, meine Fresse war das gut. He-Man Revelations wird gezwungen, im Grunde genommen ihre größte Angst preiszugeben, um Scare Glow zu ergehen. Also allein dieses Story-Motiv. Und also man muss sich, man muss sich halt vergewertigen, dass diese Figuren ursprünglich, diese Figuren entspringen ursprünglich der Sauf-Fantasie von ein paar Spielzeugdesignern, zu denen in den 80ern alle gesagt haben, was habt ihr geraucht? Ja, aber das wird dem wieder gerecht. Unbegrenzte Möglichkeiten. Mit diesem Cast an Figuren hast du unbegrenzte Möglichkeiten, weil das sind ja alles Persönlichkeiten. Und Kevin Smith und sein Team haben da sicherlich mega viel richtig gemacht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ein Teil von mir versteht auch die Hate Crowd im Internet. Nostalgie ist halt ein großes Ding. So, wir haben hier bei den Kackis auch schon oft natürlich über das Thema Nostalgie gesprochen. Es gibt die von unseren Hörern auch gerne wieder, also von unseren Hörern wird gerne darauf angespielt, so von wegen, oh, ist vier Grad wärmer geworden gerade. Es gibt eine Studie, wonach Leute die subjektiv gefühlte Raumtemperatur um im Schnitt vier Grad höher einschätzen, wenn sie sich gerade nostalgische Gedanken machen. Ja, also Nostalgie ist einfach super wichtig für uns. Sie sind gerade 30 Grad mehr. Sich an die Dinge erinnern, wie sie früher waren. Ich grühe gerade. Und das Marketing von Revelations, da gab es ein Poster, wo man die Umrisse von He-Man sieht und so. Das hat ja schon He-Man benutzt, ihn als Figur. Die Serie hat den Namen He-Man nicht im Titel. Genau. Es ist nicht He-Man Revelations, es ist Masters of Universe Revelations. Übrigens, die originale Serie hieß ja, hieß die He-Man and the Masters of the Universe? Ja, hieß sie, ne? Ja, also man kann dem Marketing der Serie schon vorwerfen, dass die falsche Versprechungen gemacht haben. Aber Leute, ey, das ist Kunst. Wollt ihr immer genau wissen, was auf euch zukommt? Natürlich wollt ihr das nicht wissen. Wenn ich eine Serie über die griechische Mythologie mache, unsere Hörer lieben die alten Griechen, wenn ich eine Serie über die griechische Mythologie mache, dann packe ich aufs Poster Fett Zeus. Und Zeus stirbt in der ersten Folge. Ist doch geil, ist doch spannend. Ja, ganz genau. Weil darum geht es halt einfach. Lass mich gerade noch einen Punkt, bevor wir da nochmal anscheinen. Weil das, als du sagst, Elysium, He-Man im Elysium. Was ich da absolut faszinierend fand, war, dass aus der Sauflaunen, lass mal Plastikfiguren für einen schnellen Dollar machen. Nummer. In dieser Serie. Nicht nur nehmen sie ihn erstmal aus der Gleichung raus. Und ich bin da völlig dabei. Superman fand ich als Superhelden übrigens immer nicht spannend, weil der mir zu stark war. So geht es uns sagen. Ja, der ist der Boy Scout unter den Superhelden. Der kann alles. So. Wenn es Kryptonit nicht gäbe, dann müsste man gar keine Geschichten erzählen. Ja. Und in dem Moment, wo sie nach Elysium kommen, also es heißt ja nicht so, es heißt ja auch. Ja, ich weiß nicht. In den Paradiesgarten. Ja, nee, es gibt ja Eternia und dann ist es, äh, das heißt ja alles fast gleich. Eternia? Nee. Nee, aber das heißt, es heißt ja fast alles gleich. Ja, das Paradiesgarten. Also sagen wir mal, dieses, 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 dieses Heldenparadiesgarten. Und dann stellen wir plötzlich fest, und das, das fand ich, als ich es gesehen habe, da habe ich einen Schauer gekriegt, dass He-Man ja nur in einer langen Reihe, in einer endlosen Zeitreihe von Helden einer von Helden ist. Und nicht nur ist er, er ist jetzt der He-Man, der Aktuelle, den wir alle kannten, aber vor ihm gab es Generationen von anderen Helden, die da mit ihm jetzt in diesem jenseitigen Bereich sich dann ausruhen dürfen von ihrem Heldenwerk. Stimmt, die lernen da den Original-He-Man Greyskull kennen, quasi, nachdem Schloss Greyskull benannt ist. So, das fand ich einen genialen Kunstgriff. Und dann wieder, um auf den Fanservice zurückzukommen, die Figuren, die du da siehst, sind den Original-Prototypen für die erste He-Man-Figur dann wieder nachgezeichnet. Das ist, wenn du dich natürlich in dieser Lore bewegst, ist das so ein geiler Fanservice. Und es zeigt nochmal, dass He-Man, die Figur von He-Man, in dieser Fortsetzung, gut, es hat, ich weiß nicht, wie viel gehabt, 60 Folgen, 64 Folgen in der ersten Serie. Es ist sehr viel. 130 insgesamt. Es wird dir ganz klar gezeigt, das ist nur eine Etappe der Geschichte von Eternia. Die Geschichte von Eternia, die Geschichte von der Macht, ist viel, viel größer. Und so wie He-Man irgendwann nicht mehr ist, waren auch seine Vorgänger irgendwie nicht. Und jetzt, das hat mich so geflasht, weil mit dem Gedanken, dass natürlich Tila als Tochter von Sorceress, im Grunde genommen, könnte Tila der nächste He-Man, im Grunde genommen auch werden. Das bleibt ja alles noch sehr, sehr offen im Moment. Spoiler-Fragezeichen. Das ist jetzt pure Spekulation. Aber das hat mich dann auch komplett abgeholt und auch hat mir diese, diesen Stutzmoment, den ich natürlich auch hatte. Erste Folge, alles vorbei. Alexander, wenn deine Fan-Theorie mich jetzt gespoilert hat, dann zeige ich dir aber meinen Greyskull, Alter. Das ist immer mega gefährlich bei geilen Fan-Theorien, die können dich auch spoilern. So nennt Fred übrigens seine Kniescheibe. Das hat mich aber, hat mich also auch vom Story-Arc halt total geflasht, wobei mich dann das Ende der ersten Hälfte dieser Erzähle dann nochmal mehr geflasht hat. Aber generell halt auch die geschriebenen, also diese geschriebenen Dialoge halt auch. Das ist, es gibt einen Dialog, den ich sehr, sehr anprangere. Das ist, wenn Tila mit Prinz Adam dann im Jenseits da quatscht und er wirklich sagt so, ey, Alter, Tila so, ich bin für euch gestorben. Und sie dann sich nur zu ihm umdrehen und sagt so, ja, aber wir mussten damit leben. Wo ich so, okay, alles klar. So, du willst jetzt gerade auch nur sauer sein, ist in Ordnung. Ich wette, du weißt selber, das war eine dumme Aussage jetzt gerade. Ich finde den Satz geil, ehrlich gesagt. Ich finde den furchtbar. Ich finde den ganz, ganz schnell, weil das ist so ein passiv-aggressiver Bullshit. aber es zeigt aber auch ihren tiefen Schmerz. Also er ist gestorben, sie liebt ihn und sie muss jetzt damit umgehen, dass sie nicht nur den ungeliebten Ziehsohn verliert, sondern auch ihre Liebe und sie hätte alles anders haben können, wenn er sie nicht angelogen hätte. Ja, na klar. Das kommt ja alles in dem Moment auch zusammen. Aber diese, weißt du auch, dass sie dann, weil Eternia lebt ja dann eine Zeit lang halt auch so, das Königshaus dann da verlässt, vergehen ja auch offensichtlich ein paar Jahre und so, ne? Na klar. Ich kann eine Sache wirklich verstehen, dass Tila halt plötzlich extrem männlich aussieht, einen Sidecut hat und durch die Lande zieht und einfach irgendwie halt alles kann. Es ist so ein bisschen Ray Skywalker. Oh Gott, jetzt habe ich sie so genannt, aber das ist so ein bisschen Ray-Character-Development. Wovon du redest? Existiert nicht. Naja, es ist, ach so, okay, weiß ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, was ich gerade gesagt habe. Nee, aber das ist so ein bisschen für mich neue Star Wars, so ein bisschen so. Sie kann Dinge, weil sie eine Frau ist. Das sehe ich hier und da, sehe ich das auch ein bisschen so. Gut, He-Man konnte Dinge, weil er halt ein Typ ist und muskulös ist. Ganz genau, das wollte ich nämlich gar nicht. Aber auf der anderen Seite kann He-Man Dinge, weil er halt ein Typ ist. Okay? Ja. Aber, Leute, seid wirklich, wer sich an solchen Sachen aufhängt, seid offen für solche Dinge. Es ist ja trotzdem, also jetzt mal blöde gesagt, das ist trotzdem Eternia und ihr kriegt so viel mehr. Und wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, Tila ist der Aufhänger für die eigentliche Moral hinter der Geschichte und die ist noch nicht auserzählt. Ja, sie verhält sich scheiße. Ja, sie verhält sich irrational. Aber, seien wir mal ganz ehrlich, sie ist auch nur ein Mensch. Ja. Sie hat zwar unglaubliche Fähigkeiten, aber ich sag's ja auch immer so, Superheldenfähigkeiten bedeutet gleichzeitig Superemotionen. Also, von daher kann ich das Ganze vollkommen nachvollziehen, vollkommen verstehen. Und alleine für mich zum Beispiel hat sich diese Serie halt schon rentiert. Ey, Skeletor ist nicht oft da, aber wenn er da ist, ist er der Schildmann. Ja, und es ist wirklich gut geschrieben. Ich finde ihre Motivation absolut nachvollziehbar. Was ich übrigens auch sehr genossen habe, war dieser Banter mit Evelyn. Also, fand ich auch als Charakter sehr, sehr geil gemacht. Wie fucking gut von Lena Headey, Mann! Ja. Oh, echt, genau wie Mark Hamill und Skeletor. Lena Headey und Evelyn und Mark Hamill und Skeletor, das sind Figuren, die haben nur darauf gewartet, sich zu treffen. Mark Hamill, Luke Skywalker. Spricht im Original Skeletor. Der hat den besten Joker gemacht und das ist so fucking gut, Mann! Mark Hamill ist ja auf dem amerikanischen Markt schon oder allgemein so im englischsprachigen Raum legendär für sein Voice-Acting von Bösewichten. Und Evelyn, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, auch eine Figur aus Revelations, die böse Zauberin von Skeletor, die wird gesprochen von Lena Headey, die von Game of Thrones hier Cessie Lannister gespielt hat. Und auch eine interessante Figur in dieser Serie. Entschuldigung, wir haben schon diverse Bier getrunken. Ja, liebe Hoaxhiller-Hörer, bei Kack und Sach wird sich immer behackt. Also Evelyn ist ja auch eine interessante Figur in Revelations, so die böse Zauberin, die sich dann aber doch auf die gute Seite schlägt. Vermeint. Nee, nee, nee. Die erst mal mit den Leuten vermeint, die mit den guten Zusammenarbeit, weil sie es selber erkennen, so wie bisher, dass wir uns gegenseitig bekämpfen, das geht gerade nicht, weil jetzt geht es gerade einfach um die Erde, auf der wir wandeln. Und ganz kurz, ich muss an der Stelle beantworten, und wie geil ist es denn, dass Triclops in das Machtvakuum rein stößt und einfach mal Snake Mountain übernimmt. Und das ist kein Name, das ist kein Motherboard-Kult gründet. Mach mal schnell noch einen geilen Cyberpunk-Kult. Und eine geheimnisvolle, eine geheimnisvolle Cyberpunk-Sekte gründet, wo sie das Motherboard anbeten. Das war mir ungefähr fünf Minuten lang ein bisschen zu abgedreht, bis ich es dann irgendwie doch geil fand. Aber das hat ein bisschen gedauert. Es war dann leider nur ein Zeitplot. Ich will mehr sehen von dieser sicken Motherboard-Sekte. Ich fand es viel zu witzig. Ich fand es viel zu geil. Eine Sekte, die sich auf Technologie einschwört, auch noch Motherboard zu nennen, das ist so wie, als würden wir den Öko-Terrorismus ausrufen und beten ab jetzt Mama Kartoffel an, weißt du? Aber ich meine, so hießen die ja auch alle. Wie soll das denn auch sonst? Wenn bei Buzz of Triclops, Ram Man, dann muss es Motherboard sein. Super geil. Genau das dachte ich mir halt auch. Das ist so geil gemacht. Das ist wirklich, wirklich gut. Also falls ihr Revelations, Masters of the Universe, Revelations nicht gesehen habt, guckt es euch mal an, liebe Leute. Jedem ist seine eigene Meinung vergönnt, aber es ist unserer Meinung nach auf jeden Fall nicht so shit, wie das Internet. Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen seht es nicht mehr, macht nicht denselben Fehler wie ich. Wenn ihr eine woke, offene Agenda dahinter sehen wollt, dass irgendwas dort gepusht wird, dann werdet ihr das finden. Definitiv. Wenn ihr das wollt, werdet ihr das finden. Wenn ihr es aber objektiv betrachtet, dann seht ihr da eine astreine erzählte Geschichte. So, das wollte ich euch noch mitgeben. Eine coole Cartoon-Serie. Okay, ja. Und, was mich so aufregt, ist natürlich, man muss auch mal schauen, nehmen wir mal den ersten Matrix-Film. Da gab es eine super straighte, super helden-Frauenfigur. Die war völlig organisch. Trinity. Trinity. Fand ich super, super cooler Charakter. Ich erinnere mich an den... War für mich die Weiterführung von Ripley auch irgendwo. Genau, gehen wir weiter zurück. Aliens. Ripley. Knaller Charakter. Bevor irgendwer darüber geredet hat, oh, jetzt müssen sie eine Frau in die Hauptrolle reinschreiben, weil... Sarah Connor. Sarah Connor. Terminator. Der erste Terminator. Das sind doch alles keine Woken-Filme, nur weil da eine starke Frau in der Hauptrolle ist. Also das A ist mir erst mal ganz wichtig. Und Shigone Weaver als Alan Ripley, die ja auch nicht dem klassischen Blondchen-Hüppchen-Frauenbild entsprochen hat. Ganz im Gegenteil. Also natürlich ist es eine sehr, sehr schöne Frau, aber sie hat eben nicht diesem Hollywood-Schönheitsideal entsprochen, sondern sie war genau entgegengepullt. Die ist, glaube ich, größer als ich. Eher schlank und dünn und hatte kurze Haare. Also ganz anderer Typ Frau, als man ihn sonst haben wollte. Und ich erinnere mich, dieser Shitstorm rund um Revelations hat mich an eine Sache erinnert und da wäre ich auch... Ich glaube, wir denken jetzt gerade an die gleiche Geschichte. An das Gleiche, was Richard so ein bisschen gesagt hat. Ich erinnere mich an die Neuverfilmung oder Reimagination von Battlestar Galactica. Und dann wurde geleakt, Starbuck wird von einer Frau, von der bis dato semi-bekannten, bis nahezu unbekannten, Katie Sackhoff gespielt. Und es gab Boykottaufrufe. Es gab Morddrohungen gegen Katie Sackhoff, gegen die Macher der Serie, die gesagt haben, ihr könnt doch nicht diese geile Serie, ihr könnt nicht Starbuck, den geilsten Super-Kampfpiloten von Battlestar Galactica, eine Frau, das gucke ich nicht. Das ist doch Agenda, die da gepusht wird. Und dann lief diese Serie und Katie Sackhoff hat sich bei mir in das Gebetsbuch der geilsten Sci-Fi-Figuren reingeschrieben. Die Schauspielerin war genial, die Rolle war genial, es war komplett authentisch, die hatte einen unglaublichen Handlungsbogen, der vom Charakter-Arc zehnmal besser war, als alles, was Starbuck in der originalen Battlestar Galactica-Serie hatte. Hey, dann musst du die aber auch als Kind ihrer Zeit betrachten. Natürlich. die war extrem hohl, die originalen Battlestar-Serie. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück, mal ganz ernsthaft, ich kann mir mit einer gewissen Nostalgie die alte He-Man-Serie angucken, hab mir jetzt auch einige Folgen angeguckt, aber ich gucke die, weil ich die als Kind gut finde und finde da viele Elemente. Ich kann aber nicht, so wie Richard es gesagt hat, ich könnte mir jetzt nicht aus Spaß fünf Folgen am Stück angucken und sagen, boah, jetzt bist du richtig geil unterhalten worden. Man muss, ja. Genau das ging aber mit Revelations. Das war ja, diese fünf Folgen sind im Grunde genommen ein Film, da hast du ungefähr eine Filmlänge, auf die du rauskommst, wenn du diese fünf Folgen guckst. Und das hatte keine Längen, das war unglaublich dicht erzählt. Ich hab da vorgesessen, quasi Nägelkau und hab gesagt, das ist eine geile Geschichte. Und zwar haben wir, bumms egal, ob das Männer und Frauen oder Oder-Frauen sind, das waren geile Charaktere, die mir da eine geile Geschichte erzählt haben. Und alle anderen geilen Figuren aus der besoffenen Mattel-Spieleschmiede hatten auch geile Rollen und geile Auftritte. Ja, du hast vollkommen recht, weil es ist, wenn man, wenn man die, wie kann man sagen, den Niedergang der männlichen Maskulinität, der toxischen männlichen Maskulinität, wenn man das gerne sehen möchte darin, tut man's. Dann findet man's definitiv, dann gibt's solche Sachen. Aber auf der anderen Seite, seien wir mal, also, seien wir mal ganz ehrlich, gerade He-Man, diese ganze, so, der heißt He-Man, aber diese ganze Serie halt auch vorher hat immer auch gezeigt, dass He-Man ohne seine Freunde halt auch einfach nichts ist. Es geht nicht um einen Umschwung, es geht nicht darum, jemand Neues großartig zu etablieren, sondern es geht darum, eine andere Sicht der Dinge zu eröffnen. Und das ist genau das, was nur zu befürworten ist. Also, ich kann's natürlich vor dem Hintergrund verstehen, wenn du jetzt jemand bist, der sich in der Kindheit wirklich sehr über He-Man selbst als Figur definiert hat, wenn du daraus deine Selbstwirksamkeit gezogen hast, wenn der sozusagen dich in deiner... Und wenn du das mit über 30 jetzt aber noch machst, dann hast du aber andere Probleme. Genau, also, wenn wirklich He-Man es war, der dafür gesorgt hat, dass du einen Moralkodex aufgebaut hast, dass du gelernt hast, Dinge anzupacken, dass du dich wirklich mächtig gefühlt hast, dann kann ich verstehen, wenn du dann irgendwie ein paar Jahrzehnte später genau das wieder erwartest, dass du sozusagen einen Teil deiner Kindheit nochmal einfach nur mit technisch neuen Mitteln vor Augen geführt kriegst, dann wirst du natürlich enttäuscht sein. Also, wenn du sozusagen die Veränderungen von vornherein verschließen willst, also, ich finde diese ganzen Shitstorms, die bei neuen Interpretationen auftreten, die sagen ganz viel darüber aus, wie wir mit Veränderungen umgehen. Nämlich manche von uns gar nicht gern. Das war bei Battlestar Galactica so, das ist bei Masters of the Universe Revelations so gewesen. Und es gibt ja noch viele andere vielleicht Serien oder Filme, wo das auch der Fall ist, weil ja wirklich jede Serie, jeder Film auch ein Zeichen der Zeit in sich trägt. Das ist völlig normal. Also Filme der 60er, James-Bond-Filme, die frühen um Himmels Willen, da hat sich in der Zwischenzeit verdammt viel getan in der Entwicklung. Alles vogue geworden. Bond ist total vogue. Er wird befreit von seiner toxischen Maskulinität. Genau, es gibt zum Beispiel diese Serie Bridgerton bei Netflix, wo die Königin von England von einer Schwarzen gespielt wird. Es gibt eine Neuverfilmung der irgendwie sechs Frauen von Heinrich VIII, wo Anne Boleyn von einer Schwarzen gespielt werden wird. Habe ich selber noch nicht gesehen. Finde ich sehr, sehr spannend. Und das sind natürlich alles Sachen, wo manche Leute sagen, aha, da ist die Agenda wieder. Das müssen sie jetzt natürlich machen, weil das irgendwie gesellschaftlich so erwünscht ist. Du kannst aber auch sagen, erstens, man muss gewisse Dinge verändern, auch im Filmbusiness, weil sonst Rollenangebote auch auf ewig so beschränkt bleiben, wie sie mal gewesen sind. Also wenn du sagst, irgendwie Anne Boleyn war natürlich keine Schwarze und deswegen darf sie auch auf ewig nicht von einer Schwarzen gespielt werden, dann bleibt dieses Rollenangebot für ewig verschlossen. Oder eben bei der Königin von England oder so. Gut, bei so historischen... Okay, da muss ich aber sagen, auf der anderen Seite, lass mal einen weißen Malcolm X spielen zum Beispiel mal. Okay. Bei so historisch... Okay, Alexa, da möchte ich dir widersprechen, bei so historischen Verfilmungen, wo es wirklich um eine reale historische Figur geht, kann ich es schon verstehen, wenn da Kritik kommt, dass da jetzt plötzlich, keine Ahnung, eine schwarze Schauspielerin Queen Victoria spielt. Ja, findest du? Ich will... Also eine Biografie mit Dave Bautista als Mike Tyson würde ich mich schwer mit tun. Okay. Muss ich dir auch sagen, weil den Fügen gibt es ja immer. Der war schwarz. Oder ist schwarz. Aber ich finde... Ey, das ist jetzt ein anderes Thema. Okay, ist ein anderes Thema. Also ich persönlich finde es aber einfach spannend, mit dieser Erwartungshaltung zu spielen, weil du natürlich da als Filme- oder Serienmacher sehr genau ablesen kannst, wie das Publikum eben mit Veränderungen umgeht und wie sich sozusagen die Gesellschaft wirklich verändert und weil du damit natürlich auch wichtige Diskussionen, wie wir sie hier gerade auch führen, ausdehnen kannst. Und auf der anderen Seite gebe ich dir auch vollkommen... Auf der anderen Seite gebe ich dir halt auch Recht, weil wir sind Erwachsene und hinterfragen unsere Meinungen. Das tun Erwachsene. Das ist halt alles Kunst. Ja. So. Das ist halt alles Kunst und in der Kunst ist eigentlich alles erlaubt. Man muss es nicht gut finden. Jeder hat das Recht darauf, eine Meinung zu haben und auch Dinge scheiße zu finden. Aber es ist halt Kunst. Und anderes Beispiel, Foundation, Apple Plus Serie, die gerade gestartet ist. Quasi die Hauptrolle im Buch von einem Mann gespielt, wird in der Serie von einer schwarzen Frau gespielt. Ich habe jetzt erst die ersten Folgen der Serie gesehen und habe dann nochmal in das Buch reingelesen. Und das war mir beides bumms egal, weil die Figur in der Serie gut ausgeflasht ist und das Buch einfach auch sehr, sehr alt ist von Asimov. Und weil man auch sagen muss, dass bei Asimov-Geschichten und besonders bei Foundation die Figuren eigentlich relativ wurscht sind. Richtig. Es geht darüber, was sie sagen, aber eigentlich nicht wer es sagt. Also es geht um das Empire im Grunde. Ja, okay, gut. Da muss ich jetzt auch sagen, wenn ich jetzt eine verfilmte Lovecraft-Story halt irgendwo sehe, dann ist es mir auch scheißegal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Wie gesagt, für mich, ich gehe da vollkommen mit, für mich ist nur die einzige Linie, für mich zum Beispiel sind historische Figuren, wo ich sage, wo ich selber... Kann man darüber argumentieren, ja. Ja, ganz genau, wo ich mir halt auch selber denke, weil für mich ist das immer ein schmaler Grad zum Abwiegen, weil, sorry, es wird niemals ein schwarzer Hitler spielen, beispielsweise, weil einfach... Fände ich aber sehr spannend, wenn das mal... Fände ich auch auf jeden Fall mal spannend. Aber warum nicht... Warum nicht eine andere Figur damit annehmen? Aber was fiktive Personen angeht, ey, meine Fresse, mach die braun, gelb, grün, violett, lass sie leuchten, die Diamanten fahren, ist mir scheißegal. Wenn man über so Diversity-Themen spricht, dann rennt man immer gleich in so eine riesengroße dreistündige Diskussion rein. Ja, runterfahren, ja. Das ist ja auch an vielen Stellen wichtig und gut, aber ein spannendes Thema, das tatsächlich sogar dazu passt, habe ich noch für den heutigen Abend und zwar die Gay-Ikone He-Man. Ja, finde ich super. Da wäre ich jetzt auch drauf gekommen. Die Website cbr.com stellte 2017 eine Liste auf 15 Superheroes Who Are Gay Icons. Was? Echt? Auf Platz 1 Landete übrigens Batman. Ein Mann, der jede Nacht in Lederkluft rauszieht. Ist das nicht Latex sogar? Ja. Ja. Das ist egal, der Mann ist True Metal. In dieser Liste ist auch He-Man mit seiner hypermaskulinen Darstellung. Prinz Adam hat eine geheimnisvolle Identität, von der nur er und seine engsten Freunden will wissen. Ah ja, okay. Seine Mutter erfährt davon, unterstützt ihn, ist aber ein bisschen besorgt, dass er sein Schwert zu hart schwingt. Seinem Vater sagt er nichts, denn er hat Angst, dass es Stress gibt. In der Intro-Sequenz, in der sich Adam zu He-Man verwandelt, wird im Englischen gesprochen von seinen Fabulous Secret Powers. Fabulous ist so ein Codewort für die Gay-Community, an dem man sich erkennt und mit dem man sich gerne identifiziert und beschreibt. Ich finde es so schön, dass er im Englischen gesagt hat, when I held my sword aloft. Er sagt im Englischen aloft. Aloft ist auch so ein bisschen. Im Laufe seiner Transformation verliert Adam die meisten seiner Kleidungsstücke, reitet in einer Fetisch-Rüstung auf einem bunten Tiger und in seiner Originalform, in seiner Alltagsform, trägt Prinz Adam eine rosa Weste und es gibt zwar ein paar romantische Anspielungen in Bezug auf seine Beziehung zu Tila, aber es kommt nie zu mehr. He-Man vermeidet engere Beziehungen zu Frauen, zieht stattdessen durchs Land mit einer Entourage von muskulösen und leicht bekleideten Männern. Alexander stirbt gerade vor Lachen. He-Mans Rivalität ist zwar eher unschuldig, beschränkt sich meistens auf Kämpfe und Wrestling mit Wortgefecht, aber manche sprechen, also wie gesagt, ist jetzt sehr interpretativ, aber manche Fans sprechen bei seiner Beziehung zu Skeletor von einer tragischen Liebesgeschichte. Naja, ich meine, ich weiß nicht, ob das noch kommt, aber He-Man hat das eine, den einen Teil des Schwertes, Skeletor den anderen und wenn die Schwerter verschmelzen, dann, ne? Werden sie zum Superpimmel. Die Website comicgears.com schreibt zu dem Thema übersetzt, frei übersetzt von mir, diese Serie besteht aus zwei schrulligen Dummerchen, die miteinander scherzen und ringen. Skeletor und He-Man sind die lauten, schrägen Onkel, die man nur ungern ins Kino mitnimmt. Ja. Und also, also, liebe Leute, Alexa, Alexa, Alexa hatte mir, hatte mir auch noch Ja, ich weiß leider nicht mehr, von wem der Artikel ist. einen Tix zugeschmissen heute, der das auch auf Deutsch nochmal alles aufgreift. Und dieser Artikel endete sozusagen mit dem Fazit, wie konntet ihr das damals gut finden und nicht Vogue finden? Ja, und vor allen Dingen die Evil Horde als die Village People, das fand ich irgendwie auch irgendwie sehr, 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 da war dann noch so ein Foto von den Monstern und dann drunter ein Foto von den Village People mit dem Indianer und so, da waren dann so die passenden He-Man-Figuren drunter gesetzt, wo man denkt, ja, eigentlich bunte Leute in bunten Kostümen mit lustigen Kopfbedeckungen. Die Transformationssequenz von He-Man hat auch sehr stark, also rein optisch und vom Schnitt her sehr starke Parallelen zur Transformationssequenz von Sailor Moon. Also das ist schon alles, ich sag mal, relativ so, da verschwimmen die Grenzen zwischen den Geschlechtern, ja, in diesem ganzen Stil, wie das gezeigt wird. Ey, Leute, ganz ehrlich, ob die Macher das beabsichtigt haben, das wissen wir nicht und wahrscheinlich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. wahrscheinlich nicht. Aber die Cartoon-Serie, das ist noch eine, ähm, eine Anekdote, die Cartoon-Serie wurde ja von Filmation gemacht, von dieser Firma und die Tochter des Filmation-Firmenchefs hatte auch eine leitende Position in der Firma und sie outete sich Anfang der 2000er als lesbisch und sie wurde angesprochen auf diese Fan-Theorie und sie meint, sie sagte sinngemäß, naja, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so ist, ob He-Man schwul ist, aber eins kann ich euch sagen, damals war Filmation einer der schwulsten Orte der Stadt. Nein. Ich meine gut, der Typ, der He-Man damals designt hat, wenn ihr euch diese Doku anguckt, der wollte halt auch, der stand, ich weiß gar nicht, ob der schwul ist, aber er hat immer gesagt, er fand immer muskulöse Kerle, fand er cool, er selber wollte auch ein bisschen zulegen und ist aber auch ein sehr, sehr schmächtiger, sehr, okay, ich sag's mal so, wie es ist, er sieht ein bisschen schwul aus, so, ne, no offense, aber, dass da halt ausgerechnet ein sehr, ja klar, ein extrem muskulöser Charakter halt irgendwie geschaffen wird, ey, warum denn nicht, wenn das halt den Einzug daran gefunden hat, dass er dann halt Baba ist oder so, ey, warum denn nicht, das ist doch cool. Es ist mir halt, aber das liegt auch an mir, es macht ihn nicht besser oder schlechter, also selbst, wenn jetzt in der Kevin-Smith-Serie noch rausstellt, sich das, dass He-Man im Grunde genommen schwul wäre, das wäre mir halt auch bumms egal. vor allem, ich muss dir halt auch ganz ehrlich sagen, weil schwul oder lesbisch oder was auch immer zu sein und den Fehler macht Hollywood mittlerweile halt oft, sind keine Charaktereigenschaften. Das ist, genau. Du kannst dich einen Charakter schreiben, nur aufgrund der Prämisse, dass er schwul ist oder was auch immer halt irgendwie. Und da muss ich auch sagen, selbst wenn es so wäre, mir doch egal, hast du vollkommen recht. Genau, eine gute Figur muss mehr bieten als nur eine Sexualität, aber ja, wenn jemand schwul ist, dann okay. Es ist ja die, so die Schwulen-Community hat ja im Laufe der Jahrzehnte so bestimmte Codes entwickelt, weil es war ja besonders im amerikanischen Fernsehen früher absolut verpönt, da gab es ja sogar Gesetze wie diesen Hanes-Code oder wie der hieß, wonach, wenn überhaupt, Schwule in fiktiven Serien oder Filmen nur als Bösewichte gezeigt werden. So, die Amis hatten dann einen ganz krassen Moralkode, der vorschrieb, was gezeigt werden darf und was nicht. Übrigens bei Dune auch in den alten Filmen sehr, sehr stark wieder vertreten. In den Disney-Filmen haben, wenn überhaupt, nur die Bösewichte leicht schwule Attribute, die so als klischeehaft schwul gelten und deswegen hat die Gay-Community wohl so einen kleinen Crush auf Disney-Bösewichte und die Gay-Community ist auch sehr gut darin geworden, im Laufe der Jahrzehnte so eine Kodifizierung aufzubauen, so gewisse Codes, gewisse Stilmittel, an denen wir erkennen, ohne dass die anderen das checken, dass da was Schwules dran ist. Und Hypermaskulinität, also diese brutalen Muscles und dieses nackte, eingeölte. Hypermaskulinität ist halt eines der klarsten Sympathen, eine der klarsten Codes für die Gay-Community. Er ist halt so ein richtiger Herrr. Und mir geht's also tatsächlich so, viele Leute waren ja, also ich war ja 75, also ich bin echtes Kind der 80er, so, Queen-Sänger. Ja, Freddie Mercury. Homosexuell, HIV erkrankt, leider Krankheit bekommen, bevor es adäquate Medikamente dafür gab, der würde, wenn es heute passieren würde, sicherlich noch leben können mit der Erkrankung. Und da waren alle geschockt, wie kann denn der Frontmann von, also nicht alle natürlich nicht, weil es Leute gab, die die Codes lesen konnten, aber die breite Öffentlichkeit war geschockt davon, dass Freddie Mercury, irre, oder? Also bisexuell ist ja wohl die Lesart, aber im Nachhinein denkt man sich, wie hat es? Da guckt sich das alles an, guck mal an, was er auf der Bühne anhatte, was er gemacht hat, wie konntet ihr in der Meinung sein, dass er das nicht ist? Wie konntet ihr es nicht sehen? Da hat Ballettanzüge getragen, so, ja, so, es war, ich weiß nicht mehr, wo ich es mal gehört habe, aber es war diese, nee, bei American Beauty war das und da schätzt sie die Macht der Verdrängung. Und, ja, oder aber, ich hab mir kürzlich nochmal, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, das Musikvideo von Frankie Goes to Hollywood Relax angeschaut. Das Video damals von der BBC ja damals gebannt, Wurde der Typ mit dem Schlauch da voll spritzt. Genau, von der BBC gebannt, wegen den sexuellen Konnotationen für ein Jahr war es gebannt, weil es hat ja scheinbar irgendwas mit Sex zu tun. Ich hab das als Jugendlicher gesehen, als das neu war und ich fand das abgefahren, das Video und so und da hat mir aber nichts dabei gedacht. Kürzlich, irgendwie, mach mal das Musikvideo an, mal wieder auf YouTube, hab mir das angehört, meine Fresse, da kannst du jetzt auf deinem Monitor Spiegeleier braten. Liebe Gay-Community, ich mein das total liebevoll. Wie hast du das nicht gerafft? Weil ich damals in meiner Wahrnehmungswelt gar nichts damit zu tun hatte. Ich konnte keine Signale lesen, ich hatte keine schwulen Freunde, von denen ich wusste. Du hast den Code nicht verstanden. Ich hab den Code nicht verstanden, ich hatte überhaupt keinen Bezug, das ist, also ich bin halt total heterosexuell, ich hab diesen Bezug nie gehabt. Meine Frau hat mir mal das Musikvideo von Elton John von I'm Still Standing gezeigt, ne? Weil ich so, der Song lief irgendwie im Radio und ich so, ja, Elton John, mega geil, eigentlich krass, dass den Leute für schwul gehalten haben, ne? Äh, für schwul gehalten haben, dass Leute nicht gewusst haben, dass der Schwul ist. Meine Frau dann, hast du mal das, früher Musikredakteurin gewesen? Frieda hat früher in der Musikredaktion gearbeitet, meinte so, sag mal, hast du mal das Musikvideo von I'm Still Standing gesehen? Ich so, nee, und machte das bei YouTube an und ich hab das gesehen das erste Mal, wie er in diesem arschbunten Anzug und diesem Hut da am Strand am Dancen ist. Megaschön, du hast haufenweise nackte Typen und du stehst da so, ja, krass, was für Idioten, so, was seid ihr denn für Trottel? Ist ja der Wahnsinn, ey, aber dieses Musikvideo alleine schon, ey. Insofern, äh, das Fazit, guckt's euch an, äh, nehmt in Kauf, dass es nicht die alte Filmation-Serie ist, aber ihr kriegt eine sehr, sehr gute Geschichte, würde ich sagen, und die Lore wird erweitert und ich bin sowas von gespannt, wie Kevin Smith die Geschichte weiterführen wird. Genau, und wenn ihr's geil findet, dann, äh, high five, wenn ihr's nicht gut findet, ist es auch das Recht, diese Meinung zu haben, aber findet's nicht, findet's nicht nur deswegen blöd, weil He-Man nicht dabei ist, das ist kindisch. Und noch dazu, wenn He-Man sich irgendwann mal als schwul oder irgendwas rausstellen sollte, also, hier ein kleiner Appell. Leute, ganz ehrlich, es gibt nix schwuleres, als sich darüber Gedanken zu machen, was ein Typ mit seinem Pimmel anstellt. So, das wollte ich nur gesagt haben. Ja, Leute, reckt euer Schwert, eure fallische Waffe gehen in den Himmel. Eigentlich wollte ich jetzt noch einen Exkurs zu den geilen Packungsdesigns von Mike Taylor machen, aber ich krieg den nicht mehr runter. Wir wollten auch noch über die Geschichte von Avalon darin sprechen und Co. eigentlich. Ich würde das eigentlich auch ganz gerne noch kurz anreißen. Wir haben's kurz angerissen, ne? Ja. Mit Arthus und der Herrin vom See. Die Verpackungsdesigns sind halt Heavy Metal as fuck, ne? Total. Und ich wollte eigentlich auch noch meine Quest beschreiben nach einer Sagenfigur, die stinkt. Ah! Ich hatte mich auf die Suche begeben. Und wir hatten noch wie sich ein Kult bildet. Oh! Ja. Das mache ich als Endfazit, wenn ich darf. Oh, das finde ich interessant, Alexa. Die Sagenfigur, die stinkt. Okay, du kannst, wenn die die Figuren entwickeln, ich habe mir wirklich diese Seite mit diesen 70 Figuren, auch mit Ranking und so, Eine arme Frau hat von mir einen Link bekommen, hat gesagt, hier, alle 70 angucken, lernen. Ja, ich habe es natürlich nicht geschafft, aber Moskito ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Nur weil der so teuer ist, gib es doch zu, weil da stand, das ist die teuerste Figur. Ja, ja, dass man davon seine Miete bezahlen kann, wenn man sie dann hätte. Was? Ja, aber es stand da nicht, ob es in der Hamburger Innenstadt ist. Moskitor. Genau, kannst du von einer halben Hamburger Eigentumswohnung original ein Quadratmeter von zahlen? Wahrscheinlich, ja. Was, echt? Nein, ich habe keine, ich habe nicht geguckt. Wir können ja bei E-Mail mal gucken. Also ich habe nur gesehen, dass halt der Original-He-Man noch verpackt von damals, der wird gehandelt unter Händlern, fängt an bei 1500 Euro. Und zum Beispiel Skeletor auf seinem Reitdingens, was es damals so als Combo-Package kam, Dankeschön, stimmt. Der grassiert bei Anfangsgeburt 4500 Euro. Und Moskitor war deutlich seltener als diese beiden Figuren. Und du weißt, Sammler, die alles haben müssen, wenn es etwas selten gibt, Verknappung erhöht immer den Preis. Also da sind wir sicherlich im mehrere tausend Euro Bereich für eine Moskito-Figur. Aber Alexa zurück zum Gestank. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die haben sich viel ausgedacht, bei dem du noch irgendwie was reininterpretieren kannst, wo sie sich haben inspirieren lassen. Aber eine Figur, die Stinkor oder Stinkor heißt und stinkt. Und sie sieht ein bisschen aus wie ein Stinktier. Das macht auch total Sinn. Und dafür, egal wo du suchst, in den Sagengestalten oder im ganzen Kanon, dafür gibt es überhaupt nichts. Sondern es ist so banal. Und dann schoss es mir irgendwie durch den Kopf, dass es den Teufel gibt mit seinem Schwefelgestank. Fuck, du hast recht. Der sieht echt aus wie ein Stinktier. Ja. Na logisch. Also du hast natürlich irgendwie da die Anleihe aus dem Tierreich mit einem Stinktier. Aber wenn du eine Sageninterpretation haben willst, dann ist es einfach der Teufel mit seinem Schwefelgestank. Das ist so banal. Aber ich habe echt gedacht, irgendwie das gibt es so nicht. Und das gab es dann halt doch. Aber da bin ich ehrlich gesagt der Ansicht, dass da irgendein Martelltyp, weil die Stinktiere gibt es ja in den Vereinigten Staaten, die sind ja Indigen dort, dass man gesagt hat, was können wir denn noch? Oh, ich habe ein Stinktier gesehen. Gute Idee. Sag mal, ich habe doch gelesen, dass irgendein Plastikkügelchen, die können wir da reinschmeißen, dann stinkt das ganze Ding. Super. Sieht aus wie ein Stinktier, kriegt eine Gasmaske aufgesetzt. Hiho, neue Figur. Den sieht man bei Revelations ja auch gut. Früher dachten die Leute ja sogar, dass über, hier Stichwort Miasmenlehre, dass über Gestank, Oh ja, schlechte Luft. Dass über Gestank, schlechte Luft, Krankheiten verbreitet werden. Es ist noch niemand erfroren, aber schon viele erstunken. Oder wie heißt das schon? Weiß man nicht mehr. Ja. Na und im Grunde genommen, wenn wir noch bei den Sagen gestalten sind, Sorceress im Grunde genommen ja eigentlich so eine Merlin-Figur auch nochmal. Genau. Also so eine Kulmutation verschiedener. Ja, eigentlich die Herren vom See, wenn du das weibliche Prinzip haben willst. Aber das ist halt auch, also je nachdem, welchen Zyklus du dir anguckst. Und ich habe mich bisher immer drum gedrückt, eine Huxilla-Folge zu Arthos zu machen, weil es glaube ich, irgendwie 80 Stunden. Ah, haben wir gemacht? Macht's mal, wird geil. Wir haben dieses Jahr im Frühjahr eine Folge über King Arthos gemacht, also wo wir uns halt kack-und-sachmäßig halt sehr so auf das Narrativ König Fartos, könnt ihr gerne zum Einstieg nehmen. Auf das Narrativ und die Filme und so spezialisiert haben, aber abgefahrene, ey, das ist eine unserer besten, am besten runtergeladenen Folgen dieses Jahr gewesen. Da haben wir, da haben wir, da haben wir auch echt Aufwand für betrieben. Da haben wir noch einen Sprecher rangeholt, der uns dieses geile Mittelalter-Intro reingesprochen hat. Wir haben das noch geschrieben, Sound-Effects, aber wir haben da so zum Anfang noch so wie so ein Mini-Hörspiel halt reingehauen. Hört sich mal an, es ist wirklich gut geworden. Hören wir uns gleich an. Seht auch relativ kurz, ja. King Fartos. Es ist halt die Frage, ob das weibliche magische Prinzip oder das männliche magische Prinzip betont wird. Also in der Sorceress ist es sicherlich dann eher die Herrin vom See, die ja auch eine total vielschichtige, ambivalente Figur mit sehr vielen Namen ist. Also die Herrin vom See jetzt in der Arthos-Sage, ne? Ja, stimmt, das ist ja diese Sagengestalter. Ja, sozusagen, naja, die ja auch wirklich so ein bisschen auch wie die Schicksalsgöttin auch die Zügel oder die Fäden der Welt in der Hand hält. Und du kannst in Evil Lynn, wenn du möchtest, auch ein bisschen Morgan Le Fay sehen, die ja auch mal gut, mal böse dargestellt ist, je nachdem, in welchem Bereich oder in welchem Werk du dich gerade umtust. die böse Schwester von Arthos, die Zaubererin. Ja, die mal gegen ihn ist, also die Halbschwester, je nach Interpretation, genau, genau, die mal für ihn ist, mal gegen ihn. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Anleihen. Bei Avalon hatten wir schon, glaube ich, gesprochen, dass du diesen Entrückungsmythos halt auch hast, dass, ja, Figuren verbannt werden und so lange schlafen, bis sie eben wieder auftauchen können, sich entweder selber befreien oder befreit werden. Schloss Grayskull selber ist ja auch so dieser magische Ort, der sich, wie sie bei Revelations ja dann auch rausstellen, genau, auch nur eine Tarnung ist für was noch Größeres. Also, ja, Kamelot tritt sehr gut. Das Herz der Welt, wenn du so willst, ja. Mann, das war ein gemeiner Spoiler. Haben wir jetzt gespricht? Ja, ich glaube schon. Ach, naja. Ja, und warum Kult? Also ich glaube, He-Man and the Masters of the Universe ist der beste Beleg dafür, dass etwas, was wir gerne in Hollywood oder in Amerika ja mit Lightning in a Bottle beschrieben. Also da hat jemand irgendwann mal eine Idee aus Verzweiflung gehabt und es sind dann so viele kreative Geister dazu gekommen und haben angedockt und es hat in den Menschen, die mit diesem Werk und da muss man ja Figuren, Comics und Serie in den 80ern zusammennehmen und es war so originell und so neu und so innovativ, dass das in einer in einer gesamten Generation verhaftet geblieben ist und in einer Generation so verhaftet geblieben ist, dass es nie verschwunden ist, dass es immer weiter getragen worden ist. Nächstes Jahr sind es glaube ich dann 40 Jahre. Weißt du, obwohl der Erfolg der Spielzeuge in den späten 80ern abgeebbt ist. Das ist völliger Wahnsinn. 40 Jahre später. Guck mal, ich bin Jahrgang 85, also die Zeit, wo ich mit Actionfiguren angefangen habe, das war halt frühestens, frühe 90er und habe mit dem Scheiß trotzdem noch gespielt. Und das hat ja auch Ich bin Jahrgang 90, ich habe damit auch noch gespielt, obwohl ich diese abgetragenen Scheißspielzeuge dann noch hatte, die wahrscheinlich Kinder von ihren Eltern dann auch irgendwo schon bekommen hatten oder was schon durch die Hände von mehreren großen Brüdern und Schwestern gegangen ist. Die aber wahnsinnig viel wert waren wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon, oder? Ich schätze mal schon, aber ich kann mich auch noch daran erinnern. Ich habe auch bei Freunden mit einem halb angemalten, so einem coolen angemalten Skeletor halt gespielt. Aber trotzdem, er hatte seinen Zauber nicht verloren. Er liegt irgendwo in der Spielzeugkiste und ich habe trotzdem danach gegriffen. Und das hat ja auch was mit den Machern gemacht. Ich weiß gar nicht, war das der Sweet, der die mitentwickelt hat, aber dann durch den Crash auch im Prinzip wieder alles verloren hat und der dann hinterher als Gabelstaplerfahrer, glaube ich, sich über Wasser halten musste und der trotzdem gesagt hat, das war eine geile Zeit und das war total toll, dass das passiert ist, auch wenn ich jetzt irgendwie im Alter nichts mehr davon habe. Und dann gibt es ja so die Generation, Menschen werden erwachsen, konnten sich damals nicht alles leisten. Es gibt ja einen riesen Sammlermarkt, wir haben die Preise ja gerade schon beschrieben von den Figuren. Und dann gibt es ja eben Neuauflagen noch und nöcher. Es gibt ja inzwischen Special Editions, zum Beispiel von Castle Grayskull oder auch von den Figuren, wo so eine Figur im Bereich von 100 Dollar liegt, in limitierten Auflagen produziert wird, sofort vom Markt ist. Castle Grayskull, glaube ich, die Special Edition hat, glaube ich, 500, 600 Euro gekostet, war sofort weg und wer die jetzt besitzt, hat halt Schwein gehabt und nicht. Und das trägt sich alles weiter und jetzt haben... Das ist der Preis von der Playstation 5 gerade. Das ist der Hammer, ne? Für ein Stück Plastik im Grunde genommen. Geil designt. Also wer da mal Interesse dann hat, einfach mal in die YouTube-Channel gehen, Mass of the Universe, Collectors und Toys mal schauen, da gibt es unglaubliche Kanäle. Jetzt haben wir die Serie Revelations, die Neuauflage. Parallel dazu gibt es ja eine neue Kinderserie, tatsächlich auch, die gerade auf Netflix gestartet ist, die für mich zu sehr auf Kinder ausgerichtet ist. Die unfassbar scheiße ist. Du hast es gesehen, ne, Fred? Diese Animated, diese 3D-Animated-Serie. Ich glaube, wenn du Kind bist, könntest du die gut finden. Ja, okay, ist okay. Wenn du Kind bist, ist es okay, aber ansonsten... Aber das ist ja genau die Idee. Was ist die Idee dahinter? Eltern gucken mit ihren Kindern das und geben es dann wieder an die nächste Generation weiter. Das ist natürlich auch wieder sehr, finde ich. Aber holt das Kinder heute überhaupt noch ab, das Thema? Weil wenn ich so gucke, irgendwie unser kleiner Neffe... Doch, ich glaube, der wird das auch cool finden. Ja, meinst du? Diese relativ neue 3D-animierte Masters of the Universe-Serie, die sieht so ein bisschen aus wie Fortnite, vom Stil her. Der Originalspruch Ich habe die Kraft kommt nicht mehr vor, sondern da kommt dann so ein dämlicher, leicht Dubstep angehauchter Song. Wie geht er noch mal? Ich habe die Kraft in meiner Seele. Also, es ist nicht mehr wieder zu erkennen. Also, ich will nicht sagen, dass es Schrott ist. Ich will nicht sagen... Keine Ahnung, ich kann die Kinder nicht einschätzen, ob die das gut oder schlecht finden, aber es hat mit der Originalserie nichts mehr zu tun. Sehr wenig. Und was wir haben, ist ja eben dieser Kinofilm, der verkracht, immer noch in der Entwicklung ist. Das heißt, das wird immer noch weitergehen. Und wir haben... Ihr spielt hier auch in einer ganzen Aufnahme mit dem Megakonstrukt-Zeug. Das ist wieder was, was mich abholt. Den Kram kaufe ich mir, exportiere oder importiere ich mir aus den Staaten zum Teil, weil die in Deutschland so einen scheiß Vertrieb haben. Einfach nur, weil die Figuren ein bisschen kleiner sind und es nimmt immer noch sehr viel Platz weg. Aber wenn ich jetzt anfangen würde... Warum guckst du mich dabei so? Die alten Figuren... Nur weil unser ganzes Wohnzimmer voll ist. Genau. Die alten Figuren auch noch zu sammeln. Und ich tappe mich immer... Stimmt, wir waren beim Hoax-Master mal zu Hause. Das ist voll mit Spätzeug. Das ist voll geil. Ja, ich lebe halt in der Wohnung von einer Big Bang Theory. Das ist inzwischen so. Eigentlich bin ich Cheldon. Das weiß noch keiner. Und das ist all das, was einen Kult ausmacht. Und das ist nichts, was du planen kannst. Das haben die damals bei Mattel so nicht geplant. Und all das, was danach passiert ist, lag ja auch im Wesentlichen gar nicht mehr in den Händen von Mattel, sondern war so eine Entwicklung zur richtigen Zeit, den richtigen Inhalt an die richtige Generation. Die Serie werden sicherlich die Eltern, die das als Kind geschaut haben, die werden das unter Umständen heute mit ihren Kindern schauen. Und mit einem Kind ist diese alte Serie immer noch guckbar. Ein Kind stört sich auch vielleicht nur bedingt an den eingeschränkten Animationen. Ein Kind ist das wurscht. Für mich als Erwachsenen, ich kann das nicht mehr gucken. Und da sind natürlich all diese positiven Aspekte zu sehen in der Serie von Kevin Smith. Die ist super produziert, extrem aufwendig, die Zeichnungen sind super, das ist alles ... Die Sprecher sind klasse. Die Kameraführung und Emotionen, so die kleinen Emotionen. Manchmal sehen die Figuren auch ein bisschen plump aus. Aber gerade, ey, mich hatte die Serie bei der dritten Folge mit Scare Glow, die Emotionen, die in den Figuren darüber kommt, wie fein das gezeichnet ist, Hammer. Mich hat die Geschichte mit Orko übrigens so gerührt, ich hatte fast ein bisschen Tränen in den Augen. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ich hatte gestern mit Orko war der Charakter, der mich immer gestört hat. Ich fand Orko in der alten Serie immer nervig. Orko für mich der Jar Jar Binks im Masters of the Universe und ich halte nicht so ganz viel von Jar Jar Binks. Ich liebe Orko, weil jetzt weiß man ja, der hat ganz schön Last auf seinen Schultern. Und mit Revelations ist dieser gesamte Charakter für mich in einen Fokus gerückt worden, dass ich sage, Alter, ist das ein geiler Charakter. Das hat nur Revelations gemacht. Ja, ganz genau. Das hat nicht die alte Serie gemacht. Wir haben jetzt zweieinhalb Stunden über He-Man gesprochen. Ich habe so Bock jetzt mit meinen nicht existenten Kindern diese Scheiße zu zocken. Ich habe so Bock jetzt alte Figuren irgendwo aus dem Keller zu holen und das irgendwelchen Kindern nahe zu bringen. Das war geil. Ich habe heute auch wirklich im Zuge der Recherche so Fred kam an. Ja, nehmen wir nachher auf. Ja. Ja, Hoaxiella kommt noch. Ja. Boah, Simon geil, Alter. Ich habe immer so eine kleine Serie. Bei so im Zuge der Recherche habe ich mich selber auch wieder dabei ertappt, wie ich heute Morgen halt wirklich so auf meinem Sofa saß, mit einer Decke um meinen Schultern, Kornflicks gefressen habe und dabei die neue He-Man-Serie geguckt habe. Und da dachte ich, Mann, ist das geil. Ich bin heute Mittag, bin ich im, ich habe Homeoffice gemacht, habe zu Hause He-Man recherchiert und stand irgendwann mit einem Baseballschläger da und habe den so in die Luft gehalten und laut geschrien, Ich habe die Magen! Und meine Frau kommt aus dem Nebenzimmer, ich habe gerade ein Meeting, kannst du bitte etwas leiser sein? Und kennt ihr diesen Werbespot, wo He-Man und Skeletor, wo wir übrigens bei Gay Code sind, eine Tanzszene machen, die angelehnt ist an die Tanzszene aus Patrick Swayze. Ja, ja, ja. Dirty Dancing? Ja, ja. Es gibt einen amerikanischen Werbespot für eine Supermarktkette, wo es die Dirty Dancing-Tanzszene inklusive Hebefigur mit Skeletor und He-Man gibt. Wir werden das bei Huxilla auf jeden Fall in den Show Notes verlinken und ich zeige das gleich Richard am Ende und dann ist der Tag für Richard gemacht. Ja, finde ich super. Finde ich super geil. Leute, es war ein Fest mit euch abzuhebenen. Hat so viel Spaß gemacht. Ja. Wir transformieren uns jetzt auch gleich in unsere super maskuline Gay-Form. Auf jeden Fall. Auch Alexa. Ihr wollt noch sagen, Pauli in die Clubs dann ziehen mit eurer. Aber gut, lassen wir das. Ja, genau. Aber nur auf den Tiger, bitte. Wir machen heute Kiez-Premiere, ja. Aber ich hoffe nicht, dass ich heute so He-Man-Style dann halt wirklich geruhypnolt werde. Liebe Hoaxies, es war uns ein Fest. Liebe Kackies, uns auch. Immer wieder schön. Danke schön. Vielleicht schaffen wir es ja mal schneller als in fast zwei Jahren nochmal wieder ein Cursor zu finden. Und wie viel man doch aus diesem auf den ersten Blick holen Franchise rausholen kann. Habe ich immer gesagt. Habe ich immer gesagt. Ich muss doch ganz ehrlich sagen, ich finde es ganz erstaunlich, weil Alexander und ich haben uns jetzt ja auch in der Pause ja auch über sehr vieles unterhalten. So im Zuge der Recherche, ich dachte auch, ich müsste sehr viel mehr recherchieren für die Folge wieder und habe aber selber bei der Recherche wieder festgestellt, scheiße, doch, ich kenne das alles doch sehr viel besser, als mir selber lieb ist. Und ich oute mich heute, ja doch, ich bin ein absoluter He-Man-Fan. Ich finde es geil. Ich nach dieser Folge jetzt wieder auch. Voll geil. Hoaxzilla, macht mal kurz Werbung für euch. Wo kann man euch hören, wo kann man euch sehen, wo kann man euch riechen? Ihr Stinkohrs. Heutzutage sagt man ja, überall, wo es Podcasts gibt. Tatsächlich, wir sind tatsächlich überall und hoaxzilla.com ist das Einflugportal. Und ich sage es mal, weil es uns wichtig ist, weil wir ja neben so Nerdkram, wie wir ihn heute gemacht haben, ja Wissenschaftskommunikation machen. Wir machen ja nicht nur Verschwörungsmythen, wir gucken uns auch Dinge wie Nessie, Bigfoot an, machen Aliens-Folgen, viel zu wenig, wenn es nach Fred geht, der will viel mehr Folgen über Außerirdische haben und UFO-Sichtungen. Oh, guter Hinweis, ja. Und hört auf jeden Fall bei den Hoax Sellers, bei den Wild Mics mal an. Sagenhaft gutes Projekt. Vielen Dank. Die Ferngespräche, seit fast zwei Jahren machen wir das jetzt mit Tommy Krabbeis, einem der beiden Erfinder von Bernd das Brot, die ganz alten kennen ihn noch von RTL Samstag Nacht. Eine Talkrunde, wo wir jeden Dienstagabend zwei Stunden live auf Twitch, Wissenschaftskommunikation mit ganz verschiedenen Experten betreiben. Das gibt es auch bei uns im Podcast. Angefangen als Corona-Selbsthilfe-Gruppe. Genau. Der Channel heißt Wild Mics. Auf Twitch, genau. Und all das, was wir machen, ist komplett immer kostenfrei. Ihr könnt uns gerne unterstützen, aber wir sagen, Wissenschaftskommunikation ist so wichtig und wir haben es in der Corona-Pandemie erlebt, wie wichtig ist es, dass Menschen wissen, wie sie sich vernünftig informieren, wie sie Quellenkritik betreiben. Alles, was es von uns gibt, gibt es jederzeit kostenfrei, aber man darf uns gerne unterstützen. Hoaxilla.com, da werdet ihr fündig. Und es gibt geile T-Shirts und Schiefer-Untersetzer von uns. Ja, ganz genau. Die wir jetzt auch gerade benutzen. Und eure Community wird wahrscheinlich euch wieder den Shitsong geben, dass ihr bei uns wart. Nein, die mögen uns auch. Die mögen uns auch mittlerweile. Da wächst zusammen. Ah, da wächst zusammen, was zusammen gehört. Ja, okay, super. Ich bin davon überzeugt, dass vom Mindset her die Hoaxilla-Hörer und die Kack-und-Sach-Hörer eins sind. Coole, erwachsene Leute, die Bock auf Wissenschaft haben, die aber auch Bock auf Abgenörde und Bier trinken haben. Da bin ich voll davon überzeugt. Uns, die Kackis, kann man hören natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt. Und bei Spotify, unsere Anlaufstelle, unser Greyskull, ist kackundsach.de. Wir streamen jeden Mittwochabend und Freitagmittag bei Twitch. Und ja, gehen jetzt noch ein bisschen hier steil mit unserem Powerschwert. Ja, ich bin gespannt, ob es das Dirty Dancing geht. Und freuen uns schon auf das nächste Mal, ihr Lieben. Wir finden ein Thema. Ja. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Philipp. Wir müssen mal ein bisschen wühlen, aber es schienen ja noch diverse Superhelden aus. Ja, wir finden was Gutes. Ich hätte super Bock, mit euch mal über Superman zu reden. Oh, sehr gerne. Aber schauen wir mal. Ja. Alexander, Richard, Alexa. Ach, da muss ich sechs Snyder-Filme gucken. Ich kriege gerade Furcht. Und Fred sagen Tschüss. Der Huxilla-Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Huxilla unterstützen geht dabei ganz einfach. Zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von einem Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf Huxilla.com unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info-at-hoxilla.de und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.